Musik Es ist der 7. Dezember 2017. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und es hat sich ein ganzes Kleeblatt, nein mehr als ein Kleeblatt, ein fünfblättriges Kleeblatt zusammengefunden, um heute wieder eine schöne, ja hoffentlich schöne Sendung zu gestalten. Also wir sitzen hier und wenn ich wir sage, dann spreche ich vor allen Dingen von meinem lieben Mietpodcaster Sebastian. Guten Abend Sebastian. Guten Abend zusammen. Und diesmal funktioniert es auch mit dem Marc, denn der Lars ist extra dahin gefahren, um für Marc mal endlich für Ordnung zu sorgen. Schönen guten Abend Marc und Lars in Bayern oder wo immer ihr steckt. Guten Abend. Wir sind hier im wundervollen Bad Rodach im Frankenland. Ja, Lars sitzt mir gegenüber, der hat mich heute mal so ein bisschen in die Technik eingewiesen, selbstverständlich. Hätte ich das getan, wären wir schneller fertig gewesen. Eine Runde Applaus. Nee, guten Abend. Guten Abend allerseits. Und wir begrüßen ganz, ganz herzlich einen Gast, den ganz viele Menschen schon kennen, aber vielleicht der eine oder andere auch noch nicht. Deswegen nehmen wir ihn auch heute auf die Gartenbank und stellen ihn vor. Tim Britlaff ist bei uns zu Besuch. Hallo, guten Abend Tim. Hallo, schönen guten Abend in die Runde. So, wir fangen an, aber das Wort der Woche oder der Wochen ist eigentlich das Wort Finale. Ich habe noch nie so viel von Finale gehört, wie in den letzten zwei Tagen. Und wenn wir auch keine Rubrik Komposter offen haben, darüber hatten wir ja mal nachgedacht, möchte ich doch mit Trauer erwähnen, dass der schöne Gesprächspodcast Redinger.de eingestellt worden ist, offenbar. Also wenn diese Nachrichten, die bei mir angekommen sind, stimmen, dann ist die 300. Ausgabe die letzte gewesen und das finde ich schade und möchte nochmal Dankeschön sagen für die schöne Zeit, die wir da mit dem Redinger gehabt haben. Und das gleiche Wort Finale habe ich auch gehört bei Puerto Partida. Das hat mich besonders irritiert, weil die gerade erst so ein Treffen gehabt haben, um sich über die Zukunft Gedanken zu machen. Aber vielleicht war das nur das Staffelfinale. Nur mit dem Wort Finale wird irgendwie so um sich geworfen, dass es mir so ein bisschen graust. Und jetzt könnte ich auch sagen, das ist das Finale vom Sendegarten, aber nur für dieses Jahr. Wir machen vielleicht noch vom Kongress ein paar Sonderfolgen, aber eigentlich ist das heute hier die letzte, sozusagen die krönende Ausgabe. Und dafür haben wir ja, ja, also wir machen den Tag vor. Also in diesem Jahr oder überhaupt? Den Mittwoch, nein, den Mittwoch, den wir in diesem Jahr. Verstehe. Wir haben uns ja gerade erst warm gelaufen. Finale, oh. Ja, genau. Wir haben uns ja gerade erst warm gelaufen. Ich glaube, wir können noch so viel dazu lernen, dass wir noch für ein Jahr aushalten können. So, aber das ist schon ein bisschen irritierend, wenn man von verschiedenen Stellen dann so das Wort Finale hört. Aber gut, Finale ist nicht unser Thema. Wir gucken nach vorne und wir gucken erst mal, was es gegeben hat und kommen zur neuen Ernte. Und da ist etwas passiert, mit dem ich nicht ernsthaft gerechnet habe. Es begab sich, dass es einen Tweet gab, der war, warte mal, jemand, der Lisa Bassenhoff, Lisa Bassenhoff tweetete vom Histocamp, also eine Konferenz für Historiker. Schöne Idee von Aufonik, Zeit statt Geld schenken für Podcasts. Und wie ihr vielleicht wisst oder auch nicht wisst, ist das eine der wenigen Möglichkeiten, wie man den Sendegarten unterstützen kann, nämlich Aufonik Zeitspenden zu machen. Ich habe das zum Anlass genommen, einfach mal so retweetet und gesagt, hus hus, dem können wir uns nur anschließen. Und hätte nicht gedacht, dass das tatsächlich Menschen sofort zum Anlass nehmen zu sagen, okay, dann schmeiße ich denen jetzt mal was auf ihre Aufonik Zeitschiene. Also wir müssen ganz, ganz herzlich Danke sagen für Zeitspenden an die Krähenpost, die uns zwei Stunden geschenkt hat, an einen unbekannten Spender, der uns zehn Stunden geschenkt hat, mit dem Hinweis, ein bisschen Pflege für unseren schönen Garten. Dann haben wir noch eine unbekannte Spende von zwei Stunden, da steht noch nicht mal ein Name dabei oder noch nicht mal ein Slogan, ein Name dabei. Und ein Sascha, könnte der Sascha Erler oder der Sascha Hiller oder ein ganz anderer sein, keine Ahnung, etwas Dünger für euren Garten, Gruß Sascha. Also Sascha, ganz herzlichen Dank. Und dann kam, glaube ich, gestern auch nochmal eine Fünf-Stunden-Spende von jemandem, den wir nicht kennen, mit dem Stichwort Audio-Dünger für den Garten. Also Leute, das ist echt enorm, dass das diese Reaktion gezeigt hat. Damit hatte ich nicht gerechnet und ehrlich gesagt, bin ich ein bisschen, also ich fühle mich jetzt wie so ein Bettler, so nach dem Motto, ihr müsst aber, ihr müsst aber hier dies machen und jenes tun und so weiter. Es war gar nicht so ernst gemeint, aber vielen, vielen lieben Dank, es ist echt toll, total toll, dass da was zusammengekommen ist, super. Naja, du hast ja niemanden gezwungen, oder? Du hast ja nicht gebettelt, du hast mich aufmerksam gemacht. Ja, ich mag es eigentlich nicht, wenn in Podcasts immer gesagt wird, ja, gebt uns Sternchen bei iTunes und tolle Rezensionen und man kann dies nochmal und jenes und so. Also ich bin da, ich denke immer, die Leute, die uns zuhören, die sind klug genug, um zu wissen, wie es funktioniert. Also dem muss man ja nicht irgendwie so nachtreten, aber ich muss sagen, wenn man das jetzt mal als Werbemaßnahme betrachtet, in dem Moment hat es echt funktioniert und nochmal ganz herzlichen Dank. Schon schön, sehr schön. Tim, machst du das auch manchmal, dass du auf irgendwelche Sachen hinweist, so, was man, wie man dich unterstützen kann oder bist du da auch eher zurückhaltend? Ja, beides. Ach so, ich bin jetzt auch kein Freund davon, das jetzt allen die ganze Zeit um die Ohren zu hauen. Ich denke mir, es gibt dafür so die richtigen Momente. Und ja, ich finde auch jetzt nicht, dass man, also ich finde den Begriff betteln in dem Zusammenhang unangemessen, weil das ist es irgendwie meiner Meinung nach nicht. Man kann schon darauf hinweisen, dass man Unterstützung braucht, da muss man sich jetzt nicht für schämen und es ist ja auch angemessen, dass man das sagt. Also, ich finde es grundsätzlich nicht falsch, man sollte sich vielleicht schon ein bisschen darüber Gedanken machen, in welchem Maße man das macht. Also, wenn dann irgendwie gleich zu Beginn der Sendung erstmal eine halbe Stunde damit gefüllt wird, irgendwelche Namenslisten oder am Ende sogar noch Geldmengen runterzubeten, da, naja, das ist nicht ganz so mein Style. Aber mal dezent darauf hinzuweisen, dass es halt neben dem Werbungsmodell auch noch ein anderes Modell gibt, ist ja jetzt auch kein Fehler. Ja, also, ich kann nur sagen, es hat funktioniert und ich finde das total schön, dass man diese Unterstützung bekommt. Irgendjemand schrieb, zwei Stunden sind ja gerade mal eine halbe Sendegartenausgabe, aber das ist völlig egal, es geht gar nicht um die Menge, es geht einfach um die, also ich finde das Symbol einfach total schön. Ich muss sagen, das ist einfach angenehm. So, ansonsten hat es jetzt keine weiteren großen Zuschriften gegeben, also ich habe mal geguckt, ob wir Kommentare bekommen haben, das ist nicht der Fall, aber es kam vorhin ein Audiokommentar herein und den hören wir uns doch jetzt einfach mal gemeinsam an. Hallöchen, hier ist Jörn von Jörn Schaas Feinen Podcasts. Ich möchte die jetzt gerade nicht alle aufzählen. Ich sitze im Auto zwischen zwei Terminen und habe ein bisschen in eurer Folge 38 gehört über das Thema Transkription von Audio. Einen kurzen Einblick zu meinem Arbeitgeber. Ich selber transkribiere immer mal wieder O-Töne, weil ich meine Texte von einem festangestellten Redakteur abnehmen lassen muss und da hilft es einfach, wenn der auch weiß, was inhaltlich im O-Ton gesagt wird. Deswegen muss ich das häufig selber machen. Wenn wir Interviews für Online transkribieren, dann tun das unsere Sekretärinnen in der Nachrichtenredaktion und die fluchen dann immer ganz schön, weil das halt einfach eine furchtbare Sisyphus-Arbeit ist. Play, Pause, Play, Pause, Play, Pause und immer wieder tippen, was das Zeug hält, auch wenn die natürlich sehr, sehr routiniert darin sind. Zu der Transkriptions-Engine, die ihr benutzt habt. Mir sind in der Textfassung so gut wie keine Unterschiede aufgefallen. Ich hätte jetzt schwören können, dass es die gleiche Engine war, die da dran war. Ich hätte sehr gerne in dem Einspieler den Vergleich gehabt zwischen dem Original-Podcast-Zitat und dem, was die Engine dann daraus macht. Und dann hätten wir wahrscheinlich gemerkt, dass ein Problem an dieser Transkription ist, dass wir unsere Sprechsprache durch Pausen strukturieren, die so eine Engine natürlich nicht einfangen kann. Und dementsprechend könnte es auch ein Screenreader oder irgendeine andere Sprachausgabe-Software dann nicht mehr tun. Und das ist genau das, was wir da gehört haben. Zumal, wenn nicht so druckreif gesprochen wird, in Anführungszeichen, dass wir vielleicht einen Gedanken einschieben oder irgendwann im Satz merken, hey, jetzt habe ich mich total vergaloppiert. Ich rede mich im Kopf und Kragen. Bei mir geht es jetzt auf die Zwei-Minuten-Grenze zu für eure Audio-Kommentare. Vielen, vielen Dank für eure Folge Nummer 38. Ich habe gerne zugehört. Und tschüss, bis dann. Und da merkt man den Profi, das war ja ein Wunsch von uns, dass die Einspieler so ungefähr zwei Minuten nicht überschreiten sollte. Eine Minute 59 hat er genau geschafft. Ganz herzlichen Dank, Jörn. Und was du da gesagt hast, ja, dass die Engines so ähnlich sind, das ist mir auch aufgefallen. Aber, wie wir ja auch beim letzten Mal schon besprochen hatten, in der einen tauchen deutlich mehr Markennamen auf als in der anderen. Das hatte der Sebastian ja gemerkt. Und das mit dem, mal das gesprochene Wort gegen das transkribierte Wort zu halten, dagegen zu sprechen, finde ich eine total interessante Anregung. Ich habe da ja auch schon geantwortet, das ist so eine Sache von Zeit. Wenn man mal genug Zeit hat, dann könnte man das mal ausprobieren. Und vielleicht auch mit exemplarischen Sätzen. Denn einiges ist tatsächlich wortgetreu, aber anderes ist auch total konfus. Da kann man vielleicht auch, wir hatten das hier eigentlich für später vorgenommen, aber ich kann mal eben ein Update geben. Wir hatten ja gesagt, dass die eine Engine, die VAI, das ist die von Facebook, VIT AI, dass die bei mir fast 24 Stunden gebraucht hatte, um das zu transkribieren. Also bei der Ausgabe 37. Und ich habe aber schon beim letzten Mal meinte, es könnte ja auch ein Fehler bei mir lokal gewesen sein. Und ich vermute tatsächlich, es ist ein Fehler lokal gewesen. Denn jetzt beim Durchlaufen lassen der Ausgabe 38 ging das tatsächlich auch in wenigen Minuten. Also das war eine Viertelstunde maximal. Und da kommen aber auch so lustige Sätze dabei heraus, wie ich zitiere mal. So, die Liste Kevin ist normalerweise immer ganz lang mit viel Technikthemen und so weiter. Aber diesmal ist etwas kürzer und hat mir so normal Community-Themen. Ja, das ist genau die Qualität, die dabei herausgekommen ist. Aber schön, wir bleiben dran. Sebastian, hast du gesehen, dass ich die Namen diesmal nicht drangeschrieben habe ans Transkript, so wie du dir das gewünscht hast? Ja, ich hätte mir eigentlich nur einen Disclaimer gewünscht, dass das halt eine automatische Transkription ist, weil das halt nicht so direkt daraus hervorgeht. Aber ja, die Namen fand ich auch schön, dass die jetzt, ja, ist auch okay. Okay, das war eigentlich alles, was ich da angemerkt hatte, ja. Ich glaube, es waren auch gar nicht so sehr die Markennamen. Ich glaube, es waren vielmehr die Schimpfwörter, die uns da aufgefallen sind. Die auch, genau. Aber das mit dem Magifix, das war doch, das war ganz klar bei der... Müsste man mal eine Schimpfung machen. Und die Mercedes-Benz und was du da alles irgendwie gefunden hattest, ne? Waren aber bei beiden durchaus dabei. Aber ja, ich glaube, bei der ersten war wirklich, bei der Vita war wirklich eine Häufung. Aber müsste man tatsächlich einfach mal komplett durchgehen, um eine Statistik zu haben. Wahrscheinlich sind die einfach leicht anders angelernt und die ganze KI und darin wird das wahrscheinlich schon liegen. Okay, dann schließen wir die Kategorie Neue Ernte ab. Aber nicht ohne den 1065 Menschen zu... Nein, den Menschen zu danken, die für 1065 Downloads der letzten Episode verantwortlich sind. Und es ist schon wieder diese irre Zahl, diese vierstellige. Ja, ganz herzlichen Dank für das Interesse. Und genau das zeigt natürlich auch, dass sich das hier ganz, das Ganze lohnt. Und wir dann auch im nächsten Jahr vielleicht fortsetzen werden. Fortsetzen tun wir aber erstmal die Geschichte heute hier. Und jetzt kommen wir auf die Gartenbank. Und damit zu unserem Gast, Tim Pridloff. Der Tim Pridloff ist sicherlich ganz vielen sehr bekannt. Es ist ein... Bei dir darf ich es wirklich sagen. Ein Urgestein des Podcast-Landes. Oder ist das disfektierlich? Ich... Ist okay, kannst du mit dir... Ich habe mir nicht Papst gesagt. Jetzt habe ich mir verkniffen, das mit dem Papst. Das ist ja schon ein bisschen abgegriffen. Ich weiß nicht, ob du rote Schuhe hast heute. Hat der Papst rote Schuhe an? Ja, der Papst hat rote Schuhe an. War ich echt noch nie hier? Du warst hier, als wir noch im Pott-Union-Magazin unterwegs waren. Letzte Folge Pott-Union. Ein schlechtes Zeichen für den Sektor. Finale, Finale. Du warst im Pott-Union-Magazin. Anschließend habe ich die Tür zugemacht. Ich habe so ein bisschen Angst, dass das jetzt wirklich ehrlich hier ist. Ja, danach war einfach alles gesagt. Nein, der Tim, der will nur spielen. Alles gut. Das stimmt. Ja, der Tim, der macht vor allen Dingen etwas, was man normalerweise im Frühling macht. Nämlich Hausputz, was rausschmeißen. Ich habe heute gesehen, dass du versuchst, Sachen unters Volk zu bringen. Wir müssen jetzt nicht über Fahrräder oder Fotoobjektive sprechen. Aber was hast du denn so anzubieten? Ach, nur so Kram irgendwie. Olla-Max und Audiokram, den ich nicht mehr brauche. Nichts Besonderes. Ich muss mein Studio leer kriegen. Dafür bin ich zwar noch weit entfernt, aber ich habe schon einiges erreicht hier in den letzten Monaten. Aber es steht hier einfach zu viel Zeug rum, was dann doch nicht zum Einsatz kommt. Und also zack, Ebay, fertig. Du bist ein Ebayer mit sehr guter Bewertung. Also fast nur positive Bemerkungen, habe ich nachgelesen. Aber auf Seite 3 steht, Ware entgegen der Beschreibung nicht komplett. Ansonsten okay. Was war denn da los? Keine Ahnung. So ungefähr die einzige schlechte Bewertung, die da auftaucht. Aber da taucht der Name Theodor Prinz auf. Wer ist denn genau der Theodor Prinz? Das ist so eine meiner alternativen Identitäten. Aus grauer Portet oder trägst du die heute noch? Nö, das ist, man muss ja so verschiedene Situationen seines Lebens hat man halt auch verschiedene Identitäten und Theodor Prinz ist halt so meine diskordische Identität. Voll ausgeschrieben heißt das Theodor Prinz, der Tapfere, Hüter der Flamme des Herzens, Haus der Apostel, der Iris. Erklär doch mal in zwei Sätzen, was das mit dem Diskorianismus da so auf sich hat. Ja, der Diskorianismus ist die einzige wahre Religion auf diesem Planeten, die Scheckung hat und sich quasi als Alternative zu den anderen darbietet, die ja meist alle ziemlich langweilig sind und mit vielen dummen Regeln daherkommen, an die man sich halten muss. Und wir Discordia müssen auseinanderhalten und wir setzen da eher auf maximale Freiheit und maximale Entfaltung. So, das kann man glaube ich so schon mal ganz gut zusammenfassen. Ansonsten haben wir halt so, wie sich das so gehört, für eine ordentliche Religion auch eine Gottheit im Zentrum. Dabei handelt es sich um die Göttin Eris, die Göttin des Chaos, des Discords und der Konfusion. Und ja, wir sind beseelt von ihr und ihren Taten. Aber eigentlich bist du doch ein Mensch, der die Struktur und die Ordnung sucht. Das passt doch gar nicht so richtig zusammen. Oder hast du mehrere Seelen in deiner Brust? Ja, siehst du mal, das ist nämlich ein klassisches Missverständnis, wo der Discordianismus auch nachhilft. Das ist ja sozusagen, es gibt ja, in der Öffentlichkeit findest du im Wesentlichen immer so zwei sogenannte Delusionen. Also es gibt die aneristische Delusion und die iristische Delusion. Die aneristische Delusion besagt, dass Ordnung gut ist und Chaos ist schlecht. Und die iristische Delusion behauptet das Gegenteil. Es gibt ja da verschiedene Fraktionen und findest halt immer so Ordnungswahnsinnige, die der Meinung sind, wenn die Dinge nicht in Ordnung sind, dann ist es nicht gut. Und dann gibt es halt die iristische Delusion, die halt das sozusagen umdreht und sagt, nein, in der Ordnung kann ja nichts Kreatives entstehen und deswegen ist Ordnung schlecht und das muss irgendwie alles im Wesentlichen chaotisch organisiert sein. Der Discordianismus hat hier entsprechende Einblicke und klärt das dahingehend auf, dass es sich hierbei mitnichten um so ein Schwarz-Weiß-Bild handelt, sondern es sich eher um so eine zweidimensionale Matrix handelt. Und es gibt nämlich immer eine Komponente, die hier viel wichtiger ist, nämlich die kreative und die destruktive Komponente. Und diese Komponente wohnt sowohl der Ordnung als auch dem Chaos in. Sprich, es geht darum, das kreative Chaos und die kreative Ordnung nach vorne zu bringen und die destruktiven Elemente der Ordnung und die destruktiven Elemente des Chaos möglichst vor der Tür zu lassen. Discordianismus bringt einen nach vorne. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie so ein kreativer Mensch bin, ein Schreiber oder Zeichner oder sowas und sitze an meinem Schreibtisch und male oder schreibe vor mich hin und bin mit dem, was ich da gemacht habe, so ganz unzufrieden, nehme das Blatt, zerknülle es oder zerreiße es und schmeiße die Fetzen durch die Gegend, dann habe ich im Prinzip beides gemacht. Ich habe etwas geschaffen und gleichzeitig wieder destruktiv vernichtet. Was du tust, ist mir ehrlich gesagt egal. Es geht hier rein um die Erkenntnis. Aha. Es muss sich nicht materialisieren. Wie gesagt, es gibt nicht so viele Regeln oder die Regeln, also man sollte halt sozusagen sich nicht so viel mit Regeln aufhalten, sondern man sollte im Wesentlichen einfach machen und schaffen und kreativ sein und sich dabei halt nicht von destruktivem Chaos oder destruktiver Ordnung aufhalten lassen. Wie lebt denn diese Kirche sich so das Gemeinwesen aus? Trifft man sich zu festen Zeiten, die dann aber so unbekannt sind, dass man aneinander vorbeiläuft oder wie geht das genau? Naja, so jetzt zum Ende des Jahres gibt es ja die passende Veranstaltung dafür. Da werden wir ja sicherlich noch darauf zu sprechen kommen. Okay. Da ist alles voll mit Discordian. Okay. Woran kann man die erkennen? Ach, wenn du sie siehst, dann weißt du, dass sie es sind. Also das ergibt sich meist von alleine. Man hat da jetzt keine besonderen Kleidungsrieten oder so. Gut, aber im Podcastland bist du ja nicht in erster Linie als Discordianer bekannt. Also nicht vordergrün. Man sieht es dir nicht an. Du trägst jetzt kein discordianisches Kleid normalerweise. Wenn man genau hinhört und wenn man deine Vitaverfolgt bekommt, dann kommt man natürlich dran vorbei an diesem Thema. Aber eigentlich bist du im Podcastland so etwas wie eine, wie soll man sagen, Zentralfigur. Wie beschreibst du dich selber? Wie nimmst du diese Zuschreibung selber wahr? Naja, ich lasse das nicht so tief in mich einsinken. Ich weiß ja, dass ich von Anfang an dabei war. Ich weiß, dass ich von Anfang an versucht habe, die Dinge da ein wenig voranzutreiben. Und wer mich kennt, weiß, dass wenn ich mir mal sowas in den Kopf gesetzt habe, kann ich dann auch außergewöhnlich relentless sein. Und jetzt, wo du schon so ausklingende Podcasts erwähnst, dieses Podfading, das war ja schon irgendwie ganz am Anfang so ein Phänomen und auch ein Begriff. Dem habe ich mich bisher halt noch nicht angeschlossen. Also im Wesentlichen bin ich einfach nicht weggegangen. Und wenn man halt nicht weggeht, dann steigt automatisch die Sichtbarkeit. Da kann man jetzt gar nichts gegen machen. Hätte ich jetzt vor fünf Jahren aufgehört mit dem Podcasting, würde jetzt auch keiner mehr von mir reden. Aber du bist ja nicht nur Podcaster, indem du es tust, sondern du bist ja auch Antreiber. Du bist irgendwie so ein, ob du es willst oder nicht, du bildest irgendeine Community um dich herum. Du hast Ideen in die Welt gesetzt, du hast Programmierer und Entwickler. beredet, belagert, belatschert, damit sie endlich irgendwas tun. Und sie haben es dann auch gemacht und es ist relativ erfolgreich geworden. Da kommt ja, da ist ja noch mehr irgendwie an innerem Antrieb. Hast du eine Ahnung, wo das herkommt? Ach so, purer Eigennutz, weißt du. Ich habe da halt einfach nicht die Werkzeuge, die ich brauchte. Und dann quatsche ich halt immer alle so lange ins Hirn, bis es das gibt. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, ja, ich meine, ist ja auch sinnlos. Ich meine, wenn man jetzt so ein Hobby hat, oder in meinem Fall ist es ja eigentlich auch schon fast eine Profession, oder ist es eigentlich auch, dann, ich weiß nicht, mir macht es einfach keinen Spaß, an Sachen zu arbeiten, die sich nicht entwickeln. wenn es sich nicht weiterentwickelt, dann stirbt es halt aus. Das ist wie die Evolution. Also, wenn du dich nicht permanent nicht den Gegebenheiten anpasst und neue Lösungen findest, dann wird es halt einfach irgendwann zu Ende gehen damit. Und dementsprechend, finde ich, muss man das eben auch mit einbringen. Und wenn ich halt irgendwo was sehe, wo es mangelt und wo was fehlt, dann, naja Gott, dann denke ich halt drüber nach, was man dagegen tun kann. Und da ich nun mal so aus dieser ganzen Computerlandschaft komme, dreht sich bei mir natürlich auch viel um Automatisierung und um neue Möglichkeiten, die sich durch neue Technologie bieten, die dann eben auch zu nutzen. Ja, da sitze ich dann halt nicht einfach nur in meinem Sessel rum und denke mir, wie schön die Welt sein könnte, sondern ich versuche halt, meinen Teil dazu beizutragen. Und da ich halt jetzt auch nicht so viel kann, sondern eigentlich im Wesentlichen nur gut quatschen kann, quatsche ich halt die Leute zu. So lange, bis wir dann der gleichen Meinung sind wie ich. Ich würde schon sagen, dass du mehr kannst als nur quatschen. Also das reduziert wahrscheinlich dann doch ein bisschen zu arg, finde ich. Ja gut, das steht dir ja frei, das so zu sehen. Vielen Dank. Ich meine, ich stehe jetzt an dem Problem, ob ich tatsächlich dich bitte, quasi deine Motivation, wie bin ich Podcaster geworden, zum x-ten Mal zu erzählen, weil das ist etwas, was du schon ganz häufig an anderen Stellen erzählt hast. Aber ich gehe mal davon aus, dass tatsächlich hier Leute zuhören, die tatsächlich vielleicht deinen Namen so noch nicht gehört haben. Denn mir geht es so, ich bin sozusagen über dich in diese Podcast-Landschaft hineingekommen. Also dein Angebot Raumzeit und beziehungsweise NSFW, das waren so die zwei großen Magneten, die mich gezogen haben, die mir auch Vorbild gewesen sind. Insofern bin ich sozusagen, wir sagen das manchmal so, ich bin ein Jünger des Tim Britlafs sozusagen, wenn ich auch gerne auf eigenen Füßen stehen möchte. Aber ich sehe auch, dass es eben ganz andere Communities gibt, wo der Name Tim Britlaf gar nicht diese Bedeutung hat, die ich ihm zuschreibe oder auch manchen in der Umgebung. Subscribe zum Beispiel, wenn auf der Subscribe der Name Tim Britlaf genannt wird, ist ganz klar, wer das ist. Ich habe sehr gelacht, als ich letztes Jahr, letztes Jahr bei der, wo waren wir, Podcamp in Essen, da warst du auch, da hat jemand in der Kaffeeschlange zwischen uns gestanden und fragte dich, was machst du denn hier, bist du auch Podcaster? Das fand ich so richtig schön. Also es gibt bestimmt auch Leute, die eben dieses Bild von dir nicht haben. Machen wir doch mal so ganz kurz mal, wie ist denn Tim Britlaf eigentlich zum Podcaster geworden? Also dazu vielleicht noch, selbstverständlich ist das so, dass mich auch viele Leute nicht kennen. Also tatsächlich wirst du sehr viel mehr Leute finden, die mich nicht kennen, als die mich kennen, zwangsläufig. Das ist halt einfach immer nur so Bubble-Wahrnehmung. Klar, jetzt so in unserem Umfeld, wo uns irgendwie alle jetzt schon x-mal getroffen und gehört und zusammengesetzt haben, logisch, nicht wahr? Da kennt man sich. Ich finde das eigentlich immer ganz angenehm, in so Szenen einzutauchen, wo keiner irgendeinen Plan hat, was ich bin oder was ich mache oder so, weil das erdet erstmal sowieso schon mal ganz gut, weil es ist überhaupt nicht gut, sich da irgendwie einzureden, man wäre jetzt hier irgendwas ganz Tolles. und das hält einem dann auch davon ab oder beziehungsweise das hält andere Leute dann davon ab, auch mal neue Ansätze zu liefern. Das ist einfach wichtig, dass man das macht. Ich war jetzt gerade letzte Woche, war ich in Marrakesch, habe an so einem Programmierworkshop teilgenommen oder habe dem Beigewohnt viel mehr teilgenommen. Ich beschreibe es nicht so ganz akkurat, wo Leute sich einfach mal mit so ganz anderen Sachen beschäftigt haben, wo ich jetzt irgendwie noch überhaupt gar keine Rolle gespielt habe und habe mich da versucht, so ein bisschen mal auf eine andere Art und Weise weiterzubilden und einzubringen. Wie ist denn der Kontakt dahin? Also jetzt muss ich mir eben einhaken. Marrakesch liegt ja jetzt nicht gerade vor der Haustür. Ist das, ja, bist du da als IT-Fachmann geladen? Oder was ist denn der Grund? Nö, nö, das ist auch so eine, das ist einfach so eine Programmierer-Community, die sich so jetzt in der letzten Zeit so zweimal im Jahr da trifft, weil es irgendwie eine internationale Gemeinschaft von Leuten ist, die halt an was programmieren, die sowieso aus aller Herren Länder kommen. Da ist es dann irgendwie auch ziemlich egal, wo man sich trifft. Und Marrakesch hat einfach den Vorteil, das ist halt irgendwie billig und man kann da von überall hin irgendwie noch so zu halbwegs bezahlbaren Preisen hinfliegen und dann hat das halt irgendwie gepasst. War so ein schöner, so ein schönes Hostel, so ein Artist-Hostel, wo man sich da irgendwie in der Altstadt von Marrakesch getroffen hat und da konnte man dann einfach mal so sieben Tage einfach hacken, so ohne von irgendwas groß abgelenkt zu werden, außer vom Muezzin, der da irgendwie alle paar Stunden irgendwie seinen Allah-Wakba um sich wirft. Das war ganz nett. Dann geht es um so ein Betriebssystem. Das sind so funktionale Poemiersprachen, Poemierer, die halt so ein neuartiges Betriebssystem bauen. Und das ist irgendwie alles total Future. Ich denke, da muss ich jetzt gut mal nicht weiter drauf eingehen. Genau, die blutige Kante. Du bist ja immer gerne da vorne, ganz vorne, genau. Aber gut, bringen wir das nicht ganz durcheinander. Wir hatten überlegt, also ich hatte gerade gesagt, wie bist du zum Podcaster geworden? Lass uns erst mal zum Mikrofon gegriffen. Zum Mikrofon. Also ich glaube, das fing tatsächlich, also zum Mikrofon gegriffen ist sogar der zweite Schritt. Ich würde sagen, das erste Mal, dass ich mit Audio auf eine besondere Art und Weise was zu tun hatte, war, ist jetzt schon 25 Jahre her, glaube ich, ja. Da habe ich mal so eine Telefonwelt mitprogrammiert. Ist das die berühmte Villa? Das ist die berühmte Villa, genau. Ah, okay. Berühmt ist halt auch hier wieder sehr relativ. Damals hat das ganz gut Welle gemacht, aber das ist natürlich jetzt, da es so prä-Internet ist, spielt es halt irgendwie keine Rolle. In deinem Wikipedia-Eintrag steht es. In deinem Wikipedia-Eintrag steht es. Du bist ein Mensch mit Wikipedia-Eintrag. Ja, aber das Projekt hat halt noch keinen Eintrag. Was eigentlich ein bisschen schade ist, aber naja gut, ist halt nur mal so, kurz gesagt, das war halt quasi so eine Art, also heute würde ich fast sagen, so ein bisschen so Facebook über Telefon. Du hast halt die Möglichkeit, bei so einem System anzurufen, mit so einem Telefon, mit Tasten. Kein Internet, kein Browser, kein Computer, sondern einfach nur anrufen und warst dann halt in so einer Welt, so in so einer, wie so Text-Adventure über Telefon. Das heißt, du kannst halt durch Räume gehen, eben durch diese Villa, die eigentlich Villa Kunterbunt hieß, aber dann aus rechtlichen Gründen natürlich nicht so genannt werden konnte. Aber für uns war das immer so die Villa Kunterbunt, wo das Pferd auf dem Flur steht. Und es hatte Räume, es hatte E-Mail, es hatte Instant-Messaging, es hatte Foren, es hatte irgendwie alle Elemente, Elemente, die man heute eigentlich so aus der Kommunikation kennt. Deswegen sage ich auch gerade, so Facebook über Telefon, konnte Nachrichten hinterlassen und wenn die Leute halt auch online waren, konnte man eben auch sofort mit ihnen reden. Man konnte chatten, man konnte Konferenzen machen, konnte sich im Kühlschrank mit jemandem einschließen und da in Ruhe quatschen. Aber man hatte halt auch so Abenteuer-Elemente, man konnte herumlaufen, Dinge finden, ausprobieren. und das war für die damaligen Verhältnisse war das, technologisch war das schon echt vorn. Das war irre. Also sogar die Firmen, wo wir die Technologie eingekauft haben, um das zu bauen, die waren irgendwie total überrascht, was wir damit gemacht haben. Das war für die völlig, völlig fern. Die haben uns erst mal, als wir sie auf der Messe bequatscht haben und nach technischen Features gefragt haben und so angedeutet haben, was wir bauen wollen, die haben uns alle für verrückt erklärt oder zumindest nicht richtig für voll genommen oder zumindest auch nicht, auch nur die Spur einer Ahnung gehabt, was das werden sollte. Aber es ist uns dann trotzdem ganz gut gelungen und das hat uns dann damals schon einen gewissen Respekt da eingebracht in dieser Technik-Szene. Das war so Spezial-Hardware, die du in den PCs reinsteckst, damit du halt sowas machen kannst, wie Audio abspielen. Das konnten die PCs halt damals noch nicht. Daran war halt nicht zu denken, dass man da einfach so Audio in den Speicher nimmt und auf irgendeine Audioleitung raushaut. Sondern da brauchtest du halt so spezielle Karten, Voice-Processing-Karten, die in der Lage waren, in der Echtzeit das Audio auf die Telefonleitung zu werfen oder halt Dinge aufzunehmen oder Tasten zu erkennen und so Konferenzen zu schalten. Naja, das war ein schönes Projekt und was aber die eigentliche Entdeckung war für mich, abgesehen davon, dass das jetzt so technologisch alles ganz interessant war, dass sich eben dadurch eben so eine Community auf einmal aufgebaut hat. Auf einmal hingen da irgendwie rund um die Uhr 60 Leute ab, quatschten miteinander, tauschten sich aus und wie gesagt, sie konnten sich Nachrichten schicken. Das waren einfach Dinge, die gingen nicht 1993. es gab nichts, das Einzige, was es gab, was dem vielleicht ansatzweise noch irgendwie ähnlich sein konnte, das ist halt so was wie CompuServe, so diese ersten großen Mailbox-Online-Systeme, AOL und so, was im Wesentlichen aber alles nur in den USA gab und was natürlich auch nur textbasiert war, wo Audio keine Rolle spielte und hier konnte man halt einfach anrufen und sich einloggen und dann ging man irgendwie in den Garten und ins Baumhaus und konnte sich im Baumhaus irgendwie mit jemandem unterhalten und dann mit der Seilbahn oben in den ersten Stock reinfahren und dann mit dem Fahrstuhl in den Keller fahren und die Leute hatten einfach einen irren Spaß und haben sich auch Avatare zugelegt, aber es waren halt Audio-Avatare, man konnte so mit so speziellen Tastenkombinationen auf der Telefontastatur dann durch das Inhaltsverzeichnis blättern, wer denn jetzt gerade da war und blätterte sozusagen von Audio-Avatar zu Audio-Avatar, ja so, hallo, hier ist Pippi Langstrumpf, ja, hier ist der große Bruder, hallo, ich bin das kleine Radieschen, so lief das ja die ganze Zeit, also einfach extrem humorvoll und spaßig, aber wie gesagt, wie im Facebook, also alle versteckten sich halt in einem Avatar, aber es war halt Audio-Avatar, man konnte jemandem eine Nachricht schreiben, indem man in die Bibliothek gegangen ist, sich an den Schreibtisch gesetzt hat und dort auf Rekord gedrückt hat und dann eine Audio-Nachricht aufgezeichnet hat und wenn die Person dann halt irgendwann sich in die Villa einloggte und sich dann auch in die Bibliothek begab und dort eben die Post las, dann konnte man das dann eben durchblättern, beziehungsweise wenn man halt jemandem so eine Nachricht schickte und man war selber schon online, dann hat das System das halt gleich verbunden, stell dir vor, stehst irgendwo so rum in der Küche und quatsch gerade in Ruhe mit irgendjemandem und dann kommt das System und unterbricht dich einfach mit, hey, du hast Post bekommen, hör zu, so und dann wird das gleich abgespielt, dadurch kriegt er das einfach eine unfassbare Dynamik und das System war auch mega kess und emotional, weil die Ansprache war einfach geil, ja, es war jetzt nicht so ein, nicht wie so ein Kreditkartenbuchungssystem, geben sie ihre Kreditkarten nochmal ein und schließen sie, ja, weißt du, so, was man ja alles kennt, was einfach boring ist, das Ding war irgendwie lebendig, das war irgendwie asynchron, alles programmiert, das konnten die ganze, die ganze Zeit konnten Dinge passieren und andere Dinge unterbrechen, ja, und dadurch wurde das irgendwie alles so schön zum Anfassen, also zum Beispiel, wenn du dich angemeldet hast, so am Anfang, so, hallo, willkommen in der Villa, gib deine Schreibtischnummer ein und schließ mit der Raute ab, so, soweit erstmal okay, ne, Schreibtischnummer war unser Code für Login, weil das war ja sozusagen das, was deinen Schreibtisch identifiziert hat, ne, also da, wo du deine Post bekommen hast, so und wenn du dann aber nicht sofort was eingegeben hast, war dann nicht einfach nur Stille, sondern, das System ging dir, ging dir nicht von der Backe, so, ne, so, komm schon, komm schon, weißt du, tap, 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 also wenn du nichts gemacht hast, lebte das System einfach akustisch immer weiter, ne, und wenn dann irgendwelche Timeouts dann kamen und du nichts gesagt hast, dann hat es sich dann vielleicht irgendwann mal wiederholt, ne, aber es gab dann immer so Kaskaden von Steigerungen und es war einfach alles unheimlich nah und menschlich und, 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 und emotional und es hatte einfach ne, ne, ne Persönlichkeit und es hat sich dann auf die Leute extrem übertragen, ja, die haben das sofort angenommen, die haben sofort gemerkt, so, okay, alles klar, hier ist alles irgendwie nice und, und hier ist auch immer nett zueinander und, äh, hier hat man auch Spaß und hier macht man Dinge und, und so kommuniziert man auch und dann hat das irgendwie ne riesige Welle losgetreten, das wurde dann unheimlich populär, dieses System, wie gesagt, es waren dann 60 Telefonleitungen offen, es waren 24 Stunden Tag und Nacht Rammel voll und die Leute klapperten da mit den Türen und quatschten miteinander und das Quatschen miteinander quatschen war übrigens nicht so jetzt wie wir jetzt, so Telefonkonferenz mäßig, das ging am Anfang gar nicht und ging dann zwar später, aber das haben wir dann nie gemacht, weil wir eigentlich mit unserer ersten Lösung sehr viel glücklicher waren, indem du nämlich immer, wenn du in so einem Raum stehst, hörst du immer so den Hintergrund, ne, so ein bisschen wie so euer Jingle, stell dir vor, so, äh, stehst du da im Garten und hörst halt so die Vögel und den Wind und, ähm, wenn du dann halt was sagen wolltest, dann hast du die vier gedrückt, so, piep, und dann war kurz stiller und dann konntest du halt was reinquatschen, nochmal vier, also so mehr so walkie-talkie mäßig und dann wurde das quasi, nachdem du es aufgezeichnet hast, allen vorgespielt, die an dem gleichen Raum waren. Und das hatte ein paar ganz interessante, äh, Effekte, nämlich, dass, wenn du einen vollen Raum hattest, wo viele Leute reden wollten, dadurch, dass deine Nachricht immer allen anderen Nachrichten hinten angestellt wurde, also man hat sich nie unterbrochen, sondern wenn dann so drei Leute gleichzeitig was aufgenommen haben, hast du das in einer Reihenfolge hintereinander gehört. Und dadurch, dass dann immer wieder was auf dich einprasselt, nimmst du dich natürlich selber als Redner auch automatisch wieder zurück. Das heißt, die Art und Weise, wie man Sprache in die Kommunikation einbringen konnte, hat automatisch die, die Dichte des Gesprächs auch reguliert. Das heißt, es wurde nie zu viel. Es gab keine, keine Möglichkeit, dass alle aufeinander einredeten, sondern es ist, es war ein selbstmoderierendes, System sozusagen. Und das, als dann später dann auch mal die ersten Trolle auftauchten, die gab es natürlich dann auch, die halt so, ihr seid ja alle scheiße und so, gibt es da, kannst du dir vorstellen, quasi das Äquivalent dem heutigen Troll. Dann war das System zu dem Zeitpunkt auch schon so weit gereift, und zwar gar nicht technisch, sondern kulturell, dass wir dann Leuten, die halt sowieso immer rumhingen, so einen Moderatorenstatus gegeben haben, und die konnten dann die Trolle einfach stumm schalten. Das heißt, die Trolle haben zwar irgendwas gesagt, aber es hat sie halt keiner gehört. Und was machen Trolle dann, wenn sie keine Reaktion bekommen? Sie gehen. Sie hören, ziehen sie sich zurück. Genau. Ohne, dass irgendjemand was davon gemerkt hat. Also das war, das hat alles super funktioniert. Und diese Villa, das war für mich ein irres Erlebnis. Das war einfach, da steckt so viel drin. Also erstmal the power of voice. Ja, also die Kraft und Persönlichkeit und Emotionalität, die in menschlicher Stimmenansprache drinsteckte. Das war einfach, das war so ein beherrschendes Element in dieser Welt. Weil das war halt nicht irgendeine Textbox, wo du irgendwas reingeschrieben hast und Leute haben sich missverstanden. Sondern das war alles irgendwie ein ganz geordneter, angenehmer Kommunikationsraum, in dem man sich befunden hat. Und dann eben auch durch diese ganzen Stimmavatare und so einfach so viel Fun auch irgendwie hatte und so viel Witz hatte. Es war einfach irre. Ich hab zwölf Stunden lang am Tag hab ich irgendwie in diesem Laden gesessen, dieses System programmiert, bin dann nach Hause gefahren, kaum war ich zu Hause, das erste was ich gemacht hab ist, in eine Villa reingehen, weil da wollte man dann einfach sein irgendwie. Das Ding war die ganze Zeit irgendwie um mich herum. Naja, war natürlich dann auch besonders, weil man natürlich dann so als Programmierer des Systems natürlich auch so einen Sonderstatus genoss, auf den es mir jetzt nicht unbedingt ankam, aber dadurch hatte es natürlich auch nochmal so einen Extrareiz. aber die Lehren, die ich halt daraus gezogen habe, wie die Leute miteinander umgegangen sind, die hatten mir einfach schon klar kommuniziert, also so eine Audio-Welt ist einfach mal geiler. Auch weil, was wir auch beim Podcasting sehen, es so wunderbar vorurteilsfrei war. Das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, aber vielleicht jetzt auch noch nicht so oft, aber das muss man halt erwähnen, wenn die Villa ist. Also wir hatten halt, am Anfang haben wir ein paar Leuten diese Telefonnummer gegeben. Also das System lief gerade mal und wir brauchten jetzt einfach Tester. Und dann haben wir halt einfach ein paar Freunden Telefonnummer gegeben und dann dauerte es irgendwie zwei Wochen und die Hütte war voll. Und ich dachte mir, wo kommen die ganzen Leute her? Ich kenne die alle nicht. Wer ist das? Ja, es gab kein Internet. Man konnte das nicht twittern, man konnte das nicht posten, die Leute haben keine E-Mail benutzt, es gab nur Telefon. Und trotzdem war die Hütte voll. Und wir fragten uns, wo kommen diese Menschen her? Wie kann es sein, dass sich so ein Ding, was zu dem Zeitpunkt ja noch nichts war, sich so schnell rumsprach? Und das hat so lange gedauert, bis bei uns der Groschen fiel, dass es so eine Community ja schon gab. Und jetzt frage ich mich mal, ob ihr darauf kommt. Was, was für eine Art Community war schon so ähnlich, wie das, was wir da gebaut haben? Anyone? Telefon Erotik Services? Ne, das sollten wir ja erst bauen. und das ganze Projekt, ja, ja, das war ja von Beate Huse finanziert. Ach so, das war das von Beate Huse. Das war, als es diese 090er-Nummern aufkam, oder beziehungsweise aufkommen sollten, das war noch prä- 190er-Nummern, es war klar, dass es die geben würde. Und Beate Huse wollte halt irgendwie was Lustiges bauen. Oder wollte überhaupt irgendwas bauen. Und sie sind halt irgendwie an uns geraten. Und wir halt gleich hier, ja, wir machen hier Cyberspace und Tralala und Reeperbahn live und volles Programm und haben eben blaue Formübel versprochen. Lustigerweise aber auch gehalten technisch. Nur, dass wir halt eigentlich zu keinem Zeitpunkt wirklich jetzt ein großes Interesse an diesem ganzen Erotik-Klimpim hatten. Aber die Gelegenheit, mal ein bisschen Kohle zu verbraten und mal was Geiles zu bauen, war halt super. Und deswegen haben wir aber auch mit Villa Kunterbund angefangen. Also das war halt alles andere als schlüpfrig. Trotzdem hat das natürlich auch seinen Charme und seinen Reiz. Das war natürlich auch irgendwie sexy, diese ganze Kommunikation. Aber wie gesagt, das war nicht das Ding. Also das gab es alles noch gar nicht. Es gab dieses über Telefon irgendwo reinkommen, gab es nicht. Telefoniert hat man 1992, indem man jemanden anrief und sich mit dem unterhalten hat und dann hat man aufgelegt. Das war Telefonkommunikation Anfang der 90er. Ja, es gab ja auch noch keine Mobiltelefone. Es gab das ja alles nicht. Ich habe doch eine Zwischenfrage. Welche Community wäre denn da nah dran? Ja, welche Community wäre da nah dran? Was war die Zwischenfrage? Ich habe eine Zwischenfrage zu der Sache mit der Villa. Und zwar war 1992 auch die Documenta 9 und da gab es ein Projekt namens Piazza Virtuale. Richtig, richtig. Gab es da Berührungspunkte zu euch? Weil es gibt ja so ein paar Parallelen. Es war nicht das Gleiche, aber so ein paar Geschichten waren ähnlich. Wir kannten die Leute. Das waren die Ponton Media Labs, die waren auch in Hamburg wie wir auch, aber das waren tatsächlich zwei vollständig unterschiedliche Sachen. Aber schön, dass du das erwähnst, weil Piazza Virtuale war damals, das war auch super. Also ich würde sagen, die Villa und Piazza Virtuale, das waren damals einfach eigentlich die Leuchtturmprojekte, die aufgezeigt haben, dass so eine virtuelle Kommunikation in so Cyberräumen ein Ding ist. Die haben ja einen anderen Weg gewählt. Die hatten ja ihren Fernsehkanal und dann gab es diesen Fernsehkanal, da konntest du halt reingehen und dann, ich weiß nicht mehr ganz genau, was sie da alles gemacht haben. Das war dann so eine Mischung aus Clips, aber auch Text, Chat und SMS gab es ja auch noch nicht, aber im Prinzip haben die das auch schon mal pioniert und gezeigt, dass das geht. Da haben sich dann die Leute quasi um diesen visuellen Kanal herumgruppiert, während wir uns halt um diesen auditiven Kanal herumgruppiert haben. Audio war natürlich bei denen auch mit dabei, ich weiß jetzt gar nicht mal, ob man da auch anrufen konnte, weißt du das noch? Man konnte anrufen, ja, das meiste, was man allerdings gehört hat, weil immer wieder, der Rückkanal war irgendwie, glaube ich, nur über den Fernseher und die liefen damals oftmals, glaube ich, nur über den Kopernikus-Satelliten und dann haben viele den Rückkanal nicht in ihrem Telefon und das meiste, was man dann also die halbe Nacht über gehört haben, wenn die Voice-Kanäle offen waren, war, hallo, 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 hallo. Aber zwischendurch waren da immer wieder so Spiele, dass man mit DTMF zum Beispiel einen Roboterarm gesteuert hat oder sowas, sich da irgendwie durch Studio bewegte. Da waren äußerst coole Projekte dabei, ich habe nächtelang davor gesessen und das interessierte mich mal eben, ob ihr da irgendwie Kontakte hattet. Also es gab den Kontakt, ich war mal da, ich kannte auch viele Leute von denen, die da mitgemacht haben, da war auch einer vom CCC mit dabei und wir waren ja auch so ein recht CCC-nahes Projekt, also Audio-Land, so hieß das Projekt, das war, bestand eigentlich fast nur aus Club-Leuten damals. Nicht nur, aber vor allem. Und man kannte sich halt. Also ich meine, du kannst dir vorstellen, Anfang der 90er Jahre war jetzt diese ganze digitale Community ohnehin nicht sehr groß, so, also deutschlandweit gesehen. Und natürlich kannte man alle, die irgendwie in Hamburg in der Lage waren, Tasten zu heben. Ja, also das war auf jeden Fall, war auf jeden Fall auch ein sehr interessantes, sehr zukunftsweisendes Projekt, über das ich leider viel zu wenig erzählen kann, aber da müsste ich eigentlich mal einen Podcast so machen, fällt mir gerade ein. Aber um noch deine, deine Community-Frage aus meiner Sicht zu beantworten, das erste, was mir eingefallen ist, ist das Fido-Net. Ja, aber das ist ja Text. Ja, dann ist Funk. Also es ging, ging wirklich um Audio. Also deine Frage bezieht sich wirklich auf Audio. Okay. Ich, es kam im Hintergrund schon. Ich hätte einen Tipp. Hab ich gesagt. CB-Funker, genau. Richtig. Hallo, 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 von Lars hat mich gerade auf die Spur gebracht. Genau. Das war nämlich genau die Erkenntnis. Natürlich, es ist halt irgendwie an CB-Funker geraten. Und was machen CB-Funker? CB-Funker hängen auf dem selben Kanal rum. CB-Funker drücken eine Taste und sagen dann was und dann lassen sie die Taste wieder los und dann hören das alle in dem Moment zwar, ja, aber im Prinzip vom, ne, nur, dass man halt nicht Nachrichten aufzeichnen konnte, man konnte nur Leuten was senden, die in dem Moment auch, äh, online waren und so weiter, ne. Und als die dann irgendwie die Villa entdeckt haben, war, brach sich, äh, brach das natürlich dann total durch, weil alle merkten so, oh geil, genau das, was wir hier sowieso hobbymäßig machen, jetzt mit Telefon und in Geiler, alles war voll mit, mit CB-Funkern. Also nicht nur, aber auch und beziehungsweise über den CB-Funk hat sich das natürlich rumgesprochen, weil das war ja im Prinzip der einzige nennenswerte Citizen-Broadcast, hence CB, ja, äh, den es damals gab. und, äh, dadurch ging das so schnell. Und das war so die erste Erkenntnis. Und dann gab's halt noch so einen zweiten Effekt, dass ich irgendwie merkte, so, okay, hier sind jetzt echt ein paar nette Leute da, ne. Aber es gab so ein paar Leute, die waren einfach so unfassbar engagiert und so unglaublich, ähm, dabei und, äh, freundlich und jeden, der in die Villa reinkam, haben die gleich irgendwie so an die Hand genommen, weißt du, so Villa-Partinnen sozusagen. Und, ähm, das dauerte dann auch eine Weile, bis ich irgendwie gecheckt hab, was, was das jetzt für eine Bande ist. Es handelt es sich nämlich dabei um Blinde. Oder kurz gesagt, um das Hamburger Blindenheim. Wo natürlich die ganzen jungen Blinden die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, alter, wie geil, ein System, wo wir gleichberechtigt kommunizieren können like no other, ja, wo man, also, für die war das einfach der, das Megatool irgendwie. Also, das war ein Empowerment, was wir denen irgendwie dargereicht haben, ohne dass ich während der gesamten Entwicklungszeit auch nur eine Sekunde auf blinden Gedanken verschwindet hätte. Also, was, ich hab nie darüber nachgedacht, wen könnte das jetzt interessieren, weil wir waren so voll in unserem persönlichen Sog drin. und die Blinden, die, die waren einfach so geil, die haben irgendwie jeden Fehler gefunden vor allem. Also, die waren auch so unsere Debugger, ne. Die haben irgendwie jedes Detail, alles, was auch irgendwie ansatzweise nicht funktioniert hat oder in irgendeiner Form irgendeine Erratik an den Tag gelegt hat, das haben die halt gleich gefunden. Und dadurch, dass unser System technisch so nice war, dass wir das nie runterfahren mussten, man konnte quasi am lebenden Objekt das Programm ändern, waren das halt ganz, ganz coole Momente, ne, weil dann irgendwie, was weiß ich, du stehst dann irgendwie im Flur und dann geht der Fahrstuhl auf und dann kommt einer gerade aus dem Keller und sagt, ja, im Keller funktioniert das Telefon nicht. Da passiert irgendwie das und das. Ja, Moment, lass mich mal kurz schauen. Code, ah ja, da ist noch ein Bug drin. Zack, probier's nochmal aus. Ja, ich probier's mal aus. Verschwindet in den Fahrstuhl, fährt in den Keller, kommt wieder hoch aus dem Keller. Ja, jetzt geht's. Weißt du, so unfassbar. Sehr schön. Also, ich hab weit ausgeholt, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Ich hab einfach gemerkt, Audio, Kommunikation, Sprache, Stimme, das ist einfach mal so viel geiler als alles andere, was ich bis dahin kennengelernt hatte und das war's einfach so. Also, ja. Aber wie ist denn das dann zu Ende gegangen? Ich denke mir, Beate Use wird ja nicht das Geld investiert haben, damit blinde Mitmenschen und CB-Funker sich dann gegenseitig sagen können, ob im Keller Licht brennt. Also, das wird jetzt nicht das Geschäftsmodell sein. Nee, also tatsächlich, es entstanden später auf dieser Software-Plattform entstanden dann halt auch so Erotik-Landschaften. Irgendwie Knusperinsel hieß das dann. Und das lief so, naja, so minder gut, weil sich natürlich dann gezeigt hat, als die 190er-Nummern kamen, dass es halt eigentlich um Anrufen und dann direkt ran und, weißt du, keine großen Spielchen. Nur, das wusste zu dem Zeitpunkt ja noch keiner. Das war ja alles noch unerforschter Raum. Die Villa-Plattform ist dann, also Use ist dann anderer Wege gegangen und einer aus unserem Team hat das Projekt dann übernommen. Da war ich dann schon nicht mehr dabei und hat das dann weitergeführt und hat dann auf der Plattform, hat er dann, erstmal die Villa lief dann noch bis 2001 und hat dann eben weitere Audio-Welten noch gemacht, wo das auch ganz gut passte. Zum Beispiel so eine Star Trek-ähnliche Sache. Das hieß dann irgendwie Starbase 49 und war im Prinzip so für Trekkies. Ja, klar, natürlich. Da war dann die Welt halt die NCC 1701 und dann konntest du da Brücke und Sound und Türen Also diese ganzen Sounds, die ja auch nicht copyrightet waren, konnte man dann halt wunderbar verwenden. Ich hab da nicht so viel Zeit verbracht, weil ich war nicht so ein Trekkie, aber kannst dir vorstellen, dass wenn man so ein Trekkie ist, du gehst dann in so eine Audio-Welt rein und die lebt von demselben Klängen und derselben rein raus und jetzt spricht der Klingone und so. Ja, also das war halt einfach auch ein schönes Spiel und natürlich hast du da auch eine Community of like-minded people. Das lief ein paar Jahre dann auch ganz gut, aber es ist natürlich dann alles vom Internet auch komplett überrollt worden. Irgendwann war das natürlich dann einfach nicht mehr neu genug und muss ich euch ja jetzt nichts zu sagen, welche Popularität das Internet dann entwickelt hat, aber für die Zeit, wo das Netz das alles noch nicht bieten konnte oder noch nichts zu bieten hatte, lief das eigentlich ganz gut und die Villa lief ganz gut und als Pornosystem war es uninteressant. Also das hat natürlich nicht funktioniert, aber das konnte uns zu dem Zeitpunkt auch egal sein und zu dem Zeitpunkt war ich dann auch schon anderer Wege gegangen. Für mich war es halt spannend, als es alles neu war. Das ist ja bei mir so ein wiederkehrendes Meme. Ich kann mich immer nur mit so Sachen beschäftigen, die neu sind und wenn es halt irgendwie sich wiederholt, dann muss ich dann weiterziehen. So, das war also meine Entdeckung. Ja, okay. Das müssen wir gleich nochmal besprechen. Wenn es nicht mehr neu ist und du ziehst weiter, das könnte ja auch auf deine Tätigkeit im Podcastland sich so beziehen. Das könnte natürlich sein, ja. Dann müssen wir gleich nochmal dran. Aber jetzt sind wir ja noch gar nicht da. Nee, da sind wir noch gar nicht angekommen. Spoiler. Ihr wisst ja, dass ich immer ein bisschen weiter ausruhe. Aber du hast gefragt, wie bin ich zum Podcasting gekommen und ich kann dir sagen, das war definitiv eine wichtige Erfahrung. Das war etwas, wo ich einiges abgespeichert habe, obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, dass ich das irgendwann auch nochmal so wieder so zur Anwendung bringen würde. bin dann nach Berlin gegangen und das war dann so die Phase, wo ich dann enger beim CCC angedockt bin. Das wilde Jahrzehnt da. Und dann geschah es, dass es halt zwischen der Firma, an der ich damals arbeitete, die auch zu weiten Teilen so vom CCC besetzt war. Also das war jetzt auch so ein wiederkehrendes Memen. Also wenn du da erstmal so in dieser Landschaft gelandet bist, dann gehst du da auch irgendwie nicht so richtig weg. Du erinnerst manchmal deinen Ort, aber der Kulturraum zieht mit. Und da gab es dann halt in Berlin Kontakte zu Fritz und es entstand so die Idee, ach, der CCC könnte doch mal eine Radiosendung machen bei Fritz. Ja, müssen wir vielleicht sagen, Fritz ist ein Radiosender-Lokaler. Fritz ist ein Radiosender. Der ging damals noch als Jugendradio durch. Ich glaube, das kann man heute nur sehr eingeschränkt noch behaupten. War auch, sagen wir mal, der innovativste Radiosender, definitiv. Also da lief noch so einiges und von daher war das dann für die auch nicht schwer zu entscheiden, zu sagen, naja, okay, dann geht doch hier mal in unser Blue Moon-Segment rein, also in dieses 22 Uhr bis 1 Uhr Talkradio oder Anrufradio Segment und dann haben wir das halt einmal im Monat, immer im letzten Mittwoch und Monat befüllt mit unserem Quatsch und haben uns da hingesetzt und haben halt Chaosradio gemacht und haben halt so über unsere Sicht der Dinge gesprochen. Der ein oder andere wird ja sicherlich schon mal ein Chaosradio mitbekommen haben, läuft ja auch immer noch, gibt's, weiß ich, auch schon 200 x-te Sendungen und ist mit einem Bein ja auch immer noch bei Fritz, ist nur noch jede zweite Sendung bei Fritz, aber ich glaube, das ist so mit das älteste Format, was in Berlin überhaupt im Radio läuft, also so als Teilformate. Gibt's jetzt seit 95, sind jetzt fast 22 Jahre. Boah, Wahnsinn, Wahnsinn. Davon habe ich jetzt so die ersten 10, 15 begleitet, aber vor allem die ersten 10, weil ich kam halt so mit dazu, mit der Anbahnung hatte ich gar nichts zu tun, ich kam irgendwie aus dem Urlaub und Frank erzählte mir so, ja hier, wir machen jetzt Radio, du bist dabei und ich so, okay, alles klar und dann haben wir uns halt hingesetzt und geredet so und wie wir selbstverliebten Chaos-Nerds da halt Mitte der 90er Jahre, wir hielten es ja sowieso für die größten, weil Internet und Hacker und Cyber und weißt du, wurde ja alles populär, alles, alles was unser Hobby war und alles das, womit wir uns schon seit 10, 15 Jahren rumgeschlagen haben, war auf einmal cool so und wir hingen dann vor dem Mikrofon und konnten unsere Thesen in die Welt posauen, also das war schon ein recht privilegierter Moment und mir gefiel das irgendwie so als Quatschtante fand ich einfach so diesen Appeal, dass man sich irgendwo so hinsetzt und viele Leute hören an zu, fand ich irgendwie gut. Das hat mir gefallen, das hat mich in so einen Moment gebracht, weil ich eigentlich schon immer so einen Erklärbär-Moment in mir drin hatte. Ich hab das schon irgendwie in der Schule gemacht, ich hab immer großen Spaß dran gehabt, irgendwie meine Klassenkameraden oder welche Masse sich auch immer gerade anbot, irgendwie mit irgendwas zu bespielen und Dinge zu erklären. Was ich so nach Matheunterricht hab ich halt gerne anderen in der Klasse, die so mit Fragezeichen auf dem Stuhl zurückblieben, hab ich dann halt erklärt, was ich verstanden hab. Nicht, dass ich immer alles wusste, aber wenn ich was verstanden hatte, dann fand ich's für mich immer am produktivsten, das dann auch immer gleich anderen Leuten zu erklären, so wie ich's verstanden hab, weil ich gemerkt hab, dass ich's dadurch auch selber besser verstehe. Und das war immer so ein Moment bei mir, dass ich gerne einfach erklär, zusammenfass, mein Verständnis irgendwie nochmal wieder umkanalisiere, weil ich gemerkt hab, erklären und Zusammenhänge begreiflich machen ist einfach was, was mir liegt und was ich gern mach, was mir was bringt, was anderen Leuten auch was bringt und das finde ich ist ja immer das Geilste, weil man immer nur Sachen macht, die einem selber was bringen, dann wird man blöd und wenn man was findet, was einem selber Spaß macht, was selber einem was bringt, aber auch anderen was bringt, dann hat es irgendwie gleich einen ganz anderen Wert. Darf ich da mal eben nachfragen, hat das denn immer anderen was gebracht oder hast du auch mal das Erlebnis gehabt, dass sie gesagt haben, was ist das denn für einer, der meint wohl die Weißheit mit Löffeln gefressen zu haben oder so, der plusert sich jetzt hier auf, hast du auch mal so negative Rückmeldungen bekommen? Was weiß ich, musst du mich mal mit meinen Klassenkameraden unterhalten, wie die das Behinderung haben? Kann schon sein, aber ganz ehrlich, mir ging es nicht darum, ich habe das nicht jetzt gemacht, weil ich mich in der Rolle jetzt toll fand, das zu tun, ja, sondern ich fand es toll, das zu tun. Ich hatte einfach Spaß dabei, Leuten, die irgendwas noch nicht verstanden haben, was ich schon verstanden habe, es geht ja nicht um klüger sein oder so, vielleicht auch nur ein Zeitvektor, ich habe das schon verstanden, ich kann dir das erklären, du kannst mir andere Sachen erklären, die ich nicht verstanden habe, das ist ja ein Geben und ein Nehmen, das, weiß ich nicht, das hat mir irgendwie zugesagt und sicherlich, weiß ich nicht, ich habe mir mal ein paar Chaos-Radiosendungen angehört und teilweise komme ich da schon schwer ins Atmen, also wir waren jung und wir fanden uns schon toll, aber es war eigentlich gut gemeint. Sie waren jung und sie meinten es gut, genau. Ja, wir meinten es gut, wir fanden uns auch ein bisschen toll, ganz ehrlich, aber ich finde, es hielt sich auch in Grenzen, weil am Ende wollten wir auch was bewegen, wir wollten ja, das ist ja auch das Ding im Club, wir wollen ja da auch was erreichen, ja, der CCC versucht ja, die Öffentlichkeit zu informieren, versucht ja irgendwie auch Verständnis zu schaffen, Zusammenhänge begreiflich zu machen, auf Entwicklungen hinzuweisen, etc., all das ist ja das, was im Herzen dieses Clubs liegt und da passte das halt einfach wunderbar und ein zweiter Effekt von dieser Chaos-Radio-Sache war, dass wir einfach darüber einfach unheimlich viele neue Leute dazu bekommen haben, also der Club wuchs auf einmal durch diese Radiosendung, man merkte, dass viele auf einmal auf uns aufmerksam wurden und bei unseren Dienstagstreffen aufkreuzten, die einfach mega kompatibel waren und die dann einfach so in der Folge dann eben auch unsere Truppenstärke und Schlagkraft erhöht haben, einfach haben uns einfach super Hacker eingetreten, die uns darüber gefunden haben, sprich Chaos-Radio war halt einerseits eine schöne Therapie, so man konnte eben mal, also für mich jetzt zumindest, man konnte was erklären und konnte irgendwie reden und Witze machen, lustig sein, Spaß haben, wie bei Fritz rumsitzen, sich die Birne wegkiffen, war irgendwie alles ganz lustig und wir hatten halt so unseren Spaß in dem Zusammenhang auch Bezug nehmend auf das, womit wir unser Gespräch angefangen haben, kann ich dir mal Chaos-Radio 23 empfehlen, falls du es noch nicht gehört hast, da erfährst du alles über den Diskordianismus, was du wissen musst. So, vielen Dank, wird sofort notiert. Das war wahrscheinlich das beste Chaos-Radio, was wir jemals gemacht haben, also zumindest das, oder sagen wir mal so, das war auf jeden Fall das Chaos-Radio, was anders ist als alle anderen. Ich glaube, ich habe mir das mal versucht anzuhören, weil du bei NSFW da mal drauf hingewiesen hast oder so. Ja, ich glaube, kann sein, dass ich es irgendwann abgebrochen habe, weil ich nicht mehr mitgekommen bin oder so. Ja, die Leute hatten da schwer zu kauen irgendwie mit dieser Sendung, aber darum ging es ja auch. Also es war eine Sendung, die wollte nicht einfach sein. Aber es gab auch andere schöne Erlebnisse, was ich nie vergessen werde, ist die Sendung, die wir gemacht haben zur Wikipedia aus Radio 91. da kam auch alles zusammen, was irgendwie Radio kann. Du bist in so einem Thema dran. Man weiß auch schon, da geht was, aber keiner kannte Wikipedia da draußen. Niemand. Holgi nicht, der da die Sendung damals moderiert hat. und kann ich nur empfehlen, weil da hast du dieses Real-Time-Erlebnis Radio in par excellence, wie wir da sozusagen am zuckenden Objekt der Früh Wikipedia Holgi erklärt haben, wie Wikipedia funktioniert. Wo er dann so sitzt und so, was, wie? Ich kann das jetzt editieren. Ja, klar, dann gehst du auf edit und dann schreibst du da was rein. Wie schreibt da was rein? Irgendwie kann ich jetzt hier die Seite über Gott aufrufen und sagen, Gott ist doof. Ja, klar, mach doch. Weißt du? Das mach ich jetzt. So, dann hat das sich da irgendwie an dem Windows-Terminal verkrümelt. Wir haben irgendwie weitergequatscht und erklärt und dann hat sich dann irgendwann wieder zurückgewendet so, ich wollte das jetzt hier reinschreiben, aber das steht da jetzt schon. Ah, alles klar. Weil wir ja on-air waren, weißt du? Und dann kriegt ihr das auf einmal eine Dynamik und dann wurde die Seite gesperrt und alles so in Echtzeit, während diese Sendung ablief. Wahnsinn. Und man konnte alles daran erklären, wie Wikipedia funktioniert. Ja, jetzt sind die Admins gekommen, jetzt haben sie gemerkt, dass da ein Edit war ist, jetzt haben sie die Seite gesperrt und so weiter. Also alles, was so Wikipedia ausmacht, konnte man halt in dieser einen Sendung irgendwie durchatmen. Das war sehr schön. Naja, also. Und Holgi hast du auch da kennengelernt bei CE, bei Fritz. Genau. Ähm, wir haben ja mit Johnny Häusler seinerzeit gestartet. Ähm, das war quasi am Anfang. Dann ist Johnny weitergezogen, hat dann eine Firma gegründet, wollte andere Sachen machen, hatte keinen Bock mehr auf die ganze Moderationstätigkeit. Und dann hatten wir so verschiedene weitere Kandidaten. Max von Malotki hat's eine Weile gemacht. Äh, einen anderen, den ich jetzt vergessen hab. Und dann kam relativ früh halt Holgi. Und mit Holgi war das halt ganz gut, weil Holgi hat, ähm, finde ich damals sehr gut verstanden, wie wir uns so verstanden haben. Also, weil er, er ist nicht so in die Sendung reingekommen und hat das so gemacht, wie man so eine Radiosendung auf Fritz macht. Sondern der hat, ähm, begriffen, dass wir da eigentlich ein totales Eigenleben führen. Weil wir haben uns ja auch nie als Radiosendung auf Fritz verstanden. Oder von Fritz verstanden. Sondern wir haben eigentlich immer diesen Kanal gekapert. Das, das schließt dann auch mit den Jahren in zunehmendem Maße auf Widerstand bei Fritz. Weil sie natürlich Strukturen auch so ein bisschen verfestigt haben. Und dann irgendwie gesagt, ah, das ist ja alles gar nicht fritzig und unser Image. Und die machen ja da immer, was sie wollen. Und wir waren die Einzigen, die ein eigenes Kabel hatten im Studio. Da lag so im Bodentank, lag so ein Kabel, wo Chaosradio dran stand. Das wurde dann immer nur zur Sendung rausgeholt, damit wir da Internet hatten. Das hat sonst da keiner benutzt. Nur wieder reingegangen, das Chaosradio-Kabel aus dem Bodentank gezogen, damit es halt irgendwie ordentlich Netz gab. So was, ne? Sehr schön. Aber zu Stunden musst du dich dann schon dann auch anhalten. Also wenn dann volle Stunde waren, Nachrichten und so weiter, dann musst du dich überbrechen. Ja, ja. Und Musik. Und das hat mich irgendwie immer maßlos gestört. Aber vielleicht noch kurz zu Holgi, weil das ja auch ganz interessant ist, weil er ja auch so eine Podcasting-Karriere dann gemacht hat. Aber zu dem Zeitpunkt war er halt einfach Radiomoderator. Aber er hat verstanden, das rechne ich ihm sehr hoch an, er hat damals wirklich begriffen, dass wir da eine ganz eigene Welle fahren. Dass wir da eine Dynamik haben, die mit dem normalen Radioprogramm nichts zu tun hat. Und dass es viel besser ist, sich als Moderator komplett zurückzunehmen. Und er hat eigentlich die Sendung für uns gefahren und uns sozusagen das Kasperle, was er ja so wunderbar spielen kann, noch mit dazu gepackt. Und das war einfach eine goldene Kombination, weil er hat uns einfach machen lassen, wir konnten das Thema setzen, wir haben auch die Sendung gefahren, inhaltlich gefahren. Wir haben definiert, was geht. Er hat nie gesagt, ja, nee, und das war aber jetzt zu kompliziert oder jetzt müssen wir das anders strukturieren oder so. Das hat er nie gemacht. Sondern er hat sich eigentlich aufs Surfbrett gesetzt und von uns irgendwie durch den Ozean fahren lassen. Und das drückt sich auch in dieser Wikipedia-Sendung wunderbar aus, wo er einfach, weißt du, er hat sich da hingesetzt und hat einfach gelernt und hat einfach zugehört und hat einfach mitgespielt und dann eben seinen wunderbaren Humor da mit reingebracht und seine ganze Begleitdynamik, die er so entfalten kann. Und das war halt eine goldene Mischung. Das war einfach ein perfektes, da waren wir einfach wirklich ein perfektes Team und deswegen habe ich auch so einen guten Draht zu ihm bekommen. Und ich denke, er hat dann schon, auch wenn er es so vielleicht nicht damals formuliert hätte, verstanden, dass wir da eigentlich nicht irgendwie Radio machen, sondern, so sage ich das jetzt mal im Rückblick, eigentlich ist Chaos Radio von Anfang an ein Podcast gewesen, weil wir immer schon normal geredet haben und wir nie versucht haben, da irgendeinen Sendungspopanz aufzuziehen, sondern wir waren halt einfach so, wie wir waren. Wir sind da reingekommen, wo ist das Internetkabel, irgendwie, bau mal einen in die Tüte, sind wir schon drauf und einfach losgequatscht und uns hat uns der ganze Formatfimmel, der drumherum normalerweise stattfand, einfach nicht interessiert und da damals halt irgendwie die Leute ihre 22 Uhr Sendung da, die Redaktionsteam und so weiter, das lief halt immer alles so nebenbei, das hat sich keiner angehört, konnten wir da halt einfach zehn Jahre lang machen, was wir wollten. Ach, das war schon spaßig. Aber da habe ich halt gelernt, das ist jetzt quasi die zweite große Erkenntnisphase, da habe ich halt gelernt, dass erstmal, es geht anders, zweitens so Audience Building ist geil, so, weil wir haben halt darüber Leute gefunden, wir haben Community aufgebaut darüber und wir haben Themen gesetzt, die sonst keiner gesetzt hat. Ich meine, wir haben, ich will jetzt nicht wieder mit dem Wikipedia-Thema kommen, aber wir haben einfach das Internet erklärt und alle, wenn du die Sendungstitel mal so durchschaust, der ersten zehn Jahre, da sagst du heute so, ja klar, das ist das, was, ja Internet habt ihr erklärt, ja und, was ist da jetzt so dabei? Nur, dass das halt damals, war das so alien, das war einfach, wir haben uns da hingesetzt, über Chat-Systeme, Compiler, irgendwie, keine Ahnung, über jeden Kack, CPU-Architekturen und so weiter, die Leute saßen zu Hause und dann, wie war es, Fragezeichen und so, bis halt auf so ein paar Nerds, die dann irgendwie da reingehört haben und sich gedacht haben, wie geil ist denn das? Was sind denn das für Leute? Und die reden ja genau über das, was mich auch interessiert. Und darüber haben wir halt unser Community-Building gemacht und damit auch den Club extrem vorangebracht in Berlin und dann letztlich auch überregional. Naja, und dann, so aus meiner Perspektive war es dann halt, was du eben schon meintest, ne, das Wetter, die Nachrichten, wenn du heute so alte Chaos-Radiosendungen anhörst, ist es irgendwie ganz interessant, weil du hörst halt so uns reden über Internet und dann hörst du halt so Nachrichten mit der damaligen Realität, so, Helmut Kohl und so eine Sache halt, ne, was damals halt so die Realität war, was jetzt mittlerweile total ancient wirkt, aber das, also halt einfach die Realität der 90er und frühen 2000er Jahre, so, und dann gibt's ja immer wieder so Soundbytes, die hier gerne immer wieder bei Twitter rumgehen, wo dann irgendwie Fefa in der Sendung anrief, wir uns über Suchmaschinen unterhielten und er so, ja, da gibt's ja jetzt auch was Neues, hier Google, und ich so, wie, 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 wie hieß das? Weißt du? so auf Zuruf, so, ja, Google, da gibt's da so ein neues Projekt, das sieht ganz interessant aus, also wir haben sozusagen live da in so einer, in so einem Zeitraum Internet besprochen, wo das eigentlich, wo das Internet, was heutzutage selbstverständlich ist, noch gar nicht existierte, kein Facebook, kein Twitter, kein Google, später dann halt schon, aber eben auch nicht, und, Alter Vista, Digital.com hießen doch die Suchmaschinen damals, ja, genau, Alter Vista, genau, all diese ganzen Sachen, überhaupt die Bedeutung von Suchmaschinen war noch überhaupt nicht da, so, das, das waren alles noch Konzepte, die sich erst formen mussten, insofern vielleicht auch mal ganz interessant. Manuel gepflegtes Verzeichnis, bei Yahoo. Bei Yahoo, ja, genau, also all diese ganzen, äh, 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 naja, aber mich persönlich, ähm, störte halt jede Einflussnahme von außen, und da gehört halt auch sowas wie, Verkehrsfunk und, 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 und regelmäßige Nachrichten und Musik spielen und, 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 das war irgendwie alles schwierig, mal besser funktioniert, mal weniger, äh, funktioniert, und nebenbei habe ich mich dann halt so, 2003, ähm, fing das so an, mit den Blogs, 2003 kamen ja die Blogs auf, da war das Web dann irgendwie so weit, dass man langsam mal was damit anfangen konnte, und nicht nur irgendwelche bunten, äh, Internetvisitenkarten abgeworfen hat, sondern wo halt auch langsam mal was entstand, wo dann diese ganze Idee des, äh, Citizen-Content, äh, geboren wurde, ne, ne, User, wie hieß das damals, wenn man es so nannt, User, äh, Provided Content, ne, äh, User-Driven Content, wie auch immer, also so, äh, User-Generated Content, das war so ein bisschen das Schlagwort, so Anfang der 2000er, diese Vorstellung, dass die Leute da gar nicht so wie im Fernsehen immer nur konsumieren, sondern dass die Leute selber das Netz sind. Das war irgendwie neu, das, das, das musste alles erstmal irgendwie, ähm, ankommen in den, in den, in den Köpfen, und das hat sich dann auch technologisch halt, äh, evolviert und breit gemacht. Und dann kamen halt Blogs auf und Blogs waren eigentlich insofern sehr interessant, als dass, wenn man halt so einen Blog macht, also Blog hat ja quasi das Schreiben in so Artikelformen leicht gemacht. Das war quasi das erste Mal, dass es so mehr oder weniger leicht, mehr oder weniger leicht zu installierende oder benutzende Services auch gab oder man hat sich halt am Anfang natürlich erstmal seine eigenen Blogs installiert und Leute fingen dann einfach an, kluge Sachen ins Netz zu schreiben. Und das war natürlich die totale, ähm, Entdeckung, ne? Da kam ja auch früh dieser Begriff Blogosphäre auf und, und die Blogosphäre, da kannten sich dann alle und, äh, ich würde auch sagen, dass so viele der Leute, die heutzutage hier so in unseren Bubble Orten jetzt so die, äh, langsam zu den Elder Statements, Statements werden, Ich hab ja zum Beispiel Johnny Häusler schon erwähnt, der dann später, äh, äh, mit Markus Beckedahl und Freunden Republika gegründet hat, die haben ja auch alle als Blogger gestartet, Netzpolitik Org, Blog, auch heute noch, aber halt früh dabei, ne? Johnny Häusler mit Spreeblick, Blog, und diese, äh, all diese Leute, die in diesem Kosmos herumschwirren, ich will jetzt nicht so viel Name-Dropping, äh, betreiben, ihr wisst schon, ähm, das waren halt also die, die am Anfang diese Idee, dieses User-Generated-Content, was eigentlich mehr ein Marketing-Buzzwort war, quasi mit Leben gefüllt haben, also diese Blogosphäre gemacht haben und diese, diese Idee, dass man halt im Netz auch Gedankenräume aufspannen kann, Diskurse führen kann, über die Zukunft, äh, die Gegenwart diskutieren kann, Politik, äh, aufbringen kann, all diese ganzen Sachen, die so vorher ja nie existiert haben, weil Medien immer von oben nach unten durchgereicht wurden, durch Fernsehen oder Zeitung, und jetzt kam auf einmal dieser Content von unten und Blogs haben eben diese, äh, diese Idee des Syndication mit sich gebracht, man konnte nämlich sehr einfach die Inhalte anderer Blogs verfolgen durch RSS, das RSS-Format kam ja von den Blogs und man hatte dann halt seine Blog-Roll oder man hatte halt seinen Feed-Reader, hat halt die Feeds der anderen eingeatmet und konnte dann mit einem vergleichsweise geringen Aufwand relativ viel inhaltlicher Aktivität folgen, ohne dass das schon durch irgendeinen Twitter-Kondenser einem zugespült wurde oder dass Suchmaschinen einem das dargeboten hat, es gab kein News, Google kommen und so weiter, sondern man hat sich quasi, man hat so eine, so eine Filter-Autorität, so nannten wir das ja damals, äh, hergestellt, indem man gesagt hat, ich definiere, was meine Quellen sind, eine Quelle wie Spiegel Online ist absolut gleichberechtigt zu einer Quelle wie Spreeblick oder Netzpolitik Org und das ist jetzt meine Wahrnehmung der Welt, so, ich kann mir meine Quellen aussuchen und damit werte ich natürlich die Creator, die Leute, die halt an diesen Blogs, äh, Dinge schaffen, Inhalte schaffen, werte ich damit natürlich auf, ne, und dann kamen ja diese ganzen Diskussionen auf, so, jetzt kann ja jeder bloggen und ist das der neue Journalismus und werden die Zeitungen überleben und diese ganzen Debatten, die jetzt, Gott sei Dank, langsam alle endlich mal zu Ende sind oder in andere Richtungen zumindest eingeschlagen haben, aber das, das wurde ja da aktiv über Jahre geführt, diese ganze Debatte. Und ich hab auch ein bisschen gebloggt, ich hab da mal einen Blog da, Lunatic Fringe, das liegt jetzt auch schon seit ein paar Jahren, äh, brach, aber ich hab mich damit halt einfach beschäftigt, weil ich es halt auch technisch interessant fand, so, Web fand ich interessant, so, HTML, was man alles so lernen konnte und dann eben dieses RSS war eben besonders interessant, weil man auf einmal alle seine ganzen News Sources über ein einheitliches Format bekam. RSS wurde auf einmal zu der Quelle, so, man konnte irgendwie auch Wikipedia-Änderungen über RSS folgen, man konnte allem eigentlich im Netz, was sich irgendwie änderte, über RSS folgen und der, der News Reader, der RSS Client, war auf einmal ein mega mächtiges Werkzeug, was so vorher, wo es irgendwie keinen Vergleich zu gab und all die ganzen Power User, die das halt so damals zum Einsatz gebracht haben, naja, die fühlten sich natürlich dann auch gleich wie, super Leute im Netz, da war wieder die Überheblichkeit, ne, und ich hab das natürlich auch in vollen Zügen genossen, weil das für mich dann natürlich auch irre Quellen waren, die mich einfach, dadurch, dass ich so schnell so einen Zugang zu kluger Leute Sprech bekam, hat mich das natürlich dann auch aufgewertet, weil ich wusste mehr, ich wusste es schneller, ich wusste auch, wer die Leute sind, die welche Debatte in welchem Kontext führen, und hab einfach das Netz mehr oder weniger in Echtzeit genossen und fand das irgendwie alles ganz spannend, so, hab ein bisschen rumgeblockt und, naja, halt so ausprobiert, was man eben so macht, war aber dann am Ende irgendwie auf lange Sicht auch nicht so meins, ich fühlte mich da mit Chaos Radio eigentlich ja ganz wohl, nur, dass mich halt diese Formatierung irgendwie gestört hat und vor allem hat mich dieses Distributionsmodell gestört, UKW, ja, das war einfach, UKW fand ich einfach bekloppt, das endete irgendwie in den Grenzen von Brandenburg und da war dann auf einmal Schluss irgendwie, blöd, haben wir eine Weile gebraucht, dann haben wir am Anfang ja auch leider vergessen, die ersten Sendungen aufzuzeichnen, großer Fehler, die ersten zehn Sendungen sind leider verloren gegangen, aber dann haben wir es kontinuierlich aufgenommen, irgendwie auf die Server gepackt und dann, naja, dann merkte man schon so, dadurch, dass wir die Downloads angeboten haben, verbreitete sich das auf einmal auf eine ganz andere Art und Weise, auf einmal hörten halt Leute nicht nur in Berlin-Brandenburg Chaos Radio, sondern auf einmal hörten halt auch Leute im Rest von Deutschland Chaos Radio und es hörten auch Leute in den USA hörten Chaos Radio und in Australien und in Neuseeland hörten Leute Chaos Radio, weil es überall irgendwelche Experts gibt, die da halt rumsitzen und irgendwie nichts zu tun haben und irgendwie eine Verbindung mit ihrer Heimat suchen und natürlich dann in so einem Audio-Content Quellen finden, die es so vorher noch gar nicht gab. Und dann kam so diese eine Nacht, wo ich irgendwie durchs Netz surfte und dann stand auf einmal dieses Wort vor mir, ja Podcast, Podcasting. Podcasting ist, wenn du RSS nimmst und einen Link auf eine Audiodatei machst. und ich dachte mir so, wie geil ist das bitte. Ja, also RSS, einfach dieses Abo-Modell, von dem ich schon wusste, wie unfassbar, was das für eine irre Bedeutung hatte für diese Textwelt. Auf einmal diese Verbindung mit der Audio-Welt. Also das war, könnt ihr mir vielleicht ein bisschen nachleben, wie ich mich in dem Moment geführt habe. Das war einfach, mich traf der Blitz. Das war einfach, ich dachte mir nur so, ja, Radio machen und verteilen wie Blogs. Wie geil ist denn das bitte? Damit kann man irgendwie Communities aufbauen. Damit kann man irgendwie ein Sender-Empfänger-Verhältnis aufbauen, was es so noch nie gegeben hat. Das ist es einfach. Und ab dem Moment habe ich über nichts anderes mehr in meinem Leben nachgedacht, als einen Podcast zu starten. Und habe natürlich erst mal angefangen, welche zu hören. Und habe dann, glaube ich, ein Jahr lang nichts anderes gemacht, als Podcasts zu hören. Im Wesentlichen. Bis dann Apple kam und gesagt hat, wir haben das jetzt mal in iTunes eingebaut. Ich so, oh Gott. Jetzt geht es richtig zur Sache, weißt du? Der iPod, irgendwie iTunes. Da war mir jetzt klar, dass der Sturm losbrach und jetzt mal schnell mal die Fenster zumachen sollte und klarkommen sollte. Und dann habe ich mich halt hingesetzt, habe dieses Chaos-Radio-Podcast-Portal programmiert und habe halt Chaos-Radio als Podcast rausgebracht und mir gedacht, naja, also nur mit einem Podcast starten ist ja irgendwie, ist ja nix. Ich musste dann gleich ein Netzwerk draus machen, weil machte man ja so. Und habe dann eben Chaos-Radio-Express noch dazu erfunden, damit es schon mal zwei waren und nicht nur einer. und weil dann war das System sozusagen sofort für N und nicht für 1, was schon mal einen Unterschied macht. ne, weil ich hätte dann sozusagen jederzeit beliebig viele weitere Kanäle aufmachen. Habe ich auch eine Weile gemacht, gab dann auch ein paar andere, Chaos-Radio-International und noch ein paar andere Sachen, die wir da ausprobiert haben. Das hatte alles nicht so viel Erfolg. Ich habe teilweise die ganzen Kongress-Aufzeichnungen habe ich da als Feed veröffentlicht. Das lief eine Weile, aber dann kam ja YouTube und sein ganzes Kram, das wurde dann eben nicht so wichtig. Aber Podcast blieb und vor allem blieb halt mein Chaos-Radio-Express, was halt so die ersten 30 Sendungen so ein bisschen auf freier Formatsuche war und einfach erstmal nur der Versuch war von mir so ein bisschen das zusammenzubringen, was ich gerne machen will, was irgendwie geht, was inhaltlich zieht, wie kann ich das machen, mache ich das alleine, mache ich das mit mehreren, mache ich das zu zweit. Man wusste es ja nicht und dann bin ich dann irgendwann auf diesem Interview-Ding so ein bisschen hängen geblieben, weil ich gemerkt habe, das hat meiner Meinung nach genau die richtige Mischung aus, da kann man Leuten was erklären, da hat das irgendwie eine Dynamik, dann macht das Spaß zuzuhören und das ist auch vom Produktionsaufwand her zu handeln, da kommt so der Content mehr oder weniger von draußen, da muss man jetzt nicht stundenlang irgendwelche Sendungen vorbereiten und dann gelangweilt runterlesen in so einem bekloppten Monolog, was dann auch keinen interessiert. So und jetzt bin ich eigentlich soweit, dass ich deine Frage beantworten kann, wie bist du zum Podcasting gekommen, so bin ich zum Podcasting gekommen. Super, also eine Geschichte, die mit einem Blitzeinschlag sozusagen begonnen hat, quasi bei dir. Aufgehört. Ja, oder so, wenn man so will. Ja, begonnen hat sie mit allem, was ich gesagt habe, das ist alles auch wichtig gewesen, das ist alles dieses Audio und die Bedeutung von Stimme und Community und die Technologie und der Platz dieser Technologie und auch dieses Gespür für die richtige Distributionsmethode, das kommt alles zusammen. Podcast ist nicht nur das eine, es ist nicht nur, jemand erzählt was Interessantes, weil im Radio erzählen die auch was Interessantes. Trotzdem ist es irgendwie anders. Podcasts haben gepunktet in diesen zehn Jahren, wo wir irgendwie ignoriert wurden, durch Persönlichkeit, durch Emotionalität, durch andere Längen, andere Formate, auch durch Wahnsinn. Wir haben einfach alles mal ausprobiert, wir wissen, was nicht geht, wir wissen, was geht. Wir haben uns auch unsere Technologie zusammengebaut über die Jahre. Das sieht man sehr schön an dieser Sendung, was hier alles gerade zusammenkommt, zusammenkommt, weißt du, von dem ich vor zehn Jahren hätte nur für euch träumen können. Das sind alles so Bewegungen, die das dann eben schrittweise ausgehärtet haben und jetzt hat man schon eine ganz gute Basis und ich bin überhaupt nicht, deswegen hatte ich ja auf der letzten Subscribe dann auch so diesen Titel da gewählt für meinen kurzen Talk, die dritte Welle, weil ich halt sehe, okay, wir hatten schon mal so ein paar Hype-Wellen, das war ja, ganz am Anfang war es ja so dieses, ich weiß nicht, ob es euch so klar ist, 2004 war der Blog-Hype, ja, Blogs, alle reden über Blogs, oh, Menschen können jetzt selber ins Internet schreiben und jeder kann es lesen, werden die Zeitungen überleben, weißt du, das war so die Debatte. So, kochte kurz hoch, alle haben sich ein bisschen aufgeregt und sich wieder beruhigt. Nächstes Jahr, 2005, kam Podcasts mit iTunes, so, Apple macht jetzt Podcasts, alle, was, wie, was, man kann jetzt, man kann, man kann ins Internet rein sprechen und jeder, jeder kann das empfangen, wird das Radio überleben. Große Aufregung, das Radio, ja, und, und alle legen sich wieder schlafen. 2006, YouTube, Oh mein Gott, man kann Videos aufnehmen und ins Internet stellen und jeder kann sich das anschauen. Wird das Fernsehen überleben? Großer Hype, also es war drei Jahre lang hintereinander mit Text, mit Audio und dann mit Bild. Immer wieder dieselbe Geschichte und immer mit dem, mit derselben Erkenntnis, Leute, das ist ganz am Anfang, regt euch wieder ab. Hier ist noch ein ganz langer Weg zu gehen, aber eigentlich habt ihr recht, bloß jetzt noch nicht. Ne, und dann dauert es eine Weile und dann hat alles irgendwie nochmal so seinen Zwischendurch-Hype gehabt, Blogs haben irgendwie nochmal so einen Hype gehabt, Podcasts haben nochmal so einen zweiten Hype gehabt, Video hat so einen zweiten Hype gehabt, so, und dann haben es auch alle nochmal so nicht ernst genommen und jetzt ist das alles nochmal durch und heutzutage ist es normal, über Blog, äh, textbasierte Zeitungen quasi im Netz präsent zu sein, all die Marken, die sich da in den letzten Jahren, äh, gebildet haben, ja, sei es im Technologiebereich, The Verge oder sei es im Politbereich, Huffington Post und so weiter, die mögen jetzt alle noch nicht, äh, die Welt übernommen haben, aber die sind relevant, ja, die sind hochgradig relevant und, äh, mit YouTube ist, Video hat natürlich dann ein bisschen, äh, überholt, weil natürlich Fernsehen einfach eine ganz andere, schwere, äh, mit sich bringt, aber ich meine, heutzutage ist uns auch klar, irgendwie YouTube owned, jetzt habe ich gerade neueste Zahlen gehört, irgendwie, owned irgendwie so 25% aller Views, so, ne, also da gibt es so Fernsehen und dann gibt es YouTube und nur über diesen einen Kanal, über diese eine Webseite läuft irgendwie 25% des audiovisuellen Konsums ab, mittlerweile auf diesem Planeten, das ist irre, ja, und Podcasting war halt immer so ein bisschen unter dem Radar, weil die Leute nicht verstanden haben, dass, dass das auch was abdeckt, ne, Video ist immer so brüllend laut und, äh, dann diese Klickzahlen und, ach Gott, und guck mal, dieser YouTuber, der hat ja so und so viele Millionen Views und was sind denn das für unfassbare Aufmerksamkeiten, die da erzeugt werden, dass die meisten Leute das da zwar irgendwie durchrattern lassen und da irgendwelche Counter hochzählen, aber am Ende relativ wenig davon hängen bleibt und das auch alles nicht so eine schwere und Relevanz bekommt, das versteht man jetzt langsam, ne, man merkt, dass jetzt eine, dass du so eine YouTube View Zahl musst du halt mindestens durch 100, wenn nicht sogar durch 1000 Zahlen teilen, bevor du da irgendeine quantitative Relevanz draus abziehen kannst, nur im Podcast-Land ist das anders, weil bei Audio hören die Leute, wenn sie zuhören, gut zu und bewusst dazu und wenn man sich für so einen Podcast-Kanal entscheidet, dann ist das schon, allein schon diese Auswahl schon relevant, das heißt, hast du irgendwie in einem stark nischigen Thema 100 Hörer, dann ist das keine schlechte Zahl, sondern das sind 100 Leute, die echt engagiert sind, hast du 1000 Hörer, dann ist das schon was, hast du 10.000 Hörer, Hammer, so, und, äh, jetzt entdeckt man halt so, oh weia, mit Podcasts kriegt man irgendwie ganz andere Audiences hin, mit Podcasts kriegt man ganz andere Aufmerksamkeitsökonomie hin, mit Podcasts kriegt man im Übrigen auch ganz andere Werbewert, ja, also diese ganze Werbung schalten in Podcasts, diese, wie heißt das nochmal, diese TKP-Preise, diese Tausender-Kontaktpreise, ja, die sind ja bei YouTube und so weiter und im Web ohnehin, weil das alles so zugespammt und zugeskriptet ist, sind diese Preise ja schon seit Jahren im Keller, ja, da reden wir über Cent-Beträge und dann kommen so diese Podcasts da, diese paar etablierten Tech-Podcasts an und sagen, ja, hier, schalt doch mal Werbung irgendwie, für 30 Sekunden nehmen wir mal 5000 Dollar, und alle so, wie, was, so, wie, was, was, was macht ihr? So, ja, wir haben hier geile Audience, wir haben hier irgendwie, die Leute hören auch zu, die hören sich sogar die Werbung an und die hören uns überhaupt auch generell zu und die gehen auch so schnell nicht wieder weg und das sind übrigens auch alles kluge Leute und die haben auch Geld und die haben Einfluss und die haben irgendwie ihre eigenen Bubbles, die sie mit dem Inhalt, den sie hier hören, bespielen und das geht hier alles rum und wir haben hier einfach eine Relevanz wie eine Bleikugel und das ist das, was halt jetzt so vielen auf einmal so klar wird, dass, dass du hier es mit einem Medium zu tun hast, was ganz anders funktioniert, also was, was ganz anders abstrahlt und das ist der Grund, warum Zeit Online Podcasts startet, warum Spiegel Online, warum jedes Blatt heutzutage, ob es Washington Post ist oder New York Times, alle haben Podcasts, weil sie verstehen, dass sie damit eine Zielgruppe beackern können, die sie mit ihrem ganzen anderen Scheiß einfach nicht kriegen oder zumindest nicht mit denselben Inhalten kriegen und nicht mit denselben Grip erhalten, so und deswegen dritte Welle, jetzt ist der Punkt gekommen, wo das Medium ernst genommen wird, weil die Leute langsam anfangen zu verstehen, wovon wir seit 10 Jahren die ganze Zeit reden, dass das nämlich was anderes ist. Ist das wirklich so, dass sie das verstanden haben oder ist das einfach so ein Nachahmen und auf einen fahrenden Zug aufspringen, um dann irgendwie das auch noch mitzunehmen oder so? Sie ahnen es, sie ahnen es, aber es gibt auch Checker, also ich meine es gibt ja, ich mag das ja auch an meiner Arbeit. Als ich angefangen habe 2009, als für mich so die Frage stand so, okay, ist das jetzt ein Hobby von dir und du musst jetzt, keine Ahnung, auf irgendeinen Digitalstrich gehen, um deine Kohle zusammenzukriegen oder geht da was? So, da habe ich mich ja gefragt, was muss ich jetzt eigentlich machen, um zu überleben? Muss ich jetzt irgendwie mein eigenes Programm machen oder muss ich anderer Leute Programm machen? Und eigentlich wollte ich ja mein eigenes Programm machen und dann habe ich halt gemerkt so, wenn man mal fragt, dann spenden die Leute sogar was und offensichtlich ist es denen was wert. Spende ist immer so ein komisches Wort. Also dieser Beitrag, den die Leute bereit sind zu zahlen, ist ja eigentlich so eine Art Versicherungsprämie. Aha, für wen? Für dich? Nee, für die Hörenden. Die versichern sich dagegen, dass Montag nicht auf einmal der Podcast zu Ende ist. Okay, verstehe. Ja, also es ist ja so, ja was wäre denn jetzt, wenn Meta-Ebene hier Finale ankündigt und sagt so, ja okay, das war's. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ich werde jetzt Maler auf den Antellen oder, keine Ahnung. Könnte ja sein, ja. Manch einer würde wahrscheinlich sagen, jo, habe ich immer gewusst. Ja, aber ein paar Leute würden halt auch sagen, wie, was, aufhören? Irgendwie hast du noch alle? So, äh, nee, nee. Na klar, viele, viele. Das ist jetzt, das ist, aber damit meine ich jetzt nicht nur mein Programm, sondern so generell. Weil, weil für viele, ihr kennt sicherlich diesen Satz so, Dollar-Podcast ist ein Teil meines Lebens geworden. Das habt ihr alle schon mal gehört. Und das ist halt auch so, weil das eben so, weil wir das Begleitprogramm für die langweiligen Routinen des Lebens geworden sind. Ob es Sport oder zur Arbeit fahren, oder Wohnung putzen ist, wir kennen diese ganzen Beispiele, wir haben es schon tausendmal auf das Subscribe runtergebetet, jeder kennt das. Podcasts sind ein Begleiter im Leben und sind auch ein Anker in Welten, die man nicht wissen möchte. Was ich vorhin schon mal auch erwähnt hatte mit den ganzen, ähm, Äh, Expats. Ja, so, also Leute, die andere Länder ziehen. Ja, stell dir mal vor, du ziehst jetzt nach, pfff, Neuseeland. Schönes Land, ja, gibt's keine Raubtiere, hast alles Berge, Strand, deine Ruhe, politisch irgendwie alles halbwegs stabil. Hast vielleicht auch einen guten, äh, Draht zur Bevölkerung, aber du hast halt auch immer so ein gewisses, was ist denn jetzt eigentlich in Deutschland los? So, ne? Du willst irgendwie so, und dann schaltest du irgendwie, was machst du dann? Deutsche Welle einschalten? Oder dir irgendwie, äh, das Online-Programm von der DL Plus runterladen? Ne, Tagesschau. Ja, Tagesschau. Das ist es doch alles nicht. So, aber wenn du dir dann irgendwie 10, 20 Podcasts abonniert, wo die Leute einfach quatschen, wie, als wenn du gerade mit ihnen in der Küche, äh, auf irgendeiner, äh, Schulparty sitzt, so, mit deinen Klassenkameraden, wo, äh, ganz normal in dem gesellschaftlichen Spannungsfeld, in dem wir uns halt immer fortwährend jeweils befinden, über Sachen geredet wird, ja, und teilweise vielleicht eben dann auch noch, wenn es gut läuft, unterhaltsam das getan wird, ne? Not Safe for Work war im Prinzip genau so ein Programm, ja, das war Quatsch für Leute, wo wir uns aber auch, ähm, über normale Dinge, die gerade so laufen, Terror waren, oder was auch immer unterhalten haben, ohne uns dabei jetzt zu ernst zu nehmen und halt auch so einen gewissen Unterhaltungsfaktor auch nochmal, sagen wir mal, mehr betonen, als man es vielleicht sonst tun würde und dann ist das halt etwas, was du gerne hörst, also sowas würde ich auch gerne hören, wenn ich da irgendwie in Neuseeland rumhänge, zwei Jahre oder drei Jahre, das, weil ich dann einen Bezug kriege zu, zu dem, was mich, was kulturell ja zu mir gehört, ne, mein, mein Kulturkreis und so interessant ist es, andere Kulturkreise kennenzulernen, das ist halt auch mal interessant, einfach auch seinen Kulturkreis mit in die Tasche an den Strand zu nehmen und ich denke, das sind so Elemente, die Podcasting einfach bedient like no other, also da gibt's nichts, würde mir nichts einfallen, da kannst du mit YouTube nichts erreichen, da kannst du alles vergessen, Podcast ist da einfach mal geiler, ja, so und deswegen ist das so sustainable und ich hab mir halt dann auch überlegt, okay, was machst du denn jetzt und hab dann halt gemerkt, okay, offenbar gibt's ein paar Leute, die finden das irgendwie ganz gut oder anders ausgedrückt, finden den Gedanken, dass ich das jetzt sein lassen würde, schlecht, so, ja, äh, andererseits, aber darauf wollte ich ja hinaus gerade, hab ich dann eben auch recht früher Leute kennengelernt, äh, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, ich hab ganz am Anfang meine erste Auftragsarbeit, die ich mal gemacht hab, war diese Interviewserie für die Aktion Mensch. Die Gesellschafter, oder? Die Gesellschafter, genau, so, das war auch ganz interessant, ähm, ich fand das auch selber interessant, weil ich halt einfach so in, mal so Welten reingegangen bin, die ich noch so gar nicht so beleuchtet hatte, aber halt so mit meinem etablierten Interviewformat, aber das Projekt war halt deshalb möglich, weil es halt bei der Aktion Mensch jemanden gab, der das auch verstanden hat, der Podcast gehört hat, dem ich das alles nicht erklären musste, sondern er merkte, ich hab dem das mal so gepitcht, hab gesagt, überleg doch mal hier irgendwie Interview, kennst, weißt doch, was ich mach, so, würde das nicht auch für euren Themenbereich gut passen, so, hat dann auch gut gepasst, oder jetzt mit dem Forschergeist, was ich mach, ne, Stifterverband, da gibt's halt auch eine Person, die das einfach begriffen hat, dem muss ich das nicht erklären, die sind von sich aus auf mich zugekommen und gesagt, so, ja, auf die Art wollen wir jetzt auch gerne mal nach außen strahlen, weil wir glauben, dass das, dass das, dass das Gewicht hat, dass das einfach eine ganz andere Seite von uns zeigt, wenn wir darüber quasi so unsere Welt abbilden, ohne da jetzt so eine Werbeveranstaltung draus zu machen, und ich hab auch nur gesagt, super Idee, irgendwie lass machen, so, und das, das sind halt so Dinge, das heißt, die Leute, weil deine Frage war ja, verstehen die das oder laufen die nur mit? Beides. Also es gibt da Leute, die verstehen das, und es gibt natürlich auch Leute, die das machen, weil die anderen das machen. Und ob sie es dann in dem Zuge verstehen, sei dahingestellt, weiß ich nicht, keine Ahnung, ist eine individuelle Geschichte, aber ich glaub jetzt auch nicht, dass wir uns jetzt in so einem luftleeren Hype-Raum befinden, wo jetzt gerade mal ein paar Podcasts produziert werden, weil das jetzt Talk of the Town ist, weil so hypig ist es ja dann nun auch wieder nicht, sondern der aktuelle Hype nährt sich ja eher aus einem Nicht-Hype, der nährt sich ja eher aus der Erkenntnis, oh wow, es gibt mega etablierte Podcasts, die haben viele Hörer, die können richtig Community mitnehmen, die haben Einfluss. Ich hör zum Beispiel gerade sehr gerne in den USA hier dieses neue Podcast-Netzwerk Crooked, Crooked Media. Ja, hast du mal was von gehört? Nein, noch nicht. Also ich nicht, die anderen vielleicht. Nee, Crooked Media, gegründet von, glaube ich, von drei Leuten, die sind ehemalige Redenschreiber von Barack Obama, die natürlich jetzt quasi arbeitslos worden sind mit dem Ende seiner Präsidentschaft oder auch teilweise vorher schon ausgestiegen sind, im Einzelnen weiß ich das jetzt nicht und die dann natürlich haben kommen sehen, was wir alle haben, jetzt alle das ganze Jahr über schon sehen, ne, dieser Wahnsinn, der sich da, äh, gerade Bahn bricht und ihre Reaktion war, okay, da müssen wir jetzt was gegen machen, wir müssen jetzt hier, äh, die aufgeschlossenen, klugen Menschen, die es in den USA gibt, müssen wir jetzt irgendwie an den Tisch kriegen und wir müssen jetzt hier irgendwie unseren Aktivismus auf die Reihe kriegen und deswegen auch dieser schöne Name, Crooked Media zieht sich natürlich auf dieses Crooked Hillary-Meme, ne, ja, hier, wir sind die, die Crooked Media und wir machen jetzt hier mal Crooked Media und haben halt mit einem Podcast angefangen, der erste hieß, ähm, Pod Save the World und das ist so ein bisschen so der, davon habe ich gehört, genau, ich wollte gerade sagen, das, das, das Bild der ehemaligen Redenschreiber, das kommt mir jetzt gerade wieder sehr vertraut vor, nur der Name Crooked Media, der kann mir jetzt nicht so, genau, also Crooked Media ist der Netzwerkname und unter Crooked Media findest du halt mittlerweile die haben glaube ich fünf, sechs, sieben, acht verschiedene Crooked Conversations und irgendwie, äh, ich kann sie gar nicht alle aufzählen, also die haben da schon eine ganze Batterie von Podcasts mit teilweise denselben, teilweise anderen, äh, Hosts und die, äh, fahren durch die USA, der eine Podcast ist glaube ich nur live, der, der fährt von Tag zu Tag, von Stadt zu Stadt, von Bühne zu Bühne und macht diese Sendung on stage mit irgendwie hunderten, tausenden Zuschauern und das geht alles total irre ab da, ähm, machen irgendwie, Podcasts sind wir jetzt glaube ich so zweimal die Woche und, äh, andere sind vielleicht, ich weiß nicht, nicht genau, einmal die Woche irgendwie sowas öfter, weniger, je nachdem, also die, die haben da so ihren Modus auch, äh, gefunden, sind in ihrer Bubble halt auch schon total Stars, auch zu Recht, wie ich finde, weil sie sind erstens klug, zweitens wissen sie, wovon sie reden, drittens sind sie extrem unterhaltsam, also wirklich hilarious, wirklich lustig und, und die nutzen alles aus, was Podcasts, äh, können, also, nicht ausnutzen im Sinne von, dass sie es ausquetschen, sondern, das passt einfach, das was sie da machen, passt einfach perfekt auf das Medium, das Medium passt perfekt auf das, was ihr Anliegen ist, sie wollen Leute erreichen, sie wollen da irgendwie eine Bindung schaffen, sie wollen da Motivation drüber bringen, sie wollen, äh, Aktivismus und, und Bewegung, die wollen da ein Movement, äh, äh, starten und, und ihr Tool ist Podcast, so, das, das ist der, das Herz, dieser gesamten Unternehmung und die strahlen mittlerweile in diese ganze demokratische, äh, Party, äh, extrem rein, die sind da richtig bekannt und, und, und die machen da richtig Welle und, und, und die bringen halt all die Leute da auch vor das Mikrofon und man kriegt da einen Einblick in, in was so hinter den Kulissen in Amerika, abläuft, sowohl im Guten wie im Schlechten, äh, die nicht so aus CNN oder so einfach nicht rauslesen könnte, so ist, ich, derzeit, ich weiß einfach Bescheid, was gerade in den USA abgeht, mehr, also ich hab mich mehr mit dem, mit dem täglichen politischen Geschehen in den USA beschäftigt im letzten halben Jahr, als, äh, mit dem Schnarchprogramm, was hier in Deutschland abgeht, also, Sondierungen, Jamaika, glaubst, dem hab ich keine Sekunde meines Tages gewidmet, das war für mich, so uninteressant, ich dachte mir, da kommt bestimmt eh nix bei raus und war's ja dann am Ende auch, ja, so, also, obwohl, du hattest ja mal den Blick nach Deutschland mit dem Bundesradio gerichtet, wo heute vielleicht Lage der Nationen ein, ein Nachfolgeformat ist, das war ja mal, du hast ja mal auf, nach innen geschaut quasi, genau, also wir hatten damals ne, genau, Bundesradio war, war so, ich finde, also wir lagen da, glaub ich, ganz richtig, ich glaub, Lage der Nationen, finde ich, ist jetzt implementiert das, was wir mit Bundesradio angedacht haben, auf ne andere Art, die auch viel besser passt, so, aber die Intention war dieselbe, wir wollen aktuelle politische Debatten, ähm, in die Podcastlandschaft tragen, weil wir der Meinung waren, dass, dass, dass das da viel interessanter ist und ich muss grad auch schmunzeln, als jetzt letzte Lage der Nationen war, ging's um, äh, unter anderem auch um, hier jetzt GroKo und was denn da so, sozusagen jetzt Thema sein könnte und Bürgerversicherung und, ne, und was das für eine Aus, äh, Auswirkung hat aufs, also was für eine Auswirkung haben könnte auf unser Gesundheitsversicherungswesen, ne, und am Ende, äh, oder im Gespräch darüber, verwies, äh, Philipp dann halt auch auf Bundesradio, Ausgabe Nummer 6, wo wir schon mal über das Gesundheitswesen eine längere Sendung gemeinsam gemacht haben, wo ich mir dachte, so genau, ja, das, ne, perfekter, perfekter Anschluss, so, äh, wir hatten halt damals noch so diese Idee, wir gehen in die Ausschüsse rein und, 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 und versuchen da sozusagen, äh, das zu machen, mit Ulf hat er natürlich jetzt jemanden gefunden, der eben, sagen wir mal permanent in diesem politischen Prozess ohnehin drin ist und da auch ganz andere Kontakte hat, als Richter natürlich auch einen ganz anderen, äh, Einblick hat, ne Rolle, die ich so, so nie hätte, äh, spielen können, ne, ne, mein Philipp war ja auch Journalist sozusagen, also es ist ja auch mehr so, ich trage das rein, ist zwar gut informiert, aber ist ja jetzt nicht selber ein Player im politischen Geschäft, das ist Ulf auch nur eingeschränkt, aber eben mehr noch und so in dieser Kombination ergänzen die sich da halt ganz gut, äh, Philipp und ich wären halt beide quasi dasselbe mehr oder weniger gewesen, wir hatten zwar einen anderen Style, aber eigentlich haben wir beide das gleiche gemacht und wir haben uns eigentlich für dieses Projekt ja eigentlich nur zusammengefunden, weil wir dachten, okay, wir haben beide, äh, also mit Philipp habe ich ja auch schon sehr, sehr, sehr früh Kontakt gehabt, der hat ja mit Küchenradio, äh, seine Sendung ja noch früher auf dem ETA gehabt als ich, der war irgendwie noch mal ein halbes Jahr früher dran, also zu dem Zeitpunkt wusste ich schon, dass ich einen Podcast machen will, aber er hat sie halt auch schon veröffentlicht, und, ähm, als ich ihn dann, äh, besser kennengelernt hatte, ich war mal bei Küchenradio zu Gast, hab mich da mal frech eingeladen und, äh, dann kam er halt so, äh, in Kontakt und ich hab halt, Philipp war schon einer von denen, die von Anfang an auch die Gravitas von Podcasts genau so verstanden haben, wie ich auch, also bei ihm war ich mir von Anfang, also der hat das schon immer gecheckt, ja, also Philipp ist einfach ein totaler Podcast-Checker, der hat das total verstanden, und da waren wir irgendwie auf einer Linie und deswegen sind wir dann auch so zusammengekommen und ich weiß gar nicht, wer da die Initiative hatte, aber auf jeden Fall irgendwann stand dieses Bundesradio dann so, los, wir probieren das jetzt einfach mal, und dann waren wir ja noch so ein bisschen auf der Suche und suchen wir uns dann Sponsor, und dann war ja auch noch nicht so klar, kann sich das durch Spenden tragen und so weiter, und all diese Sachen, die wir heute wissen, äh, waren ja noch offen, und wir haben es halt einfach mal experimentell gemacht, und ich finde, das steht jetzt so für sich so im Raum und im Netz, und dann kann man sich mal angucken, wie so eine frühe Ideenverfolgung aussehen konnte, aber im Prinzip ist Lage der Nation jetzt quasi die, das eigentliche Bundesradio, so, dass die machen jetzt das, was wir wahrscheinlich so hätten auch machen müssen, aber so gar nicht, äh, gekonnt hätten, und was wahrscheinlich seiner Zeit auch damals noch ein bisschen, äh, voraus gewesen wäre, und jetzt, wo so Podcasts eben Abonnieren jetzt nicht mehr nur so ein Nischending ist, was, wo man die Leute noch so richtig mit der Schubkarre hinfahren muss, sondern wo du heutzutage sagen kannst, ja, hier, wir machen jetzt einen Podcast, kannst du abonnieren, sehr viel mehr muss man ja heute kaum noch sagen, ja, also es gibt natürlich noch Leute, denen es mehr erklären muss, aber ihr wisst es, also es, das ändert sich jetzt gerade, also du kannst jetzt sagen, ich mache einen Podcast, und du musst nicht danach erklären, was RSS ist, es ist da, ja, die Leute haben verstanden, Podcasts gibt es, und die gehen auch nicht wieder weg, ja, und, äh, kurz gesagt, die, die Wahrnehmung ist, äh, anders, und ich glaube, der Durchbruch ist jetzt da, dritte Welle, und weitere Wellen brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Bist du froh um diese Welle? Das klingt so, ja. Ja, na klar, das ist das, was ich immer gesagt habe. Ja, ist das sowas wie, da sind wir jetzt angekommen, also, deine Prophezeiung ist sozusagen, hat sich, äh, also, wie heißt das so schön, wir befinden uns in Übereinstimmung mit der Prophezeiung. Ja, genau, genau, genau das. Ist dann jetzt sozusagen der, das ist genau, das ist genau das, was mir der Blitz vor zwölf Jahren gesagt hat. Das, das war genau das, was ich, was, was mir klar war. Also, das war, weiß nicht, mir war das klar. Das geht nicht wieder weg, das, das wird funktionieren, das ist der Ort, wo man alternativ seine Fakten ausbreiten kann. Ich habe das ja zu dem Zeitpunkt schon zehn Jahre lang gemacht gehabt mit Chaos Radio. Ja, das war ja jetzt nicht komplett neu, sondern ich habe halt nur gesehen, ah, das ist also jetzt der Distributionskanal, wo wir das, was wir jetzt hier in einem anderen Distributionskanal mit, mit Schwierigkeiten versucht haben, perfekt machen kann. Und das wird dann auch die entsprechenden, äh, Wirkungen erzielen. Aber du befindest dich dann nicht mehr, befindest dich dann nicht mehr an der blutigen Kante, wo du dich ja nach eigenen Aussagen so wohlfühlst. Ähm, ist das dann noch deine Welt, oder, das ist ja dann etwas anders. Ja, naja, ich denke schon ein bisschen länger natürlich darüber nach, was, was so jetzt so das nächste, äh, Ding ist. Und das tritt jetzt auch teilweise schon ein. Also, was mir vor, also schon mit Bundesradio, waren wir on stage. Wir haben diese Bundestagswahl damals auf einer Bühne gemacht, Philipp und ich, das war jetzt die, das ist acht Jahre her. Das war die vorvorletzte Bundestagswahl. Vor acht Jahren waren wir mit einem Podcast auf der Bühne. Ja, das war die, mit dem Deutschlandfunk sogar zusammen, ne? War da nicht der Manfred Kläuber auch irgendwie? Das war, ja, das war so die, das ist ganz groß, ne? Das ist Philips, Philips Peer Group, also das waren Freunde. Das war jetzt nicht der Deutschlandfunk. Die waren viele, Philipp arbeitet da ja, klar, ne? Also das, da waren verschiedene Leute, äh, dabei haben mitgeholfen, aber, ähm, das war jetzt nicht vom Deutschlandfunk, sondern wir haben das selber gemacht. Wir haben diese ganze Bühne-Organisation selber gemacht. Wir haben uns da ein Team zusammengebaut, da Max Winde war da noch irgendwie als Co-Host noch mit dabei. Äh, wir hatten irgendwie zwei Leute, die hinten halt die, äh, Gäste koordiniert haben. Wir haben das halt im Vorfeld geplant und haben dann diesen, auch, uns auch diesen, äh, zehn Minuten pro Gast, äh, Modus einfallen lassen, was ganz gut funktioniert hat. Ähm, ähnlicher Form lief ja jetzt jüngst, äh, Logbuch Netzpolitik, äh, ab mit einem etwas anderen Taktung, aber im Prinzip war, damit auch bewiesen, dass so Podcasts auf der Bühne wunderbar funktionieren kann. Und, äh, das war mir dann schon lange klar, dass ich das eigentlich, äh, noch häufiger machen möchte, dass ich gerne, dass, also, dass ich glaube, dass Podcasts, ähm, sehr gut funktionieren in, in so einer, äh, Teilöffentlichkeit, also so einer Publikums, äh, Öffentlichkeit. Und ich war, glaube ich, ein bisschen nachlässig. Ich hätte auch schon früher, äh, mal damit richtig loslegen sollen oder wollte schon eigentlich schon längere Zeit das machen, sodass ich hier und da, äh, auch mal wieder überholt wurde, aber, wie gesagt, vor acht Jahren war mir das eigentlich schon klar, dass das gut zusammenpasst, weil, diese Stimmen, die du dann immer hörst, da möchtest du dann natürlich auch ganz gerne mal wissen, wer ist denn das nun eigentlich? Das habe ich mit diesen Hörertreffen, habe ich das auch stark gemerkt, dass, ne, dass es da diesen, diesen, diesen Kontaktwunsch auch, äh, gibt und, ich glaube, das kann man halt noch ausbauen. Und jetzt, äh, ist mir dann jetzt auch endlich, jetzt vor zwei Monaten, habe ich ja, dann endlich, was ich auch schon, oder was heißt endlich, das habe ich ja auch schon vor zwei Jahren schon mal gemacht, also mit Raumzeit, meinem Podcast über Raumfahrt, war ich ja auch schon mal on stage. Also vor, wann war denn das? Ähm, wisst ihr das? War das noch beim DLR da? Naja, als es noch DLR und ESA Projekt war, war ich in Darmstadt. Genau. Auf, äh, auf der Bühne mit zwei, äh, Gästen. Und jetzt muss ich gerade mal nachschauen, ob das jetzt zwei oder drei Jahre her ist, äh, weil ich verliere langsam den Überblick. Das war, 20, 13, ach, vier Jahre ist das schon her. Wirklich? Boah. Wir werden alt. Ja. Alter. Okay. Gut, dann habe ich das vor vier Jahren, äh, schon gemacht. Also Prinzip Bundesradio vor acht Jahren, Mythos Raumfahrt, dann diese Raumzeit, das war auch ganz toll. Da waren irgendwie 400 Leute da, das war ein super Abend. Und da habe ich mir dann halt auch schon, äh, Gedanken darüber gemacht, okay, wie muss man denn jetzt eigentlich einen Podcast auf die Bühne bringen? Reicht es, sich da einfach nur hinzusetzen und Business as usual zu machen? Also nimmst du einfach nur deinen Podcast auf oder baust du halt Elemente ein, die in irgendeiner Form dieser Situation auch gerecht werden? Und habe ja verschiedene Sachen gemacht. Mit der Buchnetzpolitik waren wir schon mal, äh, jetzt auch auf dem Camp on Stage, wir haben auf dem Kongress, das mit dem Sendezentrum, äh, auch probiert, da diese Bühne, äh, zu bauen und hat ja auch ganz gut funktioniert. Äh, haben auch ein paar Talente entdeckt, wie man weiß, ähm, dann, genau, mit Raumzeit. Und jetzt, was für mich jetzt ein Highlight dieses Jahr war, war ich ja mit, mit Raumzeit jetzt wieder auf der Bühne und das wird jetzt auch regelmäßiger stattfinden. Äh, im Zeiss Großplanetarium in Berlin. Und das war ganz toll, weil das eben nicht nur, äh, Podcast war, sondern ähnlich, wie wir das auch damals schon in Darmstadt gemacht haben, während des Gesprächs wird halt das Visuelle dann wiederum auch benutzt. Das heißt, bei, in Darmstadt hatten wir das so, da war halt die Bühne, zwei Gäste und ich, äh, 400 Leute und dann war halt eine relativ große Leinwand, äh, dahinter und, äh, so ein Team von ESA und DLR, hat dann immer live dem Gespräch gelauscht und dann immer zu dem Gesprächsverlauf passend Bilder aus der Raumfahrt-Datenbank rausgesucht. Wir haben uns über Mondlandung unterhalten, zack, bumm, Foto Mondlandung. Wir haben uns über den Mars unterhalten, war da ein schöner Mars. Wir haben uns über den Star Trek unterhalten, zack, Star Trek und so weiter. Also das heißt, du hast die ganze Zeit so eine visuelle Untermalung gehabt von dem Geschehen und du bist als Zuschauer visuell eingebunden, inhaltlich auch eingebunden, aber es war klar, der Fokus ist das Gespräch. Und eine andere Variante davon hatten wir letztes Jahr bei Logbuch Netzpolitik, als wir hier unsere 200. Sendung und fünf Jahre Logbuch Netzpolitik gefeiert haben. Ich weiß nicht, ob sich jemand von euch, war jemand von euch da? Oder habt ihr das Video mal gesehen? Leider nein, Video ja. Das Video hast du gesehen? Da wird dir vielleicht eine Erinnerung bleiben. Über uns hing eine Leinwand. Ja, mit dem Sketchnotes, mit dem gleichzeitigen Zreichnen, genau. Genau, wo der Roland die ganze Zeit unser Gespräch, den kompletten Verlauf der gesamten Sendung in so ein riesiges Wimmelbild überführt hat. Sagenhaft, sagenhaft. Und am Ende konntest du dir das dann noch auf ein T-Shirt drucken. Ja, das war auch irre. Und das war so ein Gesamtkunstwerk. Das war so schön. Und jetzt, letzten Monat, hier im Planetarium, haben wir es halt auf die Spitze getrieben. Da war halt dann die Sendung, und es ging halt um Bodenteleskope und du saßt dann halt im Planetarium und wir haben dann halt teilweise Full-Dome-Projektionen, Full-Dome-Video-Projektionen zum Thema gezeigt. Das heißt, wir haben halt irgendwie über Atacama-Wüste und Teleskope gesprochen und du saßt dann halt da und um dich herum die komplette 23 Meter Kuppel dieses Planetariums war halt Atacama-Wüste, wohin du geguckt hast und Teleskope, die irgendwie in den ewigen ins Weltall ragen. Geil. So. Und das ist das, was mir eigentlich schon länger so vorschwebt, dass man eben mit den Sendungen einfach mal rausgeht und guckt, wie kann man auch eine multimedialere, schwieriges Wort, multimedialere Gestaltung dieses Ereignisses Sendung machen, ohne dass es zum Videoformat wird. ohne dass man rum youtubt. Weil das finde ich vollkommen unpassend. Dieses Gehampel und das geht gar nicht. Ich will nicht auf einer Bühne stehen und die Kamera ist auf mir und mein Talking Head ist jetzt irgendwie auf einmal der visuelle Content, wo null Zusatzinformationen dabei ist. Aber wenn man es hinbekommt, einen visuellen Kanal anzubieten, der tatsächlich ein Gespräch begleitet, wo man quasi wie so ein VJ Inhalte visualisiert, ob das jetzt gemalt ist, ob das jetzt eine Bilder-Datenbank ist, ob das eine Video-Datenbank ist, ob das von Hörern in dem Moment User-Contributed ist und man so ein Citizen-DJing VJing macht, ey, keine Ahnung, anything goes, da fehlen uns noch die Werkzeuge. Also das ist jetzt, sagen wir mal, die nächste Grenze, die wir überschreiten müssen. Dieses, wie schaffen wir das, so einen Podcast zu so einem Real-Time-Ereignis werden zu lassen, der allen Zuschauern etwas bietet, dessen Inhalt sich aber eigentlich durch alle Teilnehmer formt. So Chat und so weiter, das ist alles ganz nett und da hat man so ein bisschen was zum Quatschen und dann reden die Leute aber auch mal über andere Sachen, wenn es ein bisschen zu langweilig wird in der Sendung. Es muss mehr Fokus bekommen und wenn man halt ein Werkzeug bauen kann, in das Leute ihre Beobachtungen, Ideen und Assoziationen, die sie in dem Moment haben, live einspielen können, auf irgendeine Art und Weise, die ich dir nicht genau beschreiben kann, aber zum Beispiel visuell, sagen wir mal, jeder kann dann wie in so einem Imageboard quasi in so einem Bucket während einer Sendung läuft, seine Bilder rein dragen, die sie gerade auf Platter haben oder im Internet sind und die gehen in so einen Kanal rein und dann hast du da einen VJ, der quasi dieses ganze Incoming-Bild-Material in Echtzeit dann zusammen mixt und sieht so, ah, hier kommt ein geiles Bild, das passt doch jetzt gerade super, klicke ich an, wumm, überblenden, irgendwie Pan and Zoom, oh, hier kommt ein Full-Dome-Video in 4K-Auflösung, zack, rein draggen und dann hast du das an der ganzen Kuppel, also so und daraus kannst du, damit kannst du Erlebnisse und Ereignisse erzeugen, die wir so noch nie hatten, die, die, das gibt's nicht. Das kann ich mir vorstellen, das hat eine Dimension nochmal mehr. die Leute sind aus dem, also ich meine, der Podcast war jetzt ganz okay, der Raumzeit-Podcast, der hätte jetzt auch so funktioniert, wenn ich den jetzt einfach nur so wie sonst auch aufgenommen habe, aber durch diese Begleitung in der Kuppel, die Leute kamen da raus, die waren irgendwie alle total breit. Es war einfach so, wow, dazu noch irgendwie Akustik da mit so 32 Kanal zu Raumzaun, wir haben da noch ein bisschen, wir haben noch nicht alle 32 Kanäle genutzt, aber zumindest so 5.1 mal die Intros abgemischt und die Klänge kamen aus allen Richtungen, da ist das Hirn glaube ich schon ganz gut poliert worden. Ja, muss es sein. Ich habe im Anycast folgendes gehört. Wir haben ja letztens gelernt, dass Sternenwarten ja ursprünglich für die Zeitbestimmung da waren, beim Raumzeit-Podcast live. Haben wir das gelernt? Ja, ich war kurzzeitig glaube ich kurz weggenickt, weil sie diese Stühle so angenehm waren. Man sollte nicht so angenehme Stühle montieren. Es ist so ein bisschen wie mit Massage, weißt du, es ist auch nicht so schlimm, wenn man da einschläft, es ist eigentlich nur, es ist halt Hirnmassage. aber es ist auf jeden Fall sehr gut angekommen. Ich habe noch ein zweites Beispiel gefunden und zwar in der Voicebox von der Wochendämmerung, Wochendämmerung von Katrin Rönecke und Holger Klein. Die haben aufgefordert, den Leuten, die Leute, die Hörenden aufgefordert, ihnen auch mal schönste Momente zu nennen und dann nennen manche Menschen die Geburt der Tochter und manche Menschen nennen den Besuch des Raumzeit-Podcasts. Hören wir mal eben rein. Hallo ihr zwei, hier ist der Nils aus Braunschweig und ich hatte in dieser Woche den wahrscheinlich mit schönsten Moment in meinem Leben. Am Samstag wurde nämlich unsere zweite Tochter geboren und das war wirklich ein richtig schöner Moment. Ja, aber jetzt kannst du halt nicht mehr spontan in Kino, ne? Hallo, hier ist Charlotte aus Berlin und mein schönster Moment in dieser Woche war am Donnerstag, als ich bei der Live-Aufnahme von Raumzeit war und Tim Printlove live gesehen habe und sogar angesprochen habe, wie so ein Fangirl, was zum ersten Mal ihre Lieblingsband live sieht und ich bin jetzt immer noch total euphorisiert, wenn ich nur daran denke. Das ist doch wohl ein Feedback-Chem, oder? Ich dachte jetzt, das visuelle Erlebnis wäre jetzt sozusagen der besondere Moment gewesen. Nein. Wobei sie hat mich ja gesehen, das war ja auch ein visuelles Erlebnis. Auch ein visuelles Erlebnis, ja. Naja gut, also auf jeden Fall, ich denke, habe ausgedrückt, was ich damit sagen will, also oder auf deine eigentliche Frage mal zurückzukommen. Guter Moderator kommt ja immer wieder auf die Frage zurück. Sehr gut, guter Gast vor allen Dingen. Ich komme aus der Rolle nicht so richtig raus. Also bietet mir das sozusagen noch genug Zukunft? Ja. Ich glaube, dass wir hier noch eine Menge Neues bauen können. Also allein softwaretechnisch sind wir ja noch mindestens fünf Jahre hinter dem, was schon mal auf dem Tisch lag. So, ja, was vorhin schon anklang hier, Transkripte und so weiter, da sind wir so hinterher, da müssen wir jetzt endlich mal liefern, da quatschen wir ja schon seit Jahren davon und was ist da? Nix ist da. Das sind alles so Dinge, also da ist, die technischen Herausforderungen sind vielfältig, man kann Podcasts zu einem kulturellen Moment aufblasen, aber ich denke, wir können halt auch politisch auch noch einiges mehr bewegen. So, ist ja jetzt nicht so, dass es keinen Bedarf gäbe. Du hattest mal den Slogan, ich will meine eigene ARD sein, in die Welt gesetzt. Gibt es, verfolgst du diese Idee noch oder ist die inzwischen in den Hintergrund geraten? Ja, also ich bin ja meine eigene ARD, ich meine, ich bin, ich bin hier Intendant, Moderator, Mädchen für alles oder Junge für alles und bin hier Technikchef und Softwareabteilung und ich mache alles. Wo sind deine Korrespondenten? Na, Logbuch, Netzpolitik haben wir das Modell tatsächlich. Stimmt, da kommen dann Leute aus Österreich und erzählen, wie es bei denen ist. Genau und heute mal in die Schweiz und also das hat von, hat von allem was. War natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, aber im Prinzip ist da einiges Wahres dran. Also man ist halt seine eigene Senderanstalt. So und viel von oder nahezu alles von dem, was die Senderanstalten halt alles so aufbieten, wollen wir halt nicht unbedingt. Beziehungsweise können wir anders lösen. und ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, wenn man jetzt noch nicht dieselbe Dimension und Reichweite hat. Andererseits denke ich oder weiß ich auch teilweise, dass viel von dem, was so in so ARD-Zentren an Radio gesendet wird, nicht so viel höher erreicht, wie wir das teilweise tun. Ja, es mag nicht für alles und jeden gelten, aber sagen wir mal so Podcasts, die so 50.000 Hörer haben und da haben wir schon einige von, da würden sich einige Radiosendungen glaube ich drüber freuen über solche belastbaren Zahlen. Also abgesehen davon, dass sie diese Zahlen erstmal so belastbar überhaupt nicht generiert bekommen, aber auch als Podcast-Reichweite, ich glaube da fliegen auch viel Zahlen rum, die wenig Realität auf wenig Realität fußen. Und wenn da mal die Realität auch einzieht in die Betrachtung, dann gibt's da bestimmt auch die Erkenntnis, dass man feststellt, dass manches gar nicht so gut funktioniert. Das muss auch nicht unbedingt so sein, nicht alles, was jetzt für normale Radio gemacht ist, muss auch genauso ankommen, aber jetzt probiert's ja die Radiowelt auch selber aus, mit Podcast First und so und Podcast Only Formaten, haben wir auch auf der Subscribe gehört, das war auch eine absehbare Welle, war auch schon vor zehn Jahren meine These, dass Podcast eigentlich der ideale Talentschuppen sind für die Radiowelt. Ja, das liegt eigentlich so auf der Hand, ja, genau. Ja, wobei sie aber noch zu sehr ihre Talente noch aus ihren eigenen Reihen rekrutieren, also auch bei diesen ganzen Talent, also wie nennen die das, ihren Podcast, All4Podcast, all diese ganzen Sachen, wenn man sich dann so anschaut, was sie sich dann aussuchen und wie die so rüberkommen, muss ich sagen, das klingt für mich dann immer noch sehr nach Radio. Ja, das ist das Bekannte, was man vom Hören kennt, ja. Da gibt es einfach auch, glaube ich, das ist auch etwas, was nur die Zeit lösen kann, es gibt da einfach eine andere Vorstellung von Qualität, also auch so diese Debatte, die wir so im letzten Jahr in unserer Podcast-Landschaft hatten, so Qualitätspodcasts, ja, was ist, was ist ein, was ist ein Qualitätspodcast? Oh ja, erklär das mal bitte. Naja, also, sagen wir mal so, es gab so eine, oder gibt es auch immer noch so eine Diskussionsführung, die unterstellt, dass ein qualitativ hochwertiger Podcast dadurch qualitativ hochwertig ist, indem er aufwendig produziert ist. Naja, der ist dann technisch, von technischer Seite her, ist er ein Qualitätspodcast, okay, aber ein Qualitätspodcast, ich habe jetzt so lang geschwiegen, ich muss jetzt einfach mal was sagen, es tut mir leid, nicht raus. Die Definition von Qualität soll jeder für sich selber entscheiden, denn ob jetzt was technisch super produziert ist, aber der Inhalt ist irgendwie oder ich habe was nur mäßig von der Hardware her produziert ist, aber dafür einen Bomben Inhalt, das bietet mir in dem Moment einfach einen Mehrwert. Was will ich denn mit einem super Akustikerlebnis, aber der Inhalt ist einfach Grütze? Ja gut, aber gibt es ja auch Gegenbeispiele. Also wenn man sich hier vom Helfen auf die Sprünge hier, der Fehler mein Hirn bei 4000 Hertz der Systemfehler oder? Genau. Das ist schon so, also es ist ja die Inspiration ist ja so ein bisschen aus dem Amerikanischen, diese spezielle amerikanische Erzählform, man hat so ein hochgradig geschnittenes Format, wo dann irgendwie sehr viel so mit Originalstimme kommt zum Wort und viele Cuts und neue Person wird eingeführt, sagt erstmal einen Satz, dann wird kurz unterbrochen, dann kommt der Moderator, sagt und das ist sowieso und erzählt uns jetzt darüber und dann cutt wieder auf den anderen, also wo so diese Storytelling Formate, die zugegebenermaßen ganz wohlklingend daherkommen, das mag auch unterhaltsam sein, es mag auch hilfreich sein, das mal so zusammengeschnitten zu bekommen, man kann sich dann auch dran gewöhnen und kennt das dann und es fällt einem dann leichter, das zur Kenntnis zu nehmen und ich muss auch sagen, viele davon, gerade jetzt von diesen Vorlagen, die immer bejubelt werden, also dieses Serial, das meine ich jetzt nicht, weil das, konnte ich nicht hören, das ging bei mir nicht rein, aber so This American Life und so, das sind ja eigentlich so diese Pioniere, die sind auch inhaltlich sehr gut recherchiert, also das sind die Inhalte, die sie darüber bringen, werden und auch in kürzerer Zeit darüber bringen, da hätte ich jetzt kein Problem damit, dieselben Inhalte in meiner Art und Weise in einem Zwei-Stunden-Podcast auch rüberzubringen und dann wäre ich da auch froh, dass ich eine Sendung gemacht hätte, wo so viel Inhaltliches rüberkommt, also das ist schon okay, nur eine Wahrnehmung, die sagt, das muss aber auch so produziert sein, um dieselbe Qualität zu haben, die unterschreibe ich halt nicht, weil dieses salopp halt Laber-Podcast oder so, naja, man quatscht ja eigentlich nur und die As sind ja drin, wer schon mal As geschnitten hat, weiß auch, erstens, es gibt mehrere Arten von As, es gibt ein paar, die kann man sich schenken, ich wollte mal aus einem Podcast mal alle As rausschneiden und hab festgestellt, es gibt halt, es gibt As, die kann man rausschneiden, aber es gibt As und die meisten übrigens, die kann man nicht rausschneiden, weil wenn man das macht, dann kriegt man genau diese hektische Verkürzung hin, die so Deutschlandfunk-Beiträge haben. Ja, so eine unnatürliche Hektik. Genau, wo das ganze Timing eines Satzes verloren geht und das ist immer so ein bisschen mein Lieblingsbeispiel in diesem Zusammenhang, ich finde einfach auch in so einer Pause und in so einer Verzögerung liegt halt auch eine gewisse Kraft. Wenn ich jetzt hier so eine Denkredepause mache, dann kann ich damit ja auch dramatisieren, dann kann ich damit auch die Wichtigkeit einer Aussage herausstellen. Wenn ich jetzt diese Pause aus dem letzten Satz rausnehme, dann klingt das vollkommen bekloppt. Oder es ist halt auch eine Gelegenheit, besser zuzuhören. Also ich habe durch Podcasting auch gelernt, Leuten zuzuhören. Ich habe ja zum Beispiel die immer sehr umstrittenen CAEs waren so mit Pavel Mayer, weiß nicht, ob ihr schon mal einen gehört habt, mit mir und Pavel. Und Pavel ist ein Aus... Ganz gründlich nachdenkt, ja. Genau. Pavel denkt die Sachen wirklich durch und der macht sich echt viel Gedanken und der hat auch eine Menge zu erzählen und ein großer Fan von Pavel. Aber er redet halt auch wirklich unfassbar langsam. Und die Leute gehen halt aus der Spur und denken sich, nein, das kann ich nicht hören, das ist zu langsam und kann man das nicht im Faktor 5 und so. Aber da habe ich halt auch gelernt, irgendwie, dass da eben auch was drin steckt, dass diese Geschwindigkeit eben auch was für sich hat und kurz gesagt, Qualitätspodcasting entsteht am Ende beim Hörer und man kann Aufwand auch dadurch treiben, indem man gut moderiert, indem man die richtigen Themen setzt und indem man die richtigen Fragen stellt. Das ist genauso wichtig und Sendungen, die zu sehr durchgeskriptet sind, haben für mich oft das Problem, dass sie einfach auch jede Spannung rausnehmen, dass so dieser Überraschungseffekt ein bisschen weggeht. Heißt nicht, dass das nicht auch sein kann. Ich wehre mich nur so ein bisschen gegen diese Sichtweise, nur das aufwendig Produzierte sei dann gut oder sei qualitativ oder wie man das auch immer nennen möchte. Die andere Variante ist genauso mächtig und die hat dazu beigetragen, dass Podcasts jetzt da sind, wo sie sind, weil das eben gut ist. Das ist so mein Statement zum Thema Qualitätspodcasting. Es liegt im Ohr des Hörers oder der Hörerin. Auf jeden Fall. Ich habe noch eine Frage und zwar, du hast ja diesen wunderbaren Podcast der Lautsprecher, wo du uns Technik erklärt hast und die Zusammenhänge von Abläufen und Workflows und so weiter. Da hat es aber in letzter Zeit wenig neuen Content gegeben. Ist der eingeschlafen? Hast du gesagt, das können andere besser? Guckt euch lieber Videos von Harald Stockmann an, der erklärt das sowieso oder warum kommt da weniger? Zum Beispiel, naja, die Wahrheit ist, der Lautsprecher war ja eigentlich eher so ein Klagelied von mir. Wenn du die ersten Sendungen anhörst, da habe ich mich ja eigentlich die ganze Zeit nur beschwert. Ich habe mir die ganze Zeit immer nur Sachen thematisiert, wo ich der Meinung war, dass da zu wenig passiert. Und dann kam Studiolink, jetzt brauchst du dich nicht mehr zu beklagen, oder? Ja, also nicht nur das, also in den ersten Folgen, was weiß ich, mit Gerrit von Aken, irgendwie Webplayer und so weiter und dann hatten wir den Webplayer und Kapitelmarken und Pipapo und Publisher und Publisher wurde besser und Aufnahmetechnik war schwierig und Audio-Technik war schwierig. Dann kam Ralf und hat mit Ultraschall so viel davon abgeräumt. Also da ist dann auch so viel passiert. Syndegate und also ich glaube nicht, dass ich diesen Kanal jetzt unbedingt als ich erkläre euch Podcasting weiterführen muss, weil ich glaube nicht, dass das jetzt der beste Nutzung meiner Zeit wäre. ich spiele immer mal wieder mit dem Gedanken, da mal irgendwas mit reinzubringen, aber ich spaß mir jetzt eigentlich eher für Momente, wo ich das Gefühl habe, ich kann jetzt vielleicht mal so einen komplett neuen Aspekt mit reinbringen. Wie zum Beispiel diese Diskussion auch über qualitative Storytelling und Sachen und so weiter. Also keine Ahnung, der Kanal ist jetzt nicht zu, kann sein, dass ich da noch was mache, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt so eine Serie mache über How-To-Podcasting, weil da muss ich dann auch sagen, da ist dann YouTube auch besser. Also dafür kann man dann wirklich visuell in so Videos mit Screencasting zumindest, so wie Ralf das mit Ultraschall auch macht, da kann man das viel, 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 viel besser erklären. Ein Podcast ist halt besser, um so die Meta-Ebene hands to the name rüber zu bringen und da finde ich es halt eigentlich auch schon ein Stück weit alles gesagt. Gibt es bei dir eigentlich so einen typischen Tagesablauf, dass die Tage irgendeine Form haben, die sich wiederholt oder ist jeder Tag komplett anders bei dir? Na, ich habe Kinder. Okay, okay, verstehe. Die ziehen einen um 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 halb sieben irgendwie aus dem Bett und Frühstück und tralala. Ansonsten meinst du jetzt, was ich so hier im Studio treibe? Geht so. Also ich habe halt entweder Tage, wo ich Aufnahmen habe oder ich habe Tage, wo ich keine Aufnahmen habe. So, wenn so Logbuch Netzpolitik oder NSFW oder sowas auf dem Tisch liegt, dann besteht der Tag eigentlich im Wesentlichen daraus. Oder halt manchmal Doppelbelastung, dass ich im Vormittag eine Sendung aufnehme und abends kommt dann noch die Freakshow. Das ist dann immer so richtig hardcore. Da bin ich dann wirklich 18 Stunden lang irgendwie am Produzieren. Oder ich fahre halt durch die Gegend, dann bin ich halt auch mal ein, zwei Tage unterwegs und mache halt Aufnahmen irgendwo. Dann bin ich damit irgendwie ganz gut eingebunden. Wenn ich das nicht habe, dann habe ich halt entweder noch Sendungen zu veröffentlichen, an die ich mich ranmachen muss. Das heißt, ich höre die halt nochmal nach und mache die ganzen Shownotes und Aufbereitungen und Pipapo. Bei Forschergeist gibt es ja auch noch ein bisschen mehr Produktionsqualität, weil dann ja auch noch so Ausschnitte, Coverart und sowas noch erzeugt werden müssen. Transkriptionen kommt so ein bisschen mit rein, die mache ich aber nicht selber, sondern die überschaue ich eigentlich nur. Aber sagen wir mal, der Umfang einer Publikation wird teilweise umfangreich. Bei Forschergeist ist es glaube ich am extremsten, ist derzeit so das aufwendigste Format, was ich mache. Aber auch so CAE, wenn ich eine Sendung aufnehme, dann bin ich dann auf jeden Fall immer nochmal einen kompletten Tag nochmal damit beschäftigt. Und wenn ich jetzt partout nichts auf der Uhr habe, dann versuche ich hier mein Studio auszubauen oder kontempliere halt über irgendwas anderes oder ich bin halt auch manchmal den ganzen Tag einfach nur mit Termine machen beschäftigt. All sowas. Oder Buchhaltung. Ach richtig, genau, das Wort, da ist es. Super. Das habe ich vor kurzem noch gelesen, der Ralf Stockmann twitterte an einem Abend vor ein paar Tagen, wir feiern in den Geburtstag von Tim Prittlauf hinein und er benutzt ein Wort mit Buch am Anfang. Ihr könnt ja mal raten. Das war sehr witzig. Das ist das Thema des Jahres gewesen. Aber zu diesem Geburtstag vielleicht nochmal einen Gedanken, den habe ich geklaut aus Vrind 171, da hat sich der Holger mit Gregor Gysi unterhalten. Da möchte ich einfach mal reinhören mit euch gemeinsam. Also sie sind ja noch jung. Sie müssen eins wissen, sie werden erst erwachsen, wenn sie 50 Jahre alt werden. Das ist auch nicht mehr lang. Aber bis dahin haben sie noch die Reste der Privilegien der Jugend. Also so die letzten kleinen Reste hat man noch mit 49, auf 50 gibt es kein Privileg der Jugend. Und dann sind sie zehn Jahre lang erwachsen, bis sie 60 werden. Und in den zehn Jahren, das sind die härtesten im Leben, wird man volle Kante ran genommen. Es gibt auch keine Entschuldigung. Ich weiß noch, wie ich einmal gesagt habe, fünf Kundgebungen, also Leute, das ist mir eine zu viel, da haben die gesagt, wieso, da hast du doch Zeit. Es gab gar keine. Und ab 60 beginnen ganz vorsichtig die Privilegien des Alters. Also es bedeutet, es kommen auf dich die zehn härtesten Jahre deines Lebens zu. Was sagt der Berufsoptimist dazu? Schon wieder? Naja, ich habe irgendwie ganz kess mein zweites Lebensdrittel eingeläutet. Okay. Also für Midlife-Crisis habe ich bisher noch keine Zeit gehabt, richtig. Ach, was weiß ich, keine Ahnung, mache ich mir gar keine Gedanken drum. Ich habe noch nie so richtig, also obwohl ich eigentlich die ganze Zeit über die Zukunft nachdenke, mache ich mir über die Zukunft nicht wirklich Gedanken. Also ich mache mir zwar über die Zukunft an sich Gedanken, aber nicht jetzt unbedingt um meine oder so, wie ich mich da jetzt drin sehe. Keine Ahnung. Vielleicht sehe ich das in zehn Jahren auch schon wieder anders. Irgendwann wird so ein gewisser Verfall schon einsetzen. Bisher geht es noch. Ich habe in, heute Nachmittag habe ich das Sendungsbewusstse in Teil 2 gehört, was du mit Mirko Blitz gemacht oder Mirko Blitz mit dir gemacht hat und da hast du tatsächlich das Wort Burnout benutzt irgendwann mal zwischendurch. Da habe ich mich gefragt, ob du das jetzt wirklich im tiefsten medizinischen Sinn meinst oder ob das mehr so, ja, da hatte ich so ein bisschen den Faden am Kongressplan und Campplan und so weiter verloren. Hast du tatsächlich mal sowas durchmachen müssen, so eine Phase? Ja, da war ich total im Arsch. Das war auch echt ein bisschen zu viel von allem. Ja, da war ich durch. Also da hatte ich echt irgendwie mehrere Nervenzusammenbrüche hintereinander. Das war schon gar nicht mehr feierlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt rein medizinisch diesen Begriff wirklich verdient. Da mögen andere Leute noch ganz anders leiden, als ich es dann getan hatte. Aber man muss schon auch mit seinen Kräften zuhaushalten wissen und das gelingt mir, glaube ich, mittlerweile sehr viel besser. also da ist, ich musste ein bisschen schmunzeln, als er jetzt gerade so mit diesen Dekaden anfing. Sie blickt dann natürlich weiter zurück als ich, aber es ist natürlich schon so, dass umso älter man wird und mal so sein Leben in so Dekaden einstuft, das geht ja nämlich eigentlich ganz gut. dass naja, so mit 20, also in den 20ern, da kannst du halt alles übertreiben und du hast noch die körperliche Energie, das zu tun, ohne zu merken, dass du es tust. Ja, diese Unzerstörbarkeit. Ja, drei Tage durchmachen und so weiter, scheiß drauf. Mit 30 bist du eigentlich immer noch genauso feurig unterwegs, aber du merkst halt schon die ersten Einschränkungen dieser körperlichen, also man kann dann einfach körperlich irgendwann das nicht mehr so bedienen, so, weil man, das ist so ein bisschen wie, ähm, hier, äh, in der Audioaufnahme das Übersteuern, ne, also du kannst halt so, hast da so mehr Headroom in den 20ern, da kannst du einfach nochmal ordentlich übersteuern, da passt das irgendwie noch rein und dann so mit 30 äh, setzt da so ein zunehmendem Maße so ein Clipping ein oder schöne Bilder, eine, eine Grenzen, äh, stößt und mit 40 fand ich jetzt auch ganz lustig, was er meinte, was sagt der, da wird man als Erwachsener wahrgenommen oder nie wird das formuliert? Mit 49 darf man zum letzten Mal quasi Kind sein, danach ist dann ernst, mit 50 ist ernst und dann kommen die 10 harten Jahre, bevor man dann Rentner wird und wieder die Mildheiten des Alters genießen kann. Also ich kann mir das natürlich als Politiker, kann ich mir das sehr gut vorstellen. ich kann, werde dem wahrscheinlich versuchen zu widerstehen. Aber was ich schon gemerkt habe, ist so ab 40 wird man dann irgendwie so bei Default auch ernst genommen. Also mit 30 wird man schon mal ernst genommen, weil man halt nicht mehr so, weil man unterstellt bekommt, dass man sich ab da eigentlich Gedanken über sein Leben machen müsste. Mit 40 weiß man bei jedem, dass man es dann auch gemacht hat und ich glaube so 50 ist dann wahrscheinlich so, wo man so, so potenziell auch schon so eine gewisse Grundweisheit unterstellt bekommt. Egal ob man sie hat oder nicht, weil man ist ja 50, da muss man ja, da muss man ja eigentlich schon alles gesehen haben, weißt du? Ja, ja, ja. So. Nein, 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 nein. Die letzten 10 Jahre dann irgendwie, bis man auf irgendeine potenzielle Rente zusegelt, an die ich eh nicht so glaube. Was weiß ich, keine Ahnung, frage mich nicht zu meinem Alter, ich mache mir da keine Gedanken drum. Okay, dann eine andere Frage, hat die Tatsache, dass du Kinder hast, deinen Blick auf die Welt irgendwie nochmal verändert? Ja, der Kinder hat, diesen Blick ändert sich immer. Das bleibt nicht aus. Das kann man auch schwer beschreiben. Allein schon, weil du halt dir darüber Gedanken machst, in welchem Zustand sich diese Welt befindet, wenn du vielleicht nicht mehr da bist, dass sie nämlich dann für deine Kinder noch relevant ist. Das heißt, du willst dann doch vielleicht unter Umständen noch mehr dafür tun, dass sie nicht total scheiße ist. Während man halt so als kinderloser Single natürlich immer so voll, was kostet, mir doch egal, weißt du, wenn ich weg bin, interessiert mich das eh nicht mehr, mäßig unterwegs sein kann. Das lässt natürlich stark nach. Man wird ein bisschen emotionaler, was bestimmte Sachen betrifft. Definitiv. Würdest du dich als sensibel Menschen bezeichnen? Sensibel für was? Für Menschen, menschliche Stimmung? Angreifbar oder wahrnehmungsmäßig? Genau, das ist es. Also ich erlebe dich als sehr feinfühlig und wenn du Sachen beschreibst, dann merke ich das, also glaube ich zu bemerken, dass du ein großes Sensorium hast für die Dinge, die um dich vorgehen. Andererseits, wenn man dich manchmal in der Realität trifft, wirkst du sehr unnahbar und dann habe ich das Gefühl, ist das jetzt sozusagen der Schutz, den du dir aufbaust, weil eben so viel Empfindsamkeit da ist, dass du dann eher diese Unnahbarkeit aufbaust, um die Leute möglichst vom Pelz zu halten. Du hast ja auch viel Zulauf, das ist ja auch nicht einfach, wenn die Leute dann kommen und Fangirls von dir werden. Deshalb stelle ich mir die Frage, wie das bei dir so abgemischt ist. Erstmal vorweg, also mich stören diese Menschen nicht. Ich kann da gut mit umgehen und ich habe auch überhaupt gar kein Problem und ich habe auch ein tiefes Verständnis für diese Asymmetrie. Ja, also ich meine, wenn halt Leute auf einen zukommen, das ist halt so ein wiederkehrendes Meme mit mir dann erzählen, so ja, du kennst mich nicht, aber ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon lange so, ja, ich weiß, ich mache Podcasts, das ist dann so. Ja, das ist nicht schlimm. Da kann ich auch mit umgehen. So, und das ist dann aber auch im Umkehrschluss für mich eigentlich genauso eine Herausforderung, auch wenn das vielleicht erstmal nicht so sein mag, ne, weil so wie es, also diese Asymmetrie ist ja beidseitig. Die ist ja nicht nur auf der einen Seite problematisch. Also, ich muss damit ja genauso auch umgehen, so und für mich ist das ja klar, dass ich hier relativ viel über mich preisgebe und man von mir Dinge weiß. Ich meine, mich, ich habe Leute an der Stimme im Fahrstuhl erkannt, wo ich irgendwie zwei Sätze gesagt habe. Ja. So, und ich kann das aber auch nachvollziehen, weil ich höre ja auch Podcasts. Ich weiß ja, wie das ist. Ich habe ja dieses asymmetrische Verhältnis mit anderen Leuten auch. So, das ist für mich jetzt auch nicht ungewöhnlich. Und ich finde es auch gar nicht schlimm oder so. Also, ganz im Gegenteil. Ich finde es irgendwie total cool. Ist doch geil. Ich meine, sonst wäre man an sich aneinander vorbeigelaufen, obwohl man eigentlich was gemeinsam hat. So, dass das, was man da gemeinsam hat, jetzt in dem Fall vielleicht ich oder das, was ich mache, bin, ist ja egal. Also, Hauptsache, man hat was. Also, offensichtlich interessieren uns ja ähnliche Situationen oder man teilt einen gemeinsamen Humor. So. Ist doch toll. Da kann man sich doch drüber unterhalten. So. Deswegen habe ich da, also ich respektiere, wenn das manche Leute so ein bisschen demütig macht oder auch zurückhält, irgendwas zu machen. Aber ich habe jetzt auch kein Problem damit, wenn da einer mit reinrauscht und irgendwie, ja, Tim, altes Haus, höre ich ja schon seit zehn Jahren irgendwie. Zimmer. Weißt du, ist auch okay. Weil, klar, ja, natürlich ist so. Das ist so ein Vorsprung, den wir da sozusagen in der Kommunikation haben, weil man eben bestimmte Sachen einfach nicht mehr sagen muss. und dass ich dann jetzt über die Leute nicht so viel weiß, na, ist doch schön. Dann kann ich ja in dem Moment, kann ich ja dann auch was erfahren. Also, ist ja, können die mir ja mal was erzählen. Ist ja auch mal schön. Muss ich nicht immer alles erzählen. Also, das Einzige, was mich jetzt stören würde, ist, wenn dann so, ha, du bist ja hier immer mein Suppenkast beim Kopfhörer, dann mach doch jetzt mal hier Show für mich oder so. Das habe ich aber eigentlich auch. So eine Erwartungshaltung, ja, genau. Ja, das, aber ehrlich gesagt, da würde mir jetzt noch nicht mal ein Beispiel zu einfallen, dass das schon mal so, äh, passiert wäre oder so. Also, es gibt natürlich manchmal Leute, die haben so ein bisschen, ähm, also, meinte sie, ich finde es überhaupt nichts Schlimmes. Es gibt ja auch in der Podcast, also, wir haben ja auch viele, äh, Autisten zum Beispiel in unserer Hörergemeinde. Ich weiß nicht, ob es überproportional ist, oder Leute, oder sagen wir mal, Leute mit so einer autistischen, äh, Anwandlung, die, äh, aus irgendwelchen Gründen auch aus diesem Podcast, äh, aus dieser Podcast-Asymmetrie für sich was rausziehen können, weil es ja auch ist so, man kann ja jemanden an sich heranlassen, ohne, äh, jemanden an sich heranzulassen, wenn du verstehst, was ich meine. Genau, man hat ja auch die Gewalt über die Stopptaste beispielsweise, ja. Ähm, also in die tiefen Psychologien davon bin ich noch nicht so richtig vorgedrungen, ich beobachte das nur so, ne, und, äh, auf die Leute dann bei Hörertreffen zu treffen, ist manchmal ein bisschen, äh, awkward, weil die halt so ganz anderes Verständnis haben, die, die, die checken dann manchmal nicht, welche Nähe angemessen ist und so, ne, und gehen dann von anderen, äh, Sachen aus und hängen einem vielleicht mal so ein bisschen auf der Pelle und merken das aber gar nicht, weil, weil die das halt nicht merken, also weil es halt einfach die Eigenschaft ist von unserem autistischen Verhalten. Da habe ich jetzt ein bisschen Vorsprung, weil man sich so in Computerkreisen befindet, da ist das verbreitet, ja, also da ist es ja auch so ein, so ein, so ein, so ein Grundautistische, äh, Grundhaltung, die man manchmal, äh, so findet, also sie haben auch alles ein bisschen so sozialmeise und kommunizieren komisch und finden zueinander, weil sie halt so wie, wie so Programme miteinander reden, so, indem sie so Protokolle austauschen und sowas, manchmal ganz unterhaltsam, aber auch das ist, äh, handelbar, also ich hab überhaupt gar keinen, ich, ich, also ich trage keine Last damit, ich empfinde das eher als ein Privileg, dass, dass, dass man jetzt mit Leuten so schön ins Gespräch kommen kann, über, obwohl man sich noch gar nicht getroffen hat, weil ein Automatsch was, äh, verbindet, so, aber ich finde es, mich, mich, mich stört es auch überhaupt nicht, ich finde es, finde es vollkommen in Ordnung, ist halt so, also ich weiß ja, wie es ist, es ist ja für mich keine Neuigkeit, irgendwie, das, dass die Leute jetzt mehr von mir mitbekommen, als ich, von ihnen bis dahin, so, kann sich ja dann auch ändern, muss sich aber auch nicht ändern, ist auch in Ordnung, also ich finde das immer, äh, super, deswegen habe ich auch diese Hörertreffen gestartet, das war eigentlich genau, äh, das Ding, wo, wo ich ja auch mal, was zurückbekommen habe, weil die haben, fing dann alle an, von sich zu erzählen, und was sie so machen und tun und lassen und geil finden und nicht so geil finden und wo sie Probleme mit haben, was sie so cool finden, nicht so cool finden und so und dann habe ich halt darüber auch so verstanden, was das eigentlich für eine Gemeinschaft, äh, ist, die sich da so zusammenrottet, um, um ein Programm oder um eine, eine Gruppe von, von Programmen, ist ja mittlerweile, ist ja nicht alles nur noch ein Podcast oder so, wer, 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 wer einen Podcast hört, wer hört denn heutzutage nur einen Podcast, äh, also, es sind da, keine Ahnung, es ist, es ist, es ist nicht so viele, glaube ich, also, es gibt vielleicht welche, die nur zwei oder drei hören, aber es ist so, das ist, ich kenne nur einen einzigen Podcast, ähm, habe ich schon länger nicht mehr gehabt, von daher finde ich das eigentlich, äh, ganz schön, dass wir da so eine, so eine Community, ähm, Starthilfe geben, für viele Leute, die sich darüber finden, deswegen sind auch solche Live-Events, glaube ich, und Hörertreffen und so, sind immer sehr gut, so, ich sage immer, Hörertreffen ist dafür, dass sich die Hörer treffen, so. Aha, gut, mhm. Weil die ja ganz offensichtlich was gemeinsam haben, ne, sie kommen beide aus demselben Grund an diesen Ort, das ist so, wie Leute auf dem Konzert kennenlernen, ne, da geht man zwar eigentlich wegen der Band hin, aber I came for the band, but I stayed for the people und das, denke ich mal, so eine ähnliche Dynamik, äh, hast du da auch, so. Und wie gesagt, also ich hab, jetzt, finde so Sachen wie mit dem Papst und so weiter, das war ganz lustig und so, und ich finde, da drückt sich, da drückt sich eine gewisse, äh, Anerkennung drin aus, die ich aber jetzt auch nicht, äh, überbewerte, das ist halt so ein Ding irgendwie, okay, das, damit kann ich, damit kann ich auch umgehen und wir Discordia sind ja sowieso alle Päpste und können jederzeit alle anderen Leute auch zu Päpsten ernennen, von daher passt das wunderbar ins Bild, aber da, da bilde ich mir jetzt nicht groß einen drauf ein, also für mich ist eigentlich viel wichtiger, dass den Leuten gefällt, was ich mach, ich freu mich sehr, wenn sie das unterstützen, was ich mach, indem sie, keine Ahnung, Kommentare geben, spenden, oder auf solche Veranstaltungen kommen, oder einfach nur weitererzählen, dass das irgendwie interessant ist, und, ähm, das, das ist das, was ich eigentlich, äh, erzielen möchte, so, und ich hab gelernt, mit, mit so einer Öffentlichkeit umzugehen, die sich dadurch eben automatisch, dadurch, dass man das macht, einfach ergibt, so, aber das ist halt jetzt auch kein Grund für irgendeinen Helden- oder, äh, Götterstatus, weil, wenn man sich, äh, in, in der Richtung, äh, vom, vom Zügel lässt, dann wird man ja verrückt, also ich meine, guck dir doch diese ganzen prominenten Fatzkes, äh, da an, die, da in der Öffentlichkeit vor sich hin freidrehen, das sind doch einfach bemitleidenswerte Wesen, also die können einem doch nur noch leid tun, wie, was, was für Käfigen, äh, die sich da aufhalten, und da auch freiwillig hineinbegeben, für irgendeinen Gain, der einfach gar keiner ist, so, ich freue mich einfach, wenn es eine lebendige Community gibt, die auch bereit ist, da, äh, von allen Seiten mit reinzugrätschen, ne, so wie hier, Sebastian irgendwann mal aufgeschlagen ist, ich hab halt einfach hier meine irren Ideen verbreitet, mit hier, können wir das nicht mal mit dem Telefonieren mal, äh, ordentlich machen, kann doch nicht sein, dass das nicht funktioniert, und er kam dann halt einfach an, und so, ja, ich würd das ja mal gerne mal machen, so, ja, dann mach das doch mal, und dann hat er das halt gemacht, und jetzt sehen wir alle, was dabei, äh, rauskommt, so, und das ist halt schön, wenn es halt Leute gibt, die in dieser Szene, diese Mediatoren von Ideen sein können, so, und dann diese Ideen sich dann verbreiten, aber letzten Endes ist ja der Beitrag, den dann andere leisten, selbst wenn sie jetzt nicht am Mikrofon sitzen, mindestens genauso wichtig, und genauso folgenreich, so, ja, also was hat ein Studio-Link schon alles an neuen Vernetzungen, äh, nach sich gezogen, die jetzt nicht mit einer Stimme einer Person was zu tun haben, aber die halt was enablen, oder was hat, äh, der Publisher, den Erik da jetzt in den letzten Jahren gehackt hat, für, für diese gesamte Community gemacht, was, was, was hat, das, was Ralf da mit Ultraschall losgetreten hat, was ja dann auch dazu geführt hat, dass er seinen Podcast hat fallen lassen, bis heute nicht wieder aufgenommen hat, ja, was hat das alles, äh, bewirkt, das Sendezentrum, Subscribe, all die ganzen Sachen, die entwickeln ja so ihr Eigenleben, und das ist für mich, äh, eigentlich das, das Schönste zu sehen, dass das sein Eigenleben, äh, entfaltet, allein schon, damit ich es das auch irgendwann sein lassen kann, und zur nächsten Haltestelle fahren darf, weil sonst dreht sich ja alles im Kreis, und dann wird's langweilig. Schönes Schlusswort für die Gartenbank, würde ich sagen. Was, bin ich schon durch? Nein, 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 schon sagt er, er sagt schon. Nur, nur mit der, nur mit der Gartenbank, wir haben, wir haben ja noch reichlich Themen, die, die wir hier besprechen wollen, ich würde nur gerne jetzt so langsam den Cut machen, und sagen, okay, dann nehmen wir jetzt mal den Fokus von dem Tim Brittler weg, und gucken mal, zum Beispiel auf so ein Community-Event, wie den 34 C3 und das Sendezentrum, was du ja gerade schon so schön, da hast du ja eine schöne Rampe hin gebaut, dann kommen wir einfach zum Querbeet, aber du bleibst bitte einfach bei uns, wenn, wenn du noch die Zeit und die Lust und die Kraft hast. Ich höre mir nur kurz ein Getränk, ja. Ja, klar, okay, dann machen wir trotzdem schon mal den Jingle. Den Jingle, genau. Das haben wir ja gar nicht angesprochen, wenn der Tim sagt, er holt sich ein Getränk. Tim hat ein eigenes Podcast im Studio. Da hat er sich eine, ich weiß gar nicht, was ist das, eine kleine Wohnung oder sowas extra angemietet, jenseits der Familie, ein kleines Büro, damit du deiner Familie nicht im Wohnzimmer auf die Nerven gehst wahrscheinlich. Ja, als das zweite Kind da war, war klar, dass ich das jetzt nicht mehr in meinem kleinen Büro, in der Wohnung produzieren kann und dann guckte ich irgendwie aus dem Fenster raus und sah auf der anderen Straßenseite so ein Fenster, wo ich mir dachte so, da waren schon lange keine Menschen mehr, was ist denn da eigentlich? Dann habe ich da angerufen und dann so, ja hier, wollten wir gerade, wollten wir gerade eine Anzeige in die Zeitung setzen. Ich so, lass das mal schön sein, ich nehme es. Und jetzt bin ich hier. Und das ist jetzt ein Raum und eine kleine Küche, kleine Toilette oder wie stellt man sich das so vor? Genau, so kann man sich das vorstellen. Flur, mehr ist nicht. Genau, da passt gerade der große Tisch rein, damit deine Freakshow, deine Mit-Podcaster da platzen. ein Sofa, kleine Küche, also es ist alles cozy, ist nicht zu eng, aber es ist auch jetzt nicht episch. Es ist schön, genau richtig. Sehr schön. Kommen wir mal zum 34C3. Also das ist der Chaos Communication Kongress, Ende zum 34. Mal statt, deswegen die 34 da vorne. Du bist glaube ich von Anfang an dabei, fast oder ganz. Du hast von den ersten Teilen nicht gehört, den ich mit Möko gemacht habe. Ich habe, ja, vielleicht nicht ganz genau aufgepasst, das stimmt. Ich war, soweit mich meine Erinnerung nicht trügt, glaube ich auf dem ersten Kongress, aber ich habe so von den ersten zehn Kongressen bestenfalls zwei besucht. Also wenn du es schon nicht weißt, woher soll ich es dann wissen, bitte? Ja, das habe ich ja in dem... Aber schon ganz, ganz lange und auch in der Hauptorganisation bist du gewesen, längere Jahre und hast dich erst nach... 98 bis... Nach und nach ausgezogen. ...2003, 4 so. Das ist das große Event vom Chaos Computer Club, was immer zwischen Weihnachten und Neujahr stattfindet, an verschiedenen Orten. Es hat schon mehrere Niederlassungen sozusagen gegeben. In diesem Jahr 2017 erstmalig in Leipzig. Kannst du mir erklären, wo das genau ist? Es gibt ja jetzt das Kongresszentrum Leipzig und die Messe Leipzig. Ist das in beiden oder nur in einem von beiden? Wo genau liegt das? Ja, es handelt sich dabei um das Messegelände Leipzig, was unter anderem auch das CCL beherbergt. Also es gibt da fünf große Messehallen und dann, wo noch eine sechste hätte sein können, da ist dann das CCL, was halt mehr wie ein Konferenzzentrum gebaut ist. Okay, uns interessiert aus der Podcaster-Perspektive das Sendezentrum. Das ist etwas, was es seit 2014 ungefähr gibt. Das erste Mal war das bei der Republika. Da hattest du so einen kleinen Raum da oben, zweite Etage oder so. Da hat das so angefangen. Genau, da haben wir da mal diese Idee. Also eigentlich hatte das was tatsächlich ureigen mit der Republika zu tun, die ja am Anfang, jetzt nehmen wir einen interessanten Bezug auf das, was ich vorhin so erzählt hatte, Johnny Häusler, Logosphäre und dann fing er mit Republika an und so die ersten zwei, drei Republikas waren noch ganz stark davon geprägt von dieser Urschleim- Logosphäre-Szene und hatte im Wesentlichen dieses Ganze, was ja auch im Namen drinsteckt, so dieses Publizieren von unten, dieses, was wir besprochen hatten, User-Generated-Content und ich bin mein eigener Kanal und Filterhoheit und all das, das spielte halt eine große, große Rolle und mich hat's gestört schon bei der dritten, zweiten, dritten Republika erstens, dass sowieso viel zu wenig über Podcasts geredet wurde. Ich hab dann halt einen Talk gemacht immer dazu, aber naja und was mich auch gestört hat, ist, dass es eigentlich keinen Ort gab, wo man das dann auch tun konnte. Klar, die Blogger, die konnten sich mit ihrem Laptop irgendwo hinsetzen und haben dann ihren Artikel geschrieben und waren glücklich, aber so für Audio- und Video-Leute hätte es dann doch schon noch anderer Vorkehrungen bedurft und diesen Raum gab's nicht, also der wurde da nicht so angeboten, beziehungsweise es war auch nicht so im Selbstverständnis, weil war ja alles Textleute und da habe ich mich längere Zeit drüber beschwert, bis dann irgendwann die Republika in die neue Location dann ging, ich weiß gar nicht, nach dem fünften Mal so in der Größenordnung vierten Mal und dann kam ich halt so auf mit naja, können wir jetzt nicht mehr so einen Ort da machen, hab da nicht mal einen Raum frei und zu dem Zeitpunkt habe ich halt mit Claudia hier schon mal so eine schöne Brain Session gehabt in der Meta-Ebene, wo wir halt diese Idee des Sendezentrums geboren haben, also das Kombinat für angewandte Radiotheorie, was immer das auch bedeuten mag. Naja, du weißt ja so, jeder kann ein Sender sein und so, das ist ja da sozusagen diese brechtsche Radiotheorie oder zumindest die, die brecht so zugeschrieben wird. Ich wollte gerade sagen, da gibt es doch einen Vortrag von Ralf und Claudia, wo genau das eben wichtig gestellt wird. Aber so oder so gibt es diese Radiotheorie, wer auch immer jetzt sozusagen in die Welt gesetzt hat, die sich jetzt halt mal im Kurzen zusammenfassen würde mit, jeder kann seine eigene ARD sein und das wollten wir halt irgendwie klammern und ich weiß gar nicht mehr in welcher Reihenfolge das alles lief, aber da sind dann diese Ideen geboren worden mit, man schafft halt einen Ort, das wäre dann eben das Sendezentrum, da wo man halt auf dieser Republika senden kann, also wo man das Senden betreiben kann, zum Beispiel einen Podcast aufnehmen, die Idee der Sondersendung, also eines Podcasts, die den Event begleitet und über ihn berichtet und all die ganzen anderen crazy Details ja noch rausgekommen. Eine Bühne gab es da noch nicht in dem Konzept oder stimmt gar nicht, wir haben diese Sendung, zehn Stühle ja genau, also da war ein Tisch mit Stühlen und man saß da und hat halt einen Podcast aufgenommen und man konnte mit zehn Leuten zugucken, mehr hat dieser Raum ja nicht hergegeben und das haben wir dann da gemacht, haben diese Sondersendung gemacht und es gab halt das erste Mal so ein Audio Format, was sich eben inhaltlich mit der Republika selbst vor Ort auseinandergesetzt hat, was halt absurd ist, dass diese Republika, die jetzt jahrelang irgendwie geprägt aus dieser Szene, die ganze Zeit nach außen versucht zu thematisieren, ja Leute können auch selber produzieren, man muss nicht die großen Medien und so weiter, nur gemacht hat es da keiner und es war dann schwierig das dann da irgendwie auch noch unterzukriegen, weil natürlich dann der Zulauf so groß war und ihre Sponsoren und die Räume und kein Platz und pipapo und dann sind wir im nächsten Jahr dann halt irgendwie diesen halligen Raum da gegangen, das war irgendwie nix, da hatten wir zwar eine größere Bühne und haben ja Aufwand getrieben, aber es war einfach von der Örtlichkeit her ein bisschen blöd, die Kathedale, genau, es hat immerhin den Mythos des Sendegates begründet, manifestiert, genau, dieses Schild, dieses Merkwürdige, das war halt so ein Run, weißt du, das war doch, also der Running, kennst du den Running Gag, ne, mit dem, wo das her kommt? Ich hab ihn schon wieder vergessen, ich kannte ihn mal, das war aber auch so ein Moment, wo ich dachte, ach so ist das, ich hatte es lange nicht begriffen, jetzt hab ich es wieder vergessen, verflixt. Das war doch diese Phase, wo dann irgendwie auf Twitter wirklich alle zwei Monate irgendein Gate, irgendeine Sau, irgendein Lattenzaun Gate durch die Öffentlichkeit getrieben wurde. Irgendwas war immer ein Skandal, so und so Geld, dieses Geld, das nicht Geld, weißt du, ich frag mich mal, was das jetzt alles war, aber es war immer irgendein Aufreger und alle haben total sich aufgeregt und diese ganze Empörungskultur war ja dann irgendwie einfach, stieg ja ins Unerträgliche, mittlerweile legt sich das so gefühlt schon wieder so ein bisschen, aber das hat alles immer irgendwie, Dieselgate, Dieselgate, oder nicht, aber ich überlege gerade, was in der damaligen Zeit noch überhaupt diese Gates waren, also da gab es ja lustige Sachen, wie diese Nummer mit dem Blumenkübel, das war ja dann schon extrem selbstironisch, als dann in irgendeiner Regionalzeit tatsächlich mal so einen Bericht gab mit, es gab Sturm und ein Blumenkübel ist umgefallen, das ganze Internet sich da drauf gestürzt hat und Breaking News, irgendwie Eil, Blumenkübel umgefallen den ganzen Tag auf Twitter und uns einfach alle schlapp gelacht haben, das waren auch die guten Zeiten, wo wir irgendwie Spaß haben konnten auf Twitter und heute ist das ja eigentlich nur noch Elend, naja und dann haben wir irgendwie dieses Sendegeld auf der Republika erfunden, ja, also wir haben dann einfach so, ja, wir haben uns also empört über irgendwas, so mit Anzeige ist raus und es geht ja gar nicht, Landzaun, Sendegeld, also wir haben einfach künstlich auf der Republika ein Gate erschaffen, nämlich das Sendegeld vom Sendezentrum halt, was halt keinen Hintergrund hatte, es gab kein Gate, es gab nichts, über das man sich empört, so wir haben einfach die Empörung als solche inszeniert und das Sendegeld, so und haben dann halt Empörung über die Empörung erzeugt und was ist denn jetzt schon wieder und da sind Twitter und ist immer irgendwas und das Land geht unter und die Leute kriegen sich ja gar nicht mehr ein und ja, es ist halt halt da permanent die Bälle zugespielt und einfach köstlich amüsiert und später hat dann Ralf, weil das halt einfach so positiv in unserer Erinnerung war, halt dann dieses Forum so genannt, das ist quasi eine Reminiszenz an dieses, an dieses erfundene Empör-Szenario, das Sendegeld, der Eintritt in das Sendezentrum quasi, weil das war dann auch, wenn uns dann die Leute vor Ort gefragt haben, was denn nun ist mit dem Sendegeld, haben wir halt immer auf die Glastür gezeigt, wo einfach Sendegeld draufstand und das war halt der Eingang zum Sendezentrum, also das war schon so ein bisschen Meta. Richtig, man ging mit verdrehtem Gehirn da heraus, das stimmt, jetzt kann ich mich dunkler hinan, ja. Ja, das hatte alles schon so seinen Humor und ja, dann hat sich dann in der Folge, das haben wir es dann halt auch auf dem Kongress gemacht und es hat sich halt gezeigt, dass eben das Sendezentrum viel besser auf dem Kongress funktioniert hat als auf der Republika, weil es da einfach viel mehr Podcast-Hörer gab und viel, ich meine der Kongress ist einfach ohnehin die geilere Veranstaltung und viel emotionaler und crazy und das passt halt alles wunderbar rein und dann haben wir da einmal, zweimal, dreimal, viermal jetzt dort unser ja, so eine kleine Bühne aufgebaut, die dann immer größer wurde und die Idee von Live-Podcasting vor Publikum halt weitergespielt. So. Und das lief beim ersten Mal wusste noch keiner so recht und da haben wir diese Bühne eigentlich nur dafür benutzt, diese Sondersendungen zu machen über den Kongress wieder, genauso wie wir was auf der Republika gemacht haben und beim zweiten Mal war es dann schon sehr viel mehr überlaufen von Podcasts, die jetzt so die Idee mitbekommen haben, verstanden haben, worauf wir es angelegt haben und sich dann eine Show ausgedacht haben, um sie auf dem Kongress dort zu machen. Der Anycast hat sich da besonders hervorgetan und natürlich methodisch inkorrekt war dann dann Ich wollte gerade sagen, die haben da in der, genau, da haben die ja sozusagen ihr Debüt gehabt. Genau, das war eine Idee von Claudia, die hat die einfach angesprochen und hat gesagt, hier wollt ihr nicht mal was für die Bühne machen, ihr habt doch eh so ein bisschen Bühnenerfahrung, die so, ja, warum nicht und so und aber Kongress und glaubst du, das interessiert da einen und das sind doch alles nur so Nerds und wir sind doch so Wissenschaftler und das passt doch überhaupt nicht zusammen und ich vergrub schon damals immer meine Hände im Gesicht, das war einfach so putzig. Crowdcontrol musste dann noch Nachschub die Annahme, dass deren Format auf dem Kongress keine Freunde finden würde, das war einfach so ein absurder Gedanke, aber es war auch sehr schön zu sehen, wie sie das dann vor Ort selber langsam sich vor ihnen entfaltete, dass sie nicht nur nicht an einem Ort sind, wo keiner sie kennt oder so, sondern dass sie da eigentlich ins gemachte Nest springen, weil sie da einfach so on topic waren mit ihrer Art. Naja, auf jeden Fall Sendezentrum hat dann ganz gut funktioniert, wir haben dann immer größeren Ort gefunden, wir sind eigentlich immer im selben Bereich geblieben, aber haben halt diese Bühne weiter ausgebaut. Letztes Jahr war es dann aber schon ein bisschen anstrengend, weil Ralf und Claudia ja ein Kind bekommen haben und dann ausfielen und dann war es schwierig, dann eben das parallel noch stattfindende Wachstum da kontrolliert abzufeiern und das hat dann auch dazu geführt, dass wir jetzt dieses Jahr die Reißleine gezogen haben und gesagt haben, wir machen jetzt keine Bühne auf dem Kongress. Aber das Sendezentrum selber ist da und so ein paar Elemente, Podcaster, Tisch-Community-Treffen, Workshop-Area und so weiter, das wird es alles geben, aber keine große Bühne. Genau, das muss man vielleicht auch mal so sagen. Also Sendezentrum ist so ein Gummibegriff ein bisschen. Also einerseits ist es so ein bisschen Claudia, Ralf und ich so als Team, so als Gruppe, ist so ein bisschen unser Bandname so und wir machen halt Sachen. Wir machen Subscribe, wir machen andere verrückte Sendegate, da bin ich jetzt nicht so mit involviert, aber kommt auf jeden Fall aus derselben Küche. Ralf hat dann mit Ultraschall nochmal so ein bisschen noch sein eigenes Ding da separat los, also es ist nicht immer alles, wir machen immer alles gemeinsam oder so, es ist mehr so ein Denkraum, in dem wir uns so bewegen und wo die Sachen dann daraus hervorgehen und unterschiedlich intensiv von uns betreut und weitergesponnen werden. Also wir eben auch den Ort auf dem Kongress dann, der dann halt auch Sendezentrum heißt, weil dafür ist dieser Begriff ja mal geschaffen worden eigentlich, also ein Ort auf Veranstaltungen wo gesendet wird, aber der schwebt halt jetzt mehr oder weniger in the Cloud und wir senden halt auch ganz andere Botschaften wie eben Community-Vernetzung über das Sendegate oder eben sonstiges technisches Enabling durch das Podcast-Partner-Projekt, was auch dann wiederum vollkommen ohne unsere Beteiligung entstanden ist und sein Eigenleben feiert, aber dann auch irgendwie im Sendezentrum mit angedockt ist, das ist auch irgendwie alles egal, aber es war auch so ein bisschen, um ehrlich zu sein, am Anfang so ein bisschen auch der Spaß, also wir haben uns irgendwann auch mal überlegt, wir gründen jetzt einfach nochmal so fünf verschiedene Organisationen mit unterschiedlichen Decknamen, die alle irgendwie teilweise nur Beziehungen zu anderen haben, um so ein typisches Verschwörungstheorie-Dickicht aus Tarn-Organisationen zu haben, die alle irgendwie was miteinander zu tun haben, aber keiner weiß so genau, was dahinter steckt. Das war so ein bisschen der Plan, aber am Ende ist was Gutes bei rausgekommen und ich finde, es ist irgendwie ein ganz schöner Community-Container geworden. Das heißt, auf dem Kongress gibt es natürlich einen Ort, der Sendezentrum heißt und der hat andere erfolgreiche Elemente, die diese Bühne begleitet haben im letzten Jahr, nämlich den Sendetisch oder Podcaster-Tisch oder ich würde sie ja gerne Sendestudio nennen, aber dann haut mich Claudia, wo wir ja von Anfang an Infrastruktur geboten haben mit du willst eine Sendung aufnehmen, kannst du hier machen. Das ist dann ein großer runder Tisch und dann liegen dann irgendwie acht Headsets und dann gehst da hin, drückst auf Rekord und machst eine Sendung und musst nicht deinen ganzen Scheiß mitschleppen. Das war ja eigentlich so die Kernidee für den ganzen Kram und die Bühne kam dann noch mit dazu und den Podcast-Partnern ist ja dann ein ganz neuer Aspekt sozusagen, dass eben auch sich Leute gefunden haben, die sagen, ja, hier, so wie die Chaos-Partnern auf dem Kongress, ihr wollt was mit Podcasts zu tun haben, wir zeigen euch die Welt. So, ne, also, wenn du mich fragst, brauchst du den Lautsprecher-Podcast, sag ich nur, es gibt die Podcast-Partnern, wozu muss ich da noch einen Podcast erzeugen? Da wird viel besser geholfen und viel intensiver und wärmer und persönlicher vor allem, da kann ich noch so viele Sendungen aufnehmen, das bringt gar nichts. Also das ist wunderbar. So ein Podcast-Partnern und dieser Tisch oder zwei Tische sind es glaube ich jetzt sogar, die werden dann irgendwie da sein und es wird also einen Ort geben, wo man hingehen kann, wenn man irgendwie Sende interessiert ist, Podcast interessiert ist, was auch immer. Es wird keine Sendung auf einer Bühne geben, aber es wird Tische geben, wo vielleicht Podcaster ihre Sendung aufnehmen, es wird da ein Podcast da rumhängen, wer Podcaster treffen möchte, kann da hingehen, das wird da stattfinden. Das wird jetzt nicht so ein mega umjubelter riesen Wahnsinnsort werden, wie das jetzt auf den letzten zwei, drei Kongressen war, so, weil das war ja irre da, aber es war glaube ich auch eine Ausnahmesituation, weil wir im CCH einfach den perfekten Ort für den Kongress gefunden hatten und wir hatten halt in diesem perfekten Ort den perfekten Ort für dieses Sendezentrum gefunden. Ich habe keine Ahnung, wie sich das in Leipzig entwickeln wird, das wissen wir alle nicht, aber ich bin gespannt. Wer ist denn jetzt, wenn man so will, Hauptansprechpartner für das Sendezentrum? Bist du das jetzt oder gibt es da gar keine? Milliarden. Ist das wirklich so ein Kraut? Jeder macht was? Alle. Alle. Also, hier Sebastian. Also aus technischer Perspektive ist es glaube ich Sebastian, wenn ich das richtig verstanden habe. Sebastian plant da viel mit, Ralf hat jetzt irgendwie einiges gemacht, Tine ist da mit den Patinnen am Start, also alle. Es gibt da jetzt nicht so eine Person, auf die man zeigen kann. Genau. Ich war jetzt eh eine Woche weg und so und dadurch, dass das mit der Bühne dann auch weg war, war so jetzt der Zwang den großen Hebel zu bewegen ein bisschen raus und ehrlich gesagt bin auch ganz, bin jetzt nicht so unglücklich damit, weil das wäre schon nochmal eine Belastung gewesen und ich glaube auch, dass diese Bühne, das ist glaube ich ganz gut, wenn wir da jetzt mal durchatmen. Also vielleicht stellen wir danach fest, dass es doch ganz schön wäre, was zu haben, aber ich glaube, es ist ganz gut mal ins Downsizing zu gehen und nochmal zu überlegen, ob das jetzt eigentlich so Not tat. Ich weiß, dass viele Leute da gerne hingegangen sind und da auch gerne bestimmte Shows angeschaut haben und es war ja dann auch immer rottedicke, voll und gut besucht bei manchen Sachen, großer Spaß, aber wenn man halt jetzt kein Team hat, mit dem man das irgendwie wuppen kann, dann geht's halt nicht. Also wir hatten auch also nahezu alle Bereiche, wo wir letztes Mal viel Unterstützung bekommen haben, können wir die diesmal so nicht bekommen. Das VOG-Team zum Beispiel ist mega damit beschäftigt, überhaupt erstmal ihren Scheiß da zum Laufen zu bekommen an dieser neuen Location und das ist so ein bisschen das eine Problem gewesen und das andere Problem ist, dass eben sich letztes Jahr auch gezeigt hat, man muss schon und so eine Bühne rocken, echt viele Leute rund um die Uhr da mehr oder weniger am Laufen halten und große flexible Teams bilden und alle Leute, die so am Anfang noch am Horizont waren, da vielleicht mitwirken zu können, haben alle irgendwie aus persönlichen und sehr unterschiedlichen und sicherlich auch guten Gründen signalisiert, so ja, nee, kann nur ein Teil und so und dann fehlte so ein bisschen die Masse und ich glaube, wenn es so ist, dann sollte man sowas auch nicht machen. Das kann man wirklich nicht nur mit einem fokussierten, unstoppbaren Kernteam machen, was durch alle Sachen durchgeht, aber weiß nicht, ob wir da jetzt nochmal einen Generationswechsel oder so brauchen oder ob es einfach erstmal nur eine Pause ganz gut wäre. Eins noch vielleicht dazu, es ist auch ein bisschen schwierig, glaube ich, so ein bisschen diese Wahrnehmung, weil wir halt so ein bisschen eigentlich das Ganze ja als Produktionsort verstanden haben und auch diese Bühne so ein bisschen als Experimentierfeld für wie kann man Podcasts live auch machen, wo wir vorhin ja auch schon drüber gesprochen haben, so Planetarium und so weiter, also dieser ganze Live-Aspekt ist ja eine tolle Sache. Aber es war dann eben auch so, dass dann in dem Kongress, wo dann immer diese extreme, dieser extreme Run auf die Vortragsbühnen ist, dann auch schon sehr viel Druck durchsickerte, bei uns dann auch irgendwie Content noch unterzubringen und so und es war dann sehr schwierig, das abzuwägen, also man befand sich da auch so in so einer schwierigen politischen Schnittkante und wo ich mich ganz gerne raushalten würde und deswegen muss man mal überlegen, wie man das am besten macht oder ob man nicht vielleicht einfach wirklich mehr so diese Podcaster-Tisch-Idee weiter ausbaut oder vielleicht mal wirklich ein Sendestudio baut, was so ein bisschen mehr geschlossen ist, keine Ahnung, weiß ich nicht, müssen wir rausfinden jetzt, halt jetzt mal das Maul. Das Problem ist ja, dass viele gerne dann bei den Produktionen zuhören möchten, bei der Bühne ist es klar, der Zuschauerraum, das haben wir ja jetzt in dem Sinne so nicht im Angebot ausprobiert werden. Aber du hast ja auch diese Kopfhörer, da kann man sich ja hinsetzen und so, ist natürlich nicht das gleiche, aber ja, nicht die 200 Leute oder wie viele das da gewesen sind in Hamburg. Schluss jetzt hier mit populär und so, jetzt müssen wir wieder back to the roots. Vielleicht können wir noch mal kurz drauf eingehen, wo man uns jetzt eigentlich überhaupt genau findet. So mittlerweile kristallisiert sich ja eine Örtlichkeit für uns raus. Also Tim hat es ja schon angesprochen, das Ganze ist ja wirklich riesig dieses Jahr. Ich habe da irgendwo mal eine Grafik gesehen, wo man mal das CCH neben das CCL mit den ganzen Messerhallen gelegt hat. Allein das Kongresscenter ist ja irgendwie schon fast genauso groß wie das CCH und mit den Hallen ist es irgendwie das, weiß ich nicht, X-Fache von der Fläche. Also Roller und gute Schuhe sind glaube ich Pflicht dieses Jahr, wenn man sich bewegen will, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, also wir werden wahrscheinlich im Kongresscenter selber, also in diesem Hauptgebäude unterkommen, in der Ebene Null, also quasi Erdgeschoss. Muss man ein bisschen aufpassen. Das Ganze hat irgendwie, ist ein bisschen komisch geschnitten. Ich glaube, der Parkplatz liegt irgendwie auf Ebene Minus Eins, also im Erdgeschoss. Ja, ja, das ist das Gebäude, was alle durcheinander bringen. Das Gebäude hat, auf der einen Seite ist quasi diese Ebene Null auf Parkplatz Höhe und auf der anderen Seite ist es die Minus Eins, weil es quasi am Gebäude schräg nach unten geht. Und deswegen ist das so verwirrend. Also wir sind da an der Stelle, wo wir sind, gefühlt im ersten Stock. Weil wenn du rausguckst, schaust du nach unten. Ja, genau, da ist auch nur noch eine Terrasse, glaube ich, irgendwie gesetzt davor. Ja, da werden wir uns in der Mehrzweckfläche 3, 4 irgendwo in der Ecke wiederfinden. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es nachher beschildert sein wird. Wahrscheinlich, ob da nochmal Raumnamen oder so davor kommen, das ist, glaube ich, noch offen. Aber ja, da wird man uns dann, glaube ich, finden. Ansonsten gibt es noch, vielleicht noch zur Hallenkonfiguration, das sind ja gebucht, soweit ich weiß, die ersten, also Halle 1, 2 und 3. Die 4 ist, glaube ich, nur Lagerhalle. und in Halle 1 und 3, die sind so ein bisschen abgetrennt als Saalbühnen-Technik, immer so ein Viertelstück oder so und Halle 2 ist das Gleiche, aber da ist dann der Rest der Halle, also drei Viertel der Halle, mit Assembly-Fläche geplant. Also auch, und eine Halle davon, um das mal so ein bisschen einzuordnen, hat 20.000 Quadratmeter in etwa, das sind irgendwie fast drei Fußballfelder, habe ich mal ausgerechnet. Also da ist schon ordentlich Fläche, um das mal so ein bisschen in Kontext zu bringen. Ja, und dann gibt es noch eine Glashalle, die das Ganze quasi verbindet, diese ganzen Hallen und das Kongress-Center. Ja, genau, den Rest hatten wir jetzt schon mal angeschnitten. Ich weiß nicht, haben die anderen aus dem Team jetzt noch Fragen zum Sendezentrum vielleicht? Das klingt gerade nicht so. Die sind eingeschlagen. Nein, 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 nein. Es war so entspannt. Man sollte vielleicht erwähnen, dass, oh Gott, wer war es denn jetzt? Der Christoph und der Erik, die haben ein Call for Participation für den Podcast-Tisch ausgerufen. Da kann man sich eintragen, also die haben Slots gemacht, Stunden-Slots, die immer, also eigentlich nur 50 Minuten, weil man immer 5 Minuten für die Übergabe braucht, wo man eben sich dann eben, wie Tim das gerade sagte, nach der bewährten Manier hinsetzen kann und einfach was aufnehmen kann und man kann sich dort dann einen solchen Slot, sich um einen solchen Slot bewerben. Ich glaube, das läuft seit gestern und da ist der Zulauf schon recht rege, wenn ich das so aus der Entfernung sehen kann. Genau, also man sollte sich daran halten. Tatsächlich, also ich weiß nicht, ob die jetzt schon irgendwie einen definierten Endzeitpunkt gesetzt haben, aber lange wird es jetzt nicht mehr laufen, weil irgendwann muss es ja natürlich auch das Programm geplant werden, also ja, also wer da Lust hat, noch daran teilzunehmen, wenn ihr das hört, also in der Konserve dann, dann ja, dann denke ich, ist es noch nicht ganz zu spät, aber dann solltet ihr tatsächlich in die Tasten hauen. Wo ihr auch in die Tasten hauen könnt, ist, wenn ihr irgendwie mithelfen wollt, da gibt es auch im Sendegeld schon einen Beitrag, wo ihr euch eintragen könnt, ob ihr am Aufbau, Abbau oder auch zwischendurch mal Schichten übernehmen wollt, da wir dieses Jahr nicht am Engelsystem angebunden sind, läuft das also auch alles selbstorganisiert ab und da müsstet ihr euch dann bei uns im Sendegeld im Wiki auch erstmal eintragen, damit wir euch zuordnen können. Ja, ich glaube, das war es dann auch organisationstechnisch einigermaßen. Ja, ich wollte noch nachreichen, also für den Podcast-Tisch, Sendetisch, Sendestudio, wie immer das Ding jetzt auch heißt, das runde etwas da in der Mitte, da gibt es wohl auch noch, wie soll man das sagen, Late, oder Karten für die Abendkasse, ein oder zwei Slots werden freigehalten für spontane, für spontane Aktionen sozusagen, so habe ich zumindest die Diskussion verstanden, also wer diesen Podcast jetzt hört und die Zeit und verstrichen ist, so wie Sebastian das gerade angedeutet hat, der kann vielleicht dann vor Ort nochmal was erreichen, das ist möglich. Tim, eine Frage an dich, dass die, dass die, dass wir jetzt nicht irgendwie mit dem Engelsystem da verbunden sind und so weiter, bedeutet das irgendwas inhaltlich, hat die C3 Orga jetzt irgendwie nicht mehr so viel Lust auf das Sendezentrum oder ist das einfach dem Umstand geschuldet, dass man an einer neuen Location ist oder so? Nein, also, erstmal, die waren jetzt eher enttäuscht davon, dass wir diese Bühnen gestrichen haben, weil man davon eigentlich ausgegangen ist und man muss auch sagen, das Sendezentrum ist in den letzten Jahren schon sehr gut angekommen, also das wurde als, als Bereicherung verstanden. Das war der Blickfang, wenn man so reingekommen ist, ne? weiß nicht, ob es jetzt der Blickfang war, aber es war, auf jeden Fall hat es einen Raum, der potenziell auch einfach nur ein langweiliger Durchgangsraum sein hätte können, doch in ein lebendiges Ding verwandelt, wo immer irgendwie was ging. Ja, also da war viel Spaß. der große Aufwand, den die Bühne mit sich brachte, insbesondere im Hinblick auf Videoaufzeichnungen, das hat dann dazu geführt, dass wir dann irgendwann auch einfach quasi wie eine normale Bühne betrachtet wurden und von daher auch aus diesem Engelpool die Leute uns holen konnten, weil uns das einfach organisatorisch komplett an die Wand gelegt hätte. Jetzt bewegen wir uns ja vom Aufwand her in einem ganz normalen Assembly wie alle anderen auch, wie das so schön heißt auf dem Kongress. Assembly ist halt einfach so ein Interessengruppenbereich, der es zahlreichste gibt auf dem Kongress, die sich auch immer schon alle organisiert haben. Also das ist, sagen wir mal, vollkommen klar, dass wir da jetzt nicht unsere Posten da, die wir da noch brauchen, um uns da zu organisieren, dass wir die nicht mit jetzt den freiwilligen Helfern des Kongresses, die mithelfen wollen, den Kongress als solchen zu organisieren, bestücken. Also das ist vollkommen klar, dass das so ist und da gibt es auch überhaupt gar keine Diskussion drum. Also das wäre ja noch schöner, weil letztlich der Kongress lebt ja von Eigenorganisationen und das Engelsystem ist jetzt nicht im eigentlichen Sinne Arbeitsamt für jeden Scheiß, der irgendwo gemacht werden muss von irgendjemanden, sondern vor allem muss jeder erstmal sich um seinen Scheiß selber kümmern, aber die Dinge, die halt essentiell sind für den Kongress, also vor allem Bühnen und was halt an sonstigen Tätigkeiten, Bar, Müll, Bewachung und so weiter, das sind die essentiellen Dinge. Dafür ist das Engelsystem da, dafür sind die Engel da, aber nicht dafür, dass wir jetzt irgendwie eine Person da am Podcaster-Tisch haben, das würden wir auch gar nicht wollen, wir wollen ja Leute da haben, die aus der Community kommen und andocken und da ein Teil von werden wollen und nicht welche Leute, die da jetzt zwei Stunden lang eine Schicht machen, um dann irgendwie an andere Leute zu übergeben, das wäre ja Quatsch. Das kann man ja verstehen, dass man quasi dann, also wenn man keine Bühne hat und kein Versammlungsort in, also so wie es Zuschauerraum ist, dass man dann quasi in den Status der anderen Assemblies eingeht und da ist es eben dann eben in Eigen. alle anderen auch und da gibt es überhaupt keinen Unterschied, aber das ist auch nichts Schlimmes, das ist halt ganz normal, so wie Kongress halt ist, nur weil wir halt die letzten zwei Jahre so eine Ausnahmesituation hatten mit dieser Megapopularität dieser Bühne, gab es halt für den Bereich Video und nur dafür eine Ausnahme. Und das ist auch okay und hilfreich gewesen, aber da gibt es jetzt weder Bedarf noch Notwendigkeit, da ist dann irgendwas anzudocken und das hat auch nichts mit irgendeinem Missfallen oder sonst wie zu tun, das ist halt einfach ganz normal und selbstverständlich, dass das genau so ist. Das klingt alles ziemlich nachvollziehbar, finde ich auch. Ja, habe ich noch eine Frage, methodisch inkorrekt, wollte ja immer gerne in den Saal 1, aber aus Sicherheitsgründen, weil, wie war das, unter der Bühne waren Räume und der ausgetretene Stickstoff, der wäre in die Räume und hätte Sauerstoff verdrängt und was weiß ich, durften die nie in Saal 1, da gab es ja auch das schöne Mem, das geht nicht in Saal 1, sie mussten immer in Saal 2 oder 3 oder G oder was weiß ich, wo sie waren. Können sie denn in Leipzig in Saal 1, gibt es sowas überhaupt, den großen, das große Spiel, die große Spielwiese? Ist der Fahrplan eigentlich schon raus? Ich weiß gar nicht. Aus technischen Gründen. Ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Ahnung, ich habe keinerlei Erkenntnis, ich weiß auch die letzte Woche irgendwie gar nicht in Deutschland, ich weiß gar nicht, was sich seitdem da getan hat. Lassen wir uns mal überraschen. Aber sie werden da was machen und was ich auch sehr gut finde, sie werden was anderes machen. Also sie haben jetzt auch eingesehen, dass man nicht immer wieder dieselbe Leier fahren kann und ich weiß nicht, ob ihr aus dem Podcast diese jährliche Sonderbefeierung dieses IG Nobelpreises kennt. also einmal im Jahr wenn ihr diese Alternativen, also eine Alternative stimmt glaube ich gar nicht, sondern also halt so lustige Nobelpreise verliehen, humorvoll für besondere Leistungen in der Wissenschaft für so Studien, die keiner braucht, die aber trotzdem irgendwie interessant sind. Ich weiß gar nicht, wie die Definition ist und das haben die beiden immer schon auch entsprechend humorvoll kommentiert und das war schon immer so eine Sondersendung und jetzt machen sie quasi genau das auf dem Kongress, was ich für eine sehr, sehr gute Idee halte, weil jetzt noch mal immer noch diese Knopfhoff-Show Experimentier-Nummer, das wäre es nicht gewesen. so und so kann das ganz unterhaltsam werden, dass sie das können, das haben sie ja auch wieder auf ihrer eigenen Hunderter-Party im Pott gezeigt. Da waren aber viele Experimente auf der Bühne, auch mit Stickstoff und Tiefkühlung und so weiter. Da waren auch Experimente auf der Bühne, aber da waren ja auch ganz andere Elemente, da gab es eine Vorband und da gab es ja auch andere. Da war viel los, da war viel los. Das war ja das Schönste, wie Linus und du dann den Chor dirigiert habt, also das war schon übereindruckend. Sehr gut. Okay, dann lassen wir uns da überraschen an der Stelle, also nicht nur, was die Bühnensituation angeht, es gibt genauso viele Bühnen wie in Holland, in Hamburg, im Großen Saal, im Kleineren und so weiter, das kann man ungefähr vergleichen. Hier, genau. Und dann eben auch, was das Sendezentrum angeht, also jeder ist gefragt, jeder darf anfassen, jeder darf sich auch irgendwie gestalterisch einbringen. Braucht gar keinen zu fragen. Es gibt keinen zu fragen, außer Sebastian, der hat gesagt, dass er sich für die Technik hergeben wird, er wird also irgendwie dafür die Strippen sorgen. Das sagt, sei dir schon mal Dank, du Potstock gestellter. Das kriegen wir da schon hin, das sind jetzt das Problem sein. Ich bin ehrlich gesagt extrem gespannt, was dieser Kongress auf den Tisch bringt. Also ich bin ja immer so ein bisschen vor jedem Kongress bin ich immer so ein bisschen gespannt und werde dann eigentlich immer wieder angenehm überrascht. Diesmal bin ich noch viel mehr gespannt, wie er mich überraschen wird. Ich habe so ein bisschen also dieser Zuschauerraum, der war ja nun häufig auch als Aufenthaltsraum sozusagen genutzt und selbst wenn nichts auf der Bühne los war, da saßen ja immer irgendwelche Leute und haben sich unterhalten oder einfach nur ein bisschen ausgeruht oder so. Also dass dieses Element weg ist, das ist irgendwie doppelt schade. Ich hoffe, dass wir irgendwie genug Platz haben, dass die Leute, die sonst im Zuschauerraum gesessen hätten, an anderer Stelle irgendwo im Sendezentrum dann Platz finden, um genau das gleiche zu tun. Das wäre schon irgendwie schön. Aber gut, muss man ausprobieren. Wir werden es rausfinden. Der Kongress ist schon immer sehr dynamisch gewesen. Was nicht passt, wird passend gemacht. Es sind vier, fünf Tage Zeit, um das durchzuoptimieren und am Ende weiß man wie man es nächstes Jahr noch viel toller macht. Davon mal abgesehen, ich freue mich eigentlich auch mehr auf die Subscribe. So in den nächsten Jahren, da haben wir jetzt noch gar nicht so drüber gesprochen. Stimmt, was gibt es denn da eigentlich? Also es gibt noch nichts Konkretes anzukündigen, aber ich kann schon mal wolkig daherreden. Nachdem wir ja im letzten Jahr gar keine Location in Berlin gefunden haben und dann auch mit der Kindschaft da bei Ralf und Claudia noch weitere verhindernde Elemente dazukamen und das dann ausgefallen ist und wir dann wieder nach München gegangen sind. Es aber doch ganz gut lief jetzt in München. bin ich jetzt für die nächsten Veranstaltungen sehr zuversichtlich und ich sag gleich Plural es könnte fast also es ist noch nichts in komplett getrockneten Tüchern, aber es sieht gerade ganz gut aus, dass wir für die nächsten zwei oder drei Events sogar schon sowohl Ort als auch Termine in nicht zu weiter Zukunft festlegen können. Also ich bin da ganz optimistisch und ich habe auch ehrlich gesagt das Gefühl, dass die letzte Subscribe hat so ein bisschen meine also hat mir ganz gut gefallen, das hatte eine ganz interessante Dynamik so. Ich glaube, dass wir da auch den richtigen Event haben jetzt zu dem eigentlichen Trend, den wir so generell sehen, den wir ja hier schon ausführlich besprochen haben und dass die Subscribe in der nächsten Zeit den auch noch besser bedienen kann. Ziel ist, nächstes Mal wieder in Berlin zu sein. Ich denke, dass wir dann nochmal in München sein werden und ich hoffe, dass wir danach in den Westen gehen können. und vielleicht wenn alles so kommt und gut läuft dann auch vielleicht auch genau so einen Modus beibehalten können, dass wir quasi in Halbjahres Schritten immer so durch die Bundesrepublik auf so einem Dreieck rum jonglieren und und jeder Ort immer nach jeder dritten Veranstaltung wieder drankommt. Also sozusagen eine Subscribe Nord-Ost, eine Subscribe West und eine Subscribe Süd im permanenten Zyklus. Wäre das dann vielleicht, wenn du sagst Westen Richtung WDR, Richtung Köln oder so, weil wir vom Bayerischen Rundfunk das gute Beispiel übernehmen? Diese Region habe ich auf jeden Fall im Auge, sagen wir es mal so. Okay, okay. Klingt nicht schlecht. Fände ich ganz gut. So, ob es klappt, werden wir sehen, aber ich bin ganz zuversichtlich, es wird gesprochen, es gibt da schöne Angebote und jetzt müssen wir gucken, wie wir die gefüllt bekommen und ich hoffe, dass wir da im Januar schon Klarheit haben. Und dann das auch entsprechend ankündigen, weil es war sicherlich auch ein Hemmnis für die Subscribe, dass wir sie immer so spät erst wirklich haben festlegen können. München ging es, hat es ja dann auch gleich gezeigt, da hatten wir mehr Vorlauf, dann waren 150 Leute auf einmal da und ich glaube, dass wir halt auch noch ein gewisses Wachstum vertragen können. Also wir haben gesehen, mit 150 Leuten hat die eigentlich noch besser funktioniert als bisher schon. Fand ich sehr schön, 200 oder 250 Leute kommen könnten mittelfristig, ohne dass das jetzt gleich unangenehm wird oder so. Das klingt gut. Wir müssen uns nur noch einig werden, wie man Subscribe 10 dann ausspricht, ob das dann Subscribaten heißt. Oder ob wir einen 10 oder einen X da hinschreiben. Genau, das ist die Frage. Subscribe 10 10 oder ich bin da eigentlich klar positioniert und werde im arabischen Zahlenraub bleiben. Oh, ich hätte gedacht, du wärst zum X tendiert. Ach nee, man muss ja nicht die schlechte Idee von Apple nachmachen. Ich habe sie automatisch mit X geschrieben in meiner Übersicht. Ich bin schon so, ja. Vielleicht schreiben wir es auch aus Deutsch 10 ZEHN Zentrum für energetische holistische Neubetrachtung. Nicht Wahrheiten, genau. Ja, prima, haben wir das auch gleich noch mit abgefrühstückt. Ja, super. Ich habe die Tage bei uns im Sendegarten einfach mal den Potlove Web Player 4 installiert, ist übertrieben, eingestellt. Das kann man ja einfach mit einem Klick ändern und dann stach mir da ein relativ großer Player entgegen, der auch so ein paar verborgene Funktionen hat, so mit Embedding und so weiter. Und der Lars hat, also der das Ding gesehen hat, gesagt, das ist ja ein tolles Ding und wollte sich mal so ein bisschen näher angucken. Lars, wie ist der Eindruck, den du mitgenommen hast von diesem Potlove Web Player 4? Ja, mir gefällt er. Also, bin ich laut genug vielleicht mal eben? Ja, ne? Gut. Kannst ruhig noch zulegen, ja. Kannst ruhig noch zulegen. Marc, drehst du mich mal ein bisschen? Ich bin heute so aufgedreht. So. Der neue Web... Ja, aber hallo. Zu spät am Abend. Vernünftige Wortspiele ertragen wir jetzt nicht mehr. Also, das, was ich jetzt erzähle, geht zu einem großen Teil auf den Talk zurück, den Alexander Heimbuch, beim Subscribe oder bei der Subscribe? Tim, was sagt ihr eigentlich? Bei der Subscribe oder beim Subscribe? Die Subscribe. Gut, bei der Subscribe präsentiert hat also der Ad-Zusatzstoff, so heißt er bei Twitter und der hat also den Web Player 4 dort mal ein bisschen genauer vorgestellt, den das Design von Markus Stur vorgestellt, dann gezeigt, wie die Metadaten gebaut sind, wie der eigentliche Player aussieht, wie die Optionen aussehen, die unten drunter stehen und er hat dann eben auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und hat beschrieben, dass also für diese Testversion, die es von dem dritten Player gab, die Plattform nicht wirklich robust genug war, dass man also neu angefangen hat, man hat eine API geschaffen, man hat den neuen Player responsiv ausgelegt, man hat Theming, also man kann jetzt also Farbschemata hinterlegen, auch pro Kapitel, Funktionen sind dynamisch vorhanden oder eben nicht vorhanden, man kann sie einzeln durchkonfigurieren, man kann Daten erfassen, welche Stellen eigentlich genau abgespielt wurden, das könnte statistisch nochmal hochinteressant werden, es gibt die Möglichkeit, das Ding einzubetten, es gibt Mehrsprachensupport und weil man jetzt eine stabile Basis geschaffen hat, möchte man später auch noch mit Livestreaming kommen und mit Transkripten, also ich habe es mir angesehen und war sehr, sehr angetan davon, ich freue mich also auf das stabile Produkt, da ist so ziemlich alles drin, was mir eigentlich so noch gefehlt hat und das macht auch jetzt schon einen ziemlich soliden Eindruck. Tim, kannst du noch was beisteuern dazu, habe ich irgendwas vergessen, was jetzt wirklich wichtig wäre? Das war jetzt schon ein ziemlich umfassender Zusammenfassung finde ich, ich hätte das jetzt auch etwas knapper beschrieben, der ist geil, ist ein geiler, geiler Player, der ist richtig geil. Ein bisschen unter die Motorhaube gucken ist schon schön. Ja, also der Alex hat da wirklich super Arbeit geleistet und der ist ja letztes Jahr tatsächlich auf dem Kongress, da auf dem Sendezentrum auf uns zugekommen erstmalig und hat dann einfach losgelegt und ich habe da nicht schlecht gestaunt, wie schnell er dann und wie intensiver da rangegangen ist und wie sehr er sich das auch zum Herzen genommen hat, das Ding auch wirklich gut zu machen und auch was ich so aus befreundeten Programmiererkreisen höre, die sich mal den Code angeschaut haben, die meinten auch so, das mal richtiger Code, so, also da bin ich sehr glücklich drüber, weil damit jetzt irgendwie alles so gelungen zu sein scheint, was halt mit dem 3er jetzt noch nicht geklappt was uns noch nicht gelungen ist, ist ein Release, also tatsächlich der Player hat schon seine 1.0, aber ist halt im Publisher noch nicht released worden, weil der Publisher selber jetzt noch seine 2.7 Release braucht, die etwas verzögert wurde durch verschiedene Gründe, vor allem durch diesen ganzen iTunes Seasons Mumpels, der da jetzt mit reingekommen ist und wo es noch so ein paar Edge Cases gibt, die wir noch genauer testen wollen, bevor wir das so in die Öffentlichkeit reinschieben, also ich hab jetzt so bei meinen Tests ein paar Ecken und Kanten entdeckt, die nicht ganz so schön sind und da muss man nochmal gucken, dass wir das hinbekommen, aber ich hoffe, dass so zum Ende des Jahres ein Release auch stattfinden wird, dass auch der Player breitere Verbreitung finden wird, so, da liegt mir sehr viel dran, nicht nur jetzt, um auch mal ein neues Publisher-Release zu haben, sondern auch weil der neue Player ja auch das Tor zu einerseits zu Featuren sind, die jetzt schon drin sind, die wir schon lange haben wollen, zum Beispiel Embedding, hast du ja auch erwähnt, das war ja das Designziel für den Dreier-Player von Anfang an und das hat halt einfach nie geklappt und deswegen sind wir ja jetzt drei Jahre quasi hinterher, das wird halt kommen und das ist schon mal sehr wichtig, auch diese ganzen Sharing-Methoden, das Verlinken auf Zeitmarken, was eigentlich schon der Zweier-Player kann, aber was wir irgendwie nie so richtig ins User-Interface bekommen haben, also Versäumnisse im Kleinen, aber was halt jetzt der nächste Schritt ist, es sind halt Transkripte, also ich denke, das ist halt das nächste große Ding für den ganzen Metadaten-Bereich, dass wir das mal auf die Reihe kriegen und ich weiß, dass alle jetzt so, oh Gott, Transkripte, so viel Arbeit, wer macht sich die denn überhaupt und so, braucht man denn das überhaupt, das sind so ziemlich die Argumente, die halt vor fünf Jahren kamen, als man über Kapitelmarken gesprochen hat und einerseits tut sich da ja was im Hinblick auf automatische Systeme, also der ja hier auch schon angesprochen, Aufwunding macht das ja jetzt auch schon, dass die mit eingebaut werden, nur dass die halt eigentlich noch relativ schlechte Ergebnisse erzielen, man kann das so als Suchsuppe benutzen und irgendwie Dinge finden, aber als hier ist die textuelle Repräsentation dessen, was gesagt wurde, taugen die Dinger halt auf absehbare Zeit nicht, also zumindest nicht ohne, dass man da nochmal beigeht und das Beigehen ist dann halt dann doch relativ intensiv, man hat halt schon mal den Vorteil, dass man ein Zeitgerüst hat und wenn es dann auch noch passende Crowd Editing Methoden gibt, mit denen man das dann verbessern kann, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass für bestimmte Premium Produkte, wo eine Community einsteigt oder wo jemand dann noch ein bisschen bereit wäre, etwas Geld noch drauf zu legen, für akzeptable Preise auch akzeptable Transkripte erzeugen kann, die dann eben schon den Vorteil haben, dass sie ganz gut an der Zeitachse kleben und wenn man das dann halt schön in den Player reinkriegt, dann haben wir auch alle was davon. Zu dem Zeitpunkt, wo das passiert, wo also gute Transkripte oder okaye Transkripte bis gute Transkripte im Player gut bis sehr gut dargestellt werden, werden sich die Leute sehr schnell dran gewöhnen. Also wenn man erstmal in einem Podcast nach Texten suchen kann und man findet den Text, klickt dann drauf und hört dann die Stelle gleich, dann will man halt auch nicht mehr so richtig zurück. Und das denke ich wird schon nochmal eine interessante Qualitätsoffensive werden. Kann ich mir vorstellen. Okay. Ja, Dankeschön. Also wir haben jetzt testweise einfach mal eingebaut und macht einen ganz schlanken Fuß. Aber dieses Verlinken auf eine Zeitmarke, das geht jetzt mit dem noch nicht. Das habe ich richtig verstanden. Doch, doch. Das ging schon mit dem alten Player. Mit dem Zweier, da konnte ich mir einfach oben aus der URL das Ding slash t gleich rauskopieren, aber das kann ich beim Vierer, habe ich jetzt nicht gesehen. Geht das genauso? Da gehst du auf Share und dann klickst du einfach auf Position, dann nimmt er die aktuelle Position oder Kapitel, dann nimmt er das aktuelle Kapitel. Da kann man noch ein bisschen was besser machen, da haben wir auch schon noch ein paar Ideen, aber es geht. Da kommt so eine Embedding-Zeile dabei raus, so ein riesen Ding. Du kannst beides. Okay, muss ich mir nochmal angucken. Embedding ist eine Variante des Shareings. Das normale Sharing ist halt einfach eine URL. Und da ist eine Zeitmarke hinten dran. Wenn du auf Share gehst oder Teilen dann auf Deutsch, dann wählst du halt da drunter zwischen ganze Show, Episode, Kapitel oder aktuelle Zeitmarke. Ich mach das jetzt hier live, Moment. Der braucht immer einen Moment, dass er geladen ist. Der lädt nicht etwas langsam, kann das sein? Nö. Bei mir schon. Kommt gar nicht. Schluckt. Also vielleicht lädt das bei dir langsam, aber dann ist es dein Internetzugang, der langsam lädt, nicht der Player. Wenn dabei jetzt noch das neue Update irgendwie gerade runtergeladen wird. Halt doch, wirklich. Okay, ich probiere das später. Jetzt im Moment will er hier nicht. Keine Ahnung, ist ja wurscht. Wenn ihr mir das sagt, dass ich da an der richtigen Stelle gucken muss, dann mache ich das auf. Ich habe gedacht, das wäre nur über dieses Embedding irgendwie zu verlinken, aber wenn das auch direkt geht. Wenn ich weiß, dass der Lars das kann, dann erklärt er mir das ja auch. Das ist so geduldig. Beklären eben. Brauchen wir jetzt nicht vertiefen. Dankeschön. Okay. Klang wie eine kleine Drohung. Klär mal morgen. Was du immer denkst. Das ist nicht zu glauben. Naja, ich sehe ja deinen Gesichtsausdruck dabei, die hören dich nur. Ich bin müde. Wir machen auch jetzt weiter. Dankeschön, das war also zum Potlach. Habe ich was Falsches gesagt? Nein, aber das war sehr geschickt deeskaliert. Ja. Und sehr direkt. Anders geht es bei euch nicht. Alles klar. Boah. Zumindest nicht, wenn wir im gleichen Raum sitzen, so wie heute. Was zur Zeit die Runde macht, ist eine Mail von NR Vision. Da sind verschiedene Leute angeschrieben worden. Und da ist auch die Frage aufgekommen, ob wir da irgendwie mehr dazu wissen. Nein, der Sendegarten weiß da auch noch nichts von. Wir sind auch nur einfach kaltakquisiert. diese angeschrieben worden. Ich kann mal kurz aus der E-Mail zitieren. NR Vision ist ein nicht kommerzielles Angebot und wird von der Landesanstalt für Medien NRW gefördert. Unser Ziel ist es, engagierte Menschen zu unterstützen und ihre Themen und Ideen, ihren Themen und Ideen ein größeres Publikum zu verschaffen. Wir entwickeln zur Zeit eine Online-Mediathek für Radio- und Fernsehmacher aus ganz Nordrhein-Westfalen. Dafür möchten wir jetzt schon neue Produzenten gewinnen, die ihre selbst erstellten Podcasts, Hörspiele oder Sendungen bei uns präsentieren möchten. Also letztendlich ist es eine Plattform, die darum bittet, dass man bei ihnen mitmacht. Ja, also wer so eine Mail bekommen hat, der kann das quasi nachlesen. Es gibt da noch einen Link zu einer Beta-Seite, die heißt auch beta.nrvision.de Da kann man sich anschauen, wie das so aussieht. Ich habe da mal so ein bisschen rumgeklickt. Man kann da filtern zwischen Audio und Video. Das scheint noch nicht so richtig zu funktionieren. Ich habe dann einfach mal in das Suchfeld Podcast eingegeben, geklickt. Und das dritte, was ich sah, war Nele Heise. Also so ganz falsch ist es wohl nicht. Es funktioniert irgendwie. Aber wir müssen mal gucken, was daraus wird und ob das irgendetwas Sinnvolles ist, was unsere Community ergänzt oder ob das jetzt wieder was Eigenes ist. Lustigerweise, der im Impressum steht, als verantwortlicher Michael Steinbrecher, bekannt aus Funk und Fernsehen, unter anderem vom Sportstudio. Tja, was auch immer das genau bedeuten mag. Egal. Wir haben gerade schon über verschiedene Termine gesprochen und hätten jetzt die Termine vom Blühkalender, wobei ich aber gerade sehe, dass ich hier jemanden verabschieden möchte. Dann machen wir das mal eben zwischendurch vorher. Oder ist es, das geht ja gar nicht mehr. Also wenn er mich jetzt nicht mehr braucht, ich habe ja jetzt glaube ich auch schon wirklich genug gequatscht, dann würde ich mich ganz gerne ausklinken. Aber schön war es. Das ist ja aber nett zu hören. Das ist gut zu hören. Sehr schön. Hier kann man ja mal richtig ausholen. Ja. Um die Dinge dann endlich mal ansatzweise anreißen zu können. Sehr gut. Sehr gut. In der Laber drei Stunden. Super. Es gilt das alte Telefonzellenprinzip. Fasse dich kurz. Ich denke nächstes Mal fangen wir 8 Uhr morgens an. Ne, es war, es waren zwar harte drei, nein, das stimmt nicht. Nein. Aber wir haben sie überlebt. Aber wir haben es überlebt und relativ kurzweilig finde ich. Ja gut, ich hoffe, ihr habt jetzt nicht noch irgendeinen Programmpunkt, wo ihr noch mich irgendwie zu Ja, der klassische Programmpunkt ganz zum Schluss sind die Blütenschätze, wo wir immer Dinge nennen, die uns irgendwie besonders aufgefallen sind in der letzten Zeit, die uns berührt haben, positiv, negativ, nachdenklich gemacht haben, was auch immer. Das wäre so ein Punkt, wo du auch gefragt wärst. Ja gut, aber solche Dinge habe ich ja nun schon auch vielfältig produziert. Genau. Wir könnten zum Beispiel Crooked Media nennen an der Stelle, von der du ja gerade gesprochen hattest, dass sich das besonders im Moment begleitet. Zum Beispiel. Richtig. Ansonsten, ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns hier in Kurzform erklärt hast, wie dein Leben funktioniert. Nee, das war wirklich toll. Schönes, ausführliches Gespräch und ja, bei der nächsten Blütezeit kommen wir gerne nochmal wieder und dann, wir können ja auch nachher, nach dem Kongress nochmal so einen Rückblick machen und sagen, was jetzt irgendwie gut und schlecht gelaufen ist oder so, wäre ja vielleicht auch eine interessante Variante. Schauen wir mal, was geht, was gibt. Ganz herzlichen Dank bis hierhin. Damit wir die Dinge dann endlich mal zu Ende erklären können. Genau. Immer diese Kurzformate. Na gut. Du willst jetzt tatsächlich noch arbeiten? Hä? Du willst jetzt tatsächlich noch arbeiten? Von arbeiten habe ich nicht gesprochen. Ach so, Anschlussprogramm. Ich dachte, ich habe noch Anschlussprogramm. Ein Programm wäre ein Programm, aber gut, dann muss ja nicht alles Programm sein, wo Programm dran steht. Richtig. Nichts mehr programmieren. Okay. vielen Dank für die Einladung. super, gerne geschehen. Noch viel Spaß. Ich höre mir dann den Rest der Sendung später, wenn es rausgekommen ist. Release das doch noch heute Nacht, ne? Nee, das wird schon noch ein paar Tage dauern. Der Martin, der wird das jetzt gleich schneiden. Der lässt sich Zeit. Soll ich dir meine Kapitel machen? Kannst du gerne machen, nehme ich gerne an. So ist es. Jutti, dann macht es gut, ne? Ja. Bis dann. Bis zum Kongress. Tschüss. 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 Programm, Ablaufplan, Sendeplan, wie auch immer. Wir kommen jetzt zum Blühkalender. Und dann frage ich den Lars, hast du was gefunden? Ja, es ist im Prinzip genau der gleiche Kalender wie beim letzten Mal. Da hat sich noch nicht nennenswert was getan. Ich habe aber trotzdem mal einen Punkt dazu geschmissen. Und ja, natürlich sind ein paar Sachen weggefallen. Das heißt, geht ziemlich schnell heute. Die Quelle ist wie immer das Termin-Wiki im Sendegate beziehungsweise die Termin-Wikis sind ja jetzt 2, 17 und 18. Und los geht es diesmal mit einem Podcasting-Meetup. Das ist in Wien und zwar übermorgen am 9. Dezember von 17 bis 20 Uhr. Da wird sich getroffen an einem Punsch-Stand auf dem Adventmarkt am Karlsplatz in Wien. Im Sendegate gibt es einen Link zur Anmeldung. Vom 27. bis zum 30. Dezember ist so eine ominöse Veranstaltung das Chaos Communication Kongress der 34 C3. Dies war halt auf dem Messegelände in Leipzig haben wir auch noch nie gehört. Also ein bisschen nee. Also wir haben ja viel gehört dazu. Bin ich sehr gespannt drauf. Mal gucken, was da kommt. 2018 ist das Podcasting-Leben natürlich noch nicht vorbei. Es geht weiter am 5. Januar mit dem Podcast der Stammtisch Pottruhe wie in einem Unperfekthaus in Essen. Der fängt um 19 Uhr an und an der gleichen Lokalität also auch im Unperfekthaus in Essen ist dann am 10. und 11. März wieder das Podcamp. Weitere Infos gibt es unter www.podcamp.de Alle weiteren Links und alle weiteren Infos findet man im Sendegate in den Termin-Wikis und auch Beschreibungen der Treffpunkte. Das wäre es schon für heute. Ganz herzlichen Dank Lars. Vielen lieben Dank. Und auch wenn die Sendegate schon fortgeschritten ist, wir haben noch ein paar Setzlinge, die vielleicht hier doch Erwähnung finden sollten. Wir kommen dann jetzt einfach mal in die Rubrik der Setzlinge. Musik Und wie immer zunächst der Disclaimer, das ist jetzt keine Wertung, das bedeutet nicht, dass sie irgendwie besser oder schlechter sind als andere. Die sind einfach durch Zufall oder subjektiv hier aufgelaufen oder sind uns zugeschrieben worden. Man hat uns darauf aufmerksam gemacht. Zum Beispiel auf das Podcast-Imperium. Die haben nämlich jetzt neuerdings einen Hauskanal. Das Podcast-Imperium ist ja das von Sascha Erler initiierte Nicht-Vermarktungsnetzwerk, wie er es selber nennt. Und sie haben jetzt also offenbar einen Haus-Podcast installiert, wo eben so Metathemen sind eben toll und man kann da lange drüber reden besprechen wollen. Die erste Episode ist herausgekommen und sie dreht sich um die Vermarktung. Wer hätte das gedacht? Hören wir mal kurz rein. Über Geld redet man nicht. Wir haben kein Geld und deshalb reden wir drüber. Wir, das ist zum einen der Sascha und dann haben wir nicht den Finanzminister des Podcast-Imperiums, dafür den technischen Leiter. Nehmen wir ist er noch Alterspräsident des Grauen Rates und Präsident seiner eigenen Film- und Serienrepublik. Wir begrüßen den unbeschreiblichen Grillmaster Tim. Hi. Hallo zusammen. Das ist ja eine ganz schöne Vorstellung. Ich hoffe, dem kann ich heute entsprechen, auf das die Technik halten möge. Im Zweifel habe ich natürlich im Hintergrund ein tatkräftiges Team, das sofort einspringen kann. Richtig. Und wir haben natürlich auch noch einen Gast und das ist der Mann, der auf dem Rücken eines Heißt, das Nord-Süd-Gefälle herunterreitet, sich dabei den Wind durch seine nach Wildkirsche duftendes wallendes Haupthaar wehen lässt und wenn er nicht gerade Leuten in die Hose guckt und keinem seine Url ist länger als wie seine. Wir begrüßen unseren besonders feinen Studio-Gast Jörn Schaar. Hi. Moin. Großartig. Ja, Moin hätte ich sagen müssen. Ja, macht nichts. Er sitzt ja oben im Norden, genau. Da sagt man ja Moin und Moin Moin ist was für schwärtsam. Genau. Jörn, habe ich was vergessen? Müssen wir über dich noch irgendwas wissen? Nee, da war jetzt eigentlich alles drin. Doch, also mir ist zumindest nichts aufgefallen, was noch fehlt. Seit wann machst du Podcast? Ich habe mit Podcasten tatsächlich schon mal angefangen vor zehn Jahren, da dann tatsächlich mit einem Geldverdienen Hintergrund für eine Werbeagentur und da hatte ich das aber noch überhaupt gar nicht verstanden, was Podcasten eigentlich ist. Und dann habe ich wieder angefangen vor, na im Februar werden es glaube ich vier Jahren. Und es hat einen Grund, dass du heute hier zu Gast bist. Ich habe dich gehört in einer Podiumsdiskussion, die natürlich auch als Podcast in die weite Welt hinausgetragen wurde oder hineingetragen wurde am Rahmen der Podcaster-Konferenz Subscribe beim Bayerischen Rundfunk, wo es ja zumindest nach außen immer hieß, da wurde nur über Geld gesprochen und Monetarisierung. Und das habt ihr in eurer Podiumsrunde auch gemacht. Da habt ihr einiges angesprochen, aber im Nachgang dachte ich so, jetzt wurde es gerade der Interessante, dann ist es vorbei gewesen. Und da habe ich dich angeschrieben und du hast gesagt, ja du siehst das genauso und deswegen wollen wir heute einfach nochmal das ein oder andere vertiefen. So hört sich das an. Mit dieser Dynamik, mit dieser Energie steigen sie da in dieses Gespräch hinein. Was ich total witzig finde, also das war jetzt das Podcast-Imperium, muss ich nochmal dazu sagen, die URL ist podcastimperium.de schrägstrich Hauskanal, da kann man das empfangen. Und was ich total witzig finde, ist, dass sich der Andi, der Sartner, Sartner, heißt der Sartner, Sartner, dazu gleich gemeldet hat und hat gesagt, da stimmt einiges nicht. Ihr habt da Sachen falsch zusammengefasst und hat sich hingesetzt und eine, da hat jemand was falsch gemacht im Internet, Folge sozusagen produziert. und damit das jetzt auch mit Audiobeispielen belegt ist, hat er das dann gleich wiederum als Audio-Podcast gemacht oder als zumindest eine Folge. Er schrieb dazu, dass er gar nicht weiß, wo er das lassen soll, deshalb hat er das einfach mal so auf seine Seite gelegt. Das möchte ich unbedingt noch kurz, zumindest in einem kleinen Ausschnitt zu hören geben, wobei ich festgestellt habe, dass der Andi, der Andreas Hubel, andreas-hubel.de sowieso schon einen Podcast hat, von dem ich nicht wusste, der heißt nämlich Smart Space Interviews und da spricht er über Smart Space, was auch immer genau er damit meint, das habe ich heute erst entdeckt, aber Andreas Hubel hat schon einen Podcast und jetzt kommt diese Spezialfolge, die sich auf das bezieht, was wir gerade gehört haben. Und natürlich war damit die Diskussion noch nicht beendet und eigentlich sollte man jetzt auch nicht mehr darüber reden, aber es hat jemand was Falsches in mir gesagt. Im Rahmen der Podcaster-Konferenz Subscribe, wo es ja zumindest nach außen immer hieß, da wurde nur über Geld gesprochen und Monetarisierung. So, das war Sascha Eder hier im Hauskanal des Podcast Imperium und er unterhält sich in diesem Abschnitt jetzt mit Jörn Schaar, den man zum Beispiel von Jörn Schaar seinem Podcast kennt und Jörn macht da folgende Aussagen. Auf den beiden Bühnen, die auch aufgezeichnet wurden, gab es halt 15 kuratierte Vorträge, die also das Orga-Team ausgewählt hat aus den Einreichungen. Mit Orga-Team ist hier hauptsächlich Claudia Krell gemeint. Und es waren von den 15 waren acht Beiträge, die sich in irgendeiner Form um Geld verdienen und den Struggle damit gedreht haben. Also das Thema mit der größten Anzahl von Einzelvorträgen. Nein! Nein! Hören wir uns einfach mal an, was Ralf auf die Frage von Moniz da gerade oder auf den Kommentar von Moniz geantwortet hat in der besagten Abschlussrunde. Ich habe mal gezählt. Ich hatte auch gestern irgendwann diesen Moment, wo ich dachte, hm, hier wird dieses Jahr ganz schön viel über Geld geredet. Und halt über alle so diese Dinge, die du gerade gesagt hast. Ob es jetzt Monetarisierung ist oder wie man jetzt auch immer da die Buzzwords dran kleben möchte. Dann habe ich aber noch mal nachgezählt und bin dann dazu gekommen, ja, wir hatten rund acht Vorträge hier im Hauptpanel, die mehr oder weniger explizit als Schwerpunkt das Thema Monetarisierung hatten. Wir hatten aber auch 15 Vorträge, die damit gar nichts zu tun hatten. Okay, das heißt, aus diesen acht plus 15 gleich 23 Beiträge im großen Rundfunksaal haben sich acht aus Versehen mit dem Thema Monetarisierung beschäftigt. Ganz aus Versehen. Andi, das ist total schön, wie du das da auseinanderfummelst. Also das ist wirklich sehr höchstwert und hat mir großen Spaß gemacht, da nochmal da rein zu hören. Also das müssen wir, die URL müssen wir, müssen wir hier eben in den Show Notes nachreichen. Ansonsten kann man einfach mal unter twitter.com Saertner nachschauen, denn es gibt einen Tweet, wo er auch da auf diese Datei hinweist von ihm. Gut, das soll immer so die kleine Ergänzung sein. Und dann habe ich noch einen, der ist relativ neu. Was heißt relativ? Es gibt zwei Episoden und zwar ist das die Nora Hespers, die kennen wir ja inzwischen als Anachronistin und auch als Gast auf der Gartenbank quasi schon da oder Gästin auf der Gartenbank quasi schon da. Sie macht jetzt ein weiteres Projekt und zwar heißt es Überleben reden und das ist ein schönes Wortspiel, denn es geht um Überleben. Es handelt sich nämlich dabei um Gespräche mit Nachkommen von NS-Verfolgten. Also die Historie ist ja Noras Thema ohnehin und sie unterhält sich an der Stelle mit Nachkommen und es gibt zwei Episoden. Aus der zweiten, da hören wir mal kurz einen kleinen Ausschnitt. Überleben reden Ein Podcast-Projekt von und mit Nora Hespers in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte. Wie heißen Sie und über wen möchten Sie gerne was erzählen? Ich heiße Irene Fick und möchte über mich selber reden und meine Familie und meine Kindheit in Düsseldorf in den 50er Jahren. Dann, was ist passiert in Düsseldorf in den 50er Jahren? Also wenn man der vorherrschenden Meinung glaubt, gab es das Wirtschaftswunder und die Konjunktur, der Wohlstand. Die Leute nach dem Krieg wollten an den Deutschen rein und sich vergnügen und amüsieren. Dann kam, hatten sie den Volkswagen und dann kam der Mercedes und sie hatten Urlaub in Italien oder in Mallorca und für mich und für andere Kinder von Verfolgten war das gar nicht so, weil die 50er Jahre eigentlich die Zerstörung der Kultur der Arbeiterklasse war ganz gewollt. Weshalb wohnen deine Eltern und weshalb wurdet ihr verfolgt? Beide meine Eltern waren im Widerstand. Mein Vater in Düsseldorf, meine Mutter in Thüringen. Sie haben sich also aktiv betätigt, aber sind früh genug gefangen worden. Also wenn sie 1942 gefangen worden wären, dann wären sie hingerichtet worden, aber sie hatten noch eine Chance. Das ist sicherlich schwere Kost, wo sich die Nora da heranwagt, aber wichtig zu hören und wichtig, das immer wieder in der Erinnerung zu halten, wie es auch ergehen kann und was Freiheit und nicht verfolgt werden für uns eigentlich bedeutet. Okay, das ist überlebenreden, die URL ist überlebenreden, ein Wort, .podigy.io und da kommt man auf das Angebot. Das waren unsere Setzlinge für heute, kommen wir also abschließend zu den Blütenschätzen. Wer hat denn heute Mut zu keinem Blütenschatz? Ich frage mal in die Runde. Lars, Marc, habt ihr Mut? Ich bin heute sehr mutig. ja, super. Mag du auch? Ich hab was. Du hast was? Okay, selbstverständlich. Nee, lass doch mal Sebastian vor. Ich hab bisher immer jemand vorgelassen, der Tradition möchte ich treu bleiben. Na gut. Sebastian, du wirst jetzt so nett und freundlich aufgefordert, dich zu outen. Was hast du für einen Blütenschatz mitgebracht? Ich musste kurzfristig noch umschwenken, weil ich hatte ursprünglich auch erst den, den du hattest drin, aber ja, ist aber kein Problem. Ich hab vorgesorgt. Und zwar war der Reinhard Remford letztens beim Bluepoint Radio zu Gast. Das ist ein gemeinschaftliches Radio, freies Radio Projekt, unter anderem von Sascha Ludwig. Sascha, mit dem hatte ich schon mal so ein bisschen Kontakt, der hat auch, der benutzt auch Studio Link in seinem Studio, der hat dieses schöne Bild mal gemacht, wo er das quasi auf seinem Interface so schön mit Eigen verlinkt hat. Und ja, unter anderem ist er auf dem 34C3 auch beim POC-Team und da habe ich jetzt zwei Videos rausgesucht, einmal da, wo Reinhard Ramport zu Gast war und einmal, wie dieses Studio aufgebaut wurde, weil das ist also wirklich viel Arbeit gewesen, was die da investiert haben und ging glaube ich auch über Monate, bis das Ganze fertig war. Ja, also diesmal wieder ein kleiner Medienbruch, in dem ich YouTube-Links verlinke. Super, Dankeschön. dann können wir jetzt den Makler mal fragen. Boah! Es ist schwer, es ist so eine Mischung aus Blütenschatz, aber auch Setzling. Es existiert bislang eine Folge. Ein Blütz? Oh, sehr gut. Ja, würde es treffen. Und zwar ist das ein Podcast von Jochen und Robert. Wie ich auf den Podcast gekommen bin, kann ich euch gar nicht mehr sagen. Ich glaube, die sind mir mal auf Twitter gefolgt und wie man das halt so macht, man guckt halt mal. Ich glaube, so lief das. Und was mich an dem Podcast gereizt hat, ist das Thema, das da besprochen wird. Und zwar ist es ein Heavy-Metal-Podcast. Er ist relativ, oder wie sagt man das? Es soll ja keine Wertung sein, um Himmels Willen. Dieses Projekt steckt aber noch Bei den Blütenschätzen darfst du schon Werten. Nee, will ich ja aber nicht. Ach so, du willst nicht, okay. Entschuldigung. die müssen die Spielregel erklären. Nein, nein, nein. Hallo, ich mache die Spielregel. So, Entschuldigung. ist sie mir gefallen. Ja, Nein, aber wie soll ich denn sagen, ist, du, hm, die Dynamik ist toll zwischen den beiden, sie besprechen pro Folge, also so ist der ungefähre Plan ungefähr vier Platten, das haben sie sich so auf die Fahne geschrieben, ist halt immer so ein bisschen auch so eine rechte Frage, was, also Lizenzfrage, was darf man in einem Podcast spielen und was nicht, wegen GEMA und so weiter und so fort, aber das haben sie natürlich alles raus, ist toll und dafür sind eben die Shownotes sehr detailliert, das heißt, über was haben sie da gesprochen, sie haben so Spotify-Listen beispielsweise in den Shownotes aufgelistet, auch wenn sie nur einen Titel so ein bisschen anreißen, dann posten sie den oder schreiben sie den YouTube-Link mit in die Shownotes und so weiter und so fort, das sieht man jetzt bei der Folge 1, also eine Anzahl von Links da drin, das ist der Wahnsinn, ja und ich glaube, das Format an sich ist sich gerade so am finden einfach, ich meine klar, nach einer Folge, was, dazu werten wir jetzt sehr übel, aber ich mag die Idee, ich mag den, diesen, diesen, ja, diesen Mut, ich meine, ich kenne einen Heavy-Metal-Podcast und den gibt es aber anscheinend gar nicht mehr, also der ist ja schon uralt irgendwie, der ist schon ein bisschen verstaubt, ich hoffe, der kommt auch nochmal, aber dieses Ach und Krach, Gespräche über Lärmmusik, das ist schon gut, alleine schon der Name finde ich toll, wird über Podigy, glaube ich, gehostet, ah ne, über Podcaster.de, okay, die Domain ist pvs8qi.podcaster.de Moment, ich schreibe mit pvs8qi.podcaster.de Ja, das habe ich schon in Strello verlinkt, ach ja, 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 pvs8qi.podcaster.de Musik, Podcast, Rock, Metal, Chor, Krach, genau, und auf Twitter sind sie auch, at 8 unterstrich und unterstrich Krach. Ich finde sie nett, müsste mir jetzt aber auch mal die erste Folge komplett noch, ähm, oder zu Ende anhören, die erste Folge geht nämlich, Moment, ich glaube, eine Stunde 39, irgendwie sowas habe ich in Erinnerung. So lang, wer soll das denn hören? Ich weiß auch nicht, ich weiß ja, diese, 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 ja, diese, diese ewigen Laberformate, das nervt, puh, äh, pur. Stell dir jetzt mal vor, es gäbe einen, der so an den vier Stunden kratzen würde. Das ist komplett albern. Und dann, Spendung von Alphonic-Zeit, wirklich. Erstens das, und zweitens, weißt du, da gibt es noch Podcasts, die meinen, dann noch einen auf dicke Hose zu machen, Tim Britloff noch mit einzuladen, ne, ja klar, natürlich, die, die gehören einfach nicht mehr ins Internet, echt, gehört verboten, sowas. Was hingegen nicht verboten wird, gehört, ist eben dieser Ach und Krach Podcast, äh, und, ähm, da würde ich gerne noch einen anderen erwähnen, aber über den kann ich jetzt nicht mehr so viel sprechen, der heißt auch das Nebensprechen, von Ralf Mayer, der hat ja zur Zeit diese Adventskalender-Nummer da laufen, gefällt mir sehr gut. Ähm, wer jetzt wissen will, Adventskalender, ja, ein Podcast Adventskalender ist da am Laufen, nebensprechen.de ist die Domain, ähm, einfach mal reinhören, toll. So, jetzt bin ich fertig, aber, ähm, sag mal, Martin, hast du denn einen Blütenschatz? Ja, ich habe auch einen Blütenschatz, tatsächlich, und, ähm, da verweise ich gerne auf den Podcast Funkenstrahlen. Stefan Traut macht ja auch einen Metapodcast über Themen des Podcastlandes, meistens sehr pointiert, sehr kurz zusammengefasst, also für alle, die, äh, die, äh, mit dem Sendegarten-Format nicht so richtig warm werden, was einfach so lang ist, ganz herzliche Empfehlung, die Funkenstrahlen anzuschauen, äh, anzuschauen, anzugucken, also ja, auf dem ist gucken, aber dann hören, ähm, da bringt der Stefan die Sachen immer sehr kurz und knapp auf einen Punkt, jetzt aber gibt es eine, äh, Episode, das ist die vom 1. Dezember 2017, äh, Quatsch, Funkenstrahlen heißt das Ding gar nicht, das heißt Kondensator, äh, Funkenstrahlen ist sein Blog, Kondensator ist der Podcast, Entschuldigung, ähm, und, äh, in dem Kondensator-Podcast, äh, ja, Kondensator, ne, zusammen, kondensiert, klar, da spricht er aber diesmal eine Stunde lang, äh, äh, das ist also wirklich ein langer Kondensator, ein großer, ein, äh, mit großer Kapazität, wenn man so will, und das Thema ist PodLive, PodLive ist die App, mit der man, ähm, bei Live-Angeboten mithören kann, also auch heute und hier, in diesem, in dieser Sendung wird PodLive eingesetzt, also, da wir über StudioLink, äh, ausspielen und, äh, das im Rahmen von, äh, Ultraschall passiert, ähm, kann man da eben entsprechend mit dieser App, oder diese App sozusagen von hier aus steuern, man kann der App mitteilen, dass ein, äh, Live-Angebot da ist, man kann sagen, ob man in der Pre-Show, in der Live-Aufnahme oder in der Post-Show sich befindet, und so weiter, äh, wir hatten davon auch schon mal gesprochen, in einer früheren Sendung, ähm, weil es da so ein bisschen, ähm, ähm, bei der Einrichtung gab es so ein bisschen Verwirrung, wann ist die denn jetzt scharf geschaltet und darf überhaupt so noch jeder, jeder darüber gestreamt werden, will man das denn überhaupt und so weiter, äh, gab es so ein bisschen Nacharbeit. Dieser ganze Prozess wird unter anderem da auch beschrieben, aber nicht nur das, denn, äh, Stefan unterhält sich mit Frank Gregor, und der Frank hat im Prinzip die PodLive-App, also die der Stefan für, die fürs Telefon gemacht hat, hat der Frank für den, äh, fürs Mac OS, also für den, für den Standrechner sozusagen gebaut, ähm, und, äh, die beiden unterhalten sich darüber, was sie eben für, äh, Hindernisse sozusagen in, äh, in Kauf nehmen mussten, äh, also wie PodLive entstanden ist, wie die Idee war, wie die beiden zusammengearbeitet haben, dann gab es auch die Diskussion damals darüber, was darf denn so eine App überhaupt kosten, die wurden da in den App Store gestellt und sollten Geld kosten, ähm, dann ging das erst, äh, äh, gar nicht gut, dann jetzt ist, glaube ich, im Moment die Mac OS App sogar kostenlos, weil der Frank dann so enttäuscht war, dass er das Ding überhaupt nicht los wurde, ähm, also sie gucken zurück auf die ersten Monate seit dem Release und, ja, tauschen sich halt über die enttäuschten Downloadzahlen aus und überlegen aber dann auch, was könnte denn vielleicht noch für die Zukunft sinnvoll sein, braucht man auch noch eine App fürs Tablet und wo soll die herkommen? und ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, da hat sie sogar gerade noch was getan in der Richtung, dass sie jetzt schon da ist und um nicht nur in der Apple-Welt festzustecken, wünschen die beiden sich, dass es jemanden gäbe, der das Ganze auch für Android weiterentwickelt. Ich habe ja schon mal gesagt, ich hätte es auch gerne für Windows, aber ich traue mich, diese Gedanken schon gar nicht mehr zu äußern, aber Android wäre auch nicht schlecht, ähm, kurz und gut, ich kann das hier immer nur so sperrig wiedergeben, wer sich für die Entwicklung von PodLive interessiert und wer vielleicht auch mal den Frank, den Frank Gregor, den Entwickler der Mac OS App hören möchte, der eine sehr angenehme Art hat, über Dinge zu sprechen, dem sei der Kondensator-Podcast vom 1. Dezember 2017 empfohlen, das ist die Episode 52 und die heißt Was steckt hinter PodLive? Das fand ich sehr schön zu hören, hat mir große Freude gemacht und wie gesagt, auch sonst ist der Kondensator-Podcast, der Podcast vom Stefan Trau, der sonst den Blog Funkenstrahlen betreibt, immer wieder hörenswert. So, jetzt habe ich es aber genau richtig gemacht, hoffentlich. Toll, Martin. Alles klar. Ihr schimpft nicht mit mir, dann war es wohl nicht so schlimm. Nö, ich habe doch gelobt, ich habe doch gesagt, toll, Martin. Ja, ja, ja. Super, gigantisch. Aber das, da war was auf der Meta-Ebene. Basinga. Da ist was auf der Meta-Ebene verrutscht, genau. So, liebe Leute, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Chatterinnen und Chatter, liebe Mit-Podcaster, ja, da gibt es leider keine. Unsere Frauen haben sich heute abgemeldet, abmelden müssen. Bingen Krankheit, das ist schade. Wir hätten sie sehr, sehr gerne dabei gehabt. Aber so haben wir einen Jungs-Club gehabt. Naja, mussten wir halt so in Kauf nehmen. Ich danke ganz herzlich Marc und Lars. Und vor allen Dingen danke ich dem Lars, dass er dem Marc endlich mal gezeigt hat, wie eine anständige Internetverbindung funktioniert. Ja, das hat aber nicht geklappt. Mein Notebook hat gerade das WLAN verloren. Deswegen auch ein bisschen in den Chat. Ich kann mich nicht mehr anständig verabschieden. Hättest du dich mal an den Giga-Cube gehalten, mein Freund. Du hast mehr kein anderes WLAN gegeben als dieses Ding hier. Da steht doch neben dir das WLAN. Ja, aber kein Code drauf. Natürlich kein Code drauf. Naja, ist falscher Podcast. Wir kloppen dann morgen aus. Danke an den Chat. Grüße an den Chat. Grüße an die Hörerinnen und Hörer. Tschüss. Alles klar. Ich will ins Bett. Aber jeder sein ist. Nicht das hier. Oh Marc. Wer sich auf die Kraft des Kabels verlässt, ist nicht verlassen. Und ich denke, Sebastian hat sich auf die Kraft des Kabels verlassen. Liegt er richtig? Ja, wird schon stimmen. So genau weißt du das auch nicht. Ah, super. Ihr seid mir der Bande hier. Martin, was hast du dir da angelacht? Ich weiß nicht, warum ein Rechner funktioniert, aber er funktioniert. Ohne Strom, ohne Netz, aber er funktioniert. Wie ohne Strom? Naja, gut. Martin, schön, dass du auch da warst. Mir egal, wie ihr zaubert. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ja, ich freue mich auch, dass ich hier gewesen bin. Auf den Satz habe ich gewartet. Großartig. Mensch, es war eine Freude heute Abend. Echt toll. Gut. Meine Damen und Herren, bringen wir es. Liebe Kinder. Gehen wir in die Nacht. Ja, es hat mir großen Spaß gemacht mit euch, mit unserem Gast Tim Pridlaff, den ich von dieser Stelle auch nochmal herzlich grüßen und mich bei ihm bedanken möchte, dass er uns so schön von sich und seinen Projekten und seiner Sicht auf die Welt und von seinem Podcast-Land und seinen Antreibungen dort berichtet hat. Das war sehr schön zu hören und hat großen Spaß gemacht. Okay. Machen wir es nicht länger als nötig und sagen einfach Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020